bin? Anscheinend noch nicht. Dann rede ich erstmal wieder mit mir selbst. Okay, jetzt wird angezeigt, dass ich online bin. Vielleicht war ich da auch schon gleich. Okay, das scheint zu funktionieren. Hier steht noch, dass ich offline bin. Ja, ich gucke jetzt gerade wieder auf meinem Handy und versuche herauszufinden, was jetzt Phase ist. Aber ich glaube, ich sollte darauf vertrauen, dass ich online bin. Auch wenn manchmal angezeigt wird, dass ich nicht online bin, aber wird schon klappen. So, jetzt ist gerade der Timer von 0 auf 41 Sekunden gesprungen. Wahnsinn. Aber zumindest bin ich jetzt wieder in dem normalen Streamer-Menü bei meinem Handy und kann jetzt auch den Chat lesen. So, und dann starte ich mal das Spiel und demnächst sollte wahrscheinlich gleich Backflip dazukommen. Und ja, dann können wir mal... So, ich könnte mal anfangen, hier ein paar Bäume zu fällen. Habe ich die Pumpe hier rausgenommen? Ich glaube, ja. Ich wollte, dass alles hier unten gepumpt wird. Okay, da ist... Aber das sollte eigentlich alles da landen, das Wasser, oder? Also langfristig schon. Ich kann mir derweile mal hier ein paar Bäume fällen, während ich warte, dass Backflip irgendwann dazukommt. Ich habe Ihnen vorhin geschrieben, dass ich in 15 Minuten starte. Aber ich habe nicht direkt geschrieben, jetzt geht's los. Irgendwie... Hätte ich vielleicht noch machen können. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich mache jetzt nichts Besonderes. Einfach nur ein paar Bäume fällen und fertig. Und ich habe schon in die Beschreibung geschrieben, heute hatte ich vor, ein paar Missionen zu machen. Und zwar vor zwei Streams hatte ich ja schon mal eine Mission gemacht. Also diese Hauptmission auf dem Startplaneten mit der Höhle, wo man die ersten Techniken bekommt. Und als Belohnung kam man ja zum Außenposten. Und da hat man das erste Mal mit Esther geredet. Und Esther hat einem so eine Karte gegeben. Die habe ich ja schon aufgebaut. Und da gibt es eine neue Mission und die will ich heute machen. Also diese Wirtend Polines, oder wie die auch immer heißt. Und da oben rechts sehe ich schon mal, ähm, hier. Da ist ja auch, ähm, Defeat, äh, Apaka Raiders. Das könnte man vielleicht auch mal probieren, aber das ist schon eine Mission 3, äh, eine Level 3 Mission, meine ich. Das könnte ein bisschen schwieriger werden. Also langfristig würde ich schon gerne so stark sein, dass das kein Problem ist. Aber müssen wir erst mal angucken. So. Ähm, ja, ich habe jetzt eigentlich gar keine richtige Lust, Bäume zu fällen. Ein paar erstmal jetzt hier, um, ja, meinen Vorrat an Nahrungsmitteln aufzufüllen. Weil ich glaube, die alten Äpfel könnten schon wieder etwas zu alt sein. So, und ich hoffe, meine Wasseraufberatungsanlage klappt hier so. Irgendwann müsste ich mir mal richtig viel Zeit gönnen und das hier alles nach rechts weiterbauen. Das geht jetzt erstmal so als Provisorium und hier oben sollen ja dann irgendwann die Tiere leben. Ich überlege gerade, mache ich dann... Also ich will die Tiere nicht unter Wasser setzen. Dann mache ich hier so Einzelplattformen, damit das hier runterregnen kann. Vielleicht sogar solche, ähm, wie heißt das? Floren... äh, Floren... äh, Plattformen. Damit das ein bisschen hübscher aussieht. So, ist hier in dem Brunnen zufällig schon, ja, nicht wirklich so viel Wasser. Aber es regnet schon wieder sehr schön, äh, flüssiges Goldmeer oder weniger. Ja, aber ich glaube, ich habe schon den größten Teil jetzt wieder abgebaut. Ähm, wo ist meine Flüssigkeits... äh, Kiste? Ich lege das erstmal alles in die Flüssigkeitskiste. Obwohl das eigentlich eher ein Fass sein sollte. So. Oh, 4000 Hammer. Das ist nicht schlecht. Das sollte für ein paar Runden, äh, in der Fabrik unten reichen. Ich nenne das jetzt einfach mal Fabrik. In dem... in dem Ding, wo wir... äh, unsere unendlichen Ressourcen herstellen. Ähm, was wollte ich denn jetzt? Achso, ich wollte die Äpfel sortieren und aussortieren und so weiter. Weil ich einfach davon ausgehe, dass bald meine normalen Äpfel schlecht werden könnten. So. Die sind alle neu. Achso, das sind schon die etwas Besseren. Und die sind eigentlich auch noch okay. Oder ist Grün das Beste und... hoppla. Ne, die, die... looks still fresh. Okay, das hat es jetzt mit den anderen zusammengeschmissen. Das ist ja interessant. Ach, ich glaub, weil ich die... ja, ich glaub, ich hatte die... äh, die waren schon zusammen und dann hab ich die nur mit... ähm, rechter Taste getrennt. Auf jeden Fall müssten die alle super toll frisch sein. Ja, Grün. Und das Ding ist auch grün. Ähm, dann mach ich... dann mach ich das einfach so hier. Ich meine... ach, vielleicht wollte ich ein paar in die Dingekiste tun, aber mach... brauch man jetzt eh eigentlich noch nicht. So. Ich glaube, während ich jetzt warte, mach ich nochmal die andere Mission. Einfach um ein bisschen die Materialien dort zu farmen. Oder wir könnten schon mal gucken nach der neuen Mission. Aber ich will die eigentlich nicht anfangen, solange ich allein bin. Ähm... Quatsch, was mach ich denn? Ich muss... ich muss mit dem Ding reden. Äh, hier, Missionen. Visit Auspost. Visit... okay, is mine. Secondary. The Ancient Temple. Ich glaube, das ist es. Äh, Player Flip connected. Halo... äh, hallo, Flip. Ähm... Ja, ich weiß nicht, wie viel du schon mitgehört hast. Ich akzeptiere dich erst mal hier. Ähm, sieht dein Charakter jetzt ein bisschen anders aus? Ist auch egal. Ich dachte, wir könnten heute ein bisschen so Missionen machen. Zumindest eine. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob du die schon auch mit aktiviert hast für dich. Ah, du bist hier erst mal unten in der Mine wieder. Interessant. Ähm... Du bist... Ach nee, das ist unser... unser Mitarbeiter hier. So, hallo. Erstmal. Ich dachte, wir könnten heute vielleicht ein paar Missionen machen. Und zwar die, die ich, ähm, freigeschaltet hab, als ich Esther das erste Mal besucht hab. Da gab's zum einen die Erkurs-Mine-Mission und zum anderen so eine Agent... äh, Agent-Mission. Hallo, Hen. Klar. Achso, was hat denn der eigentlich? Achso, das hat mich schon mal gesehen. Ein Muschi-Eck. Ich glaub, ich hatte sogar ein Muschi-Eck mal gekauft. Und irgendwelche Seeds. Smile-Bowling. Okay. Könnte man eigentlich mal ausprobieren. Kostet auch nicht die Welt. Achso, die muss ich einzeln kaufen. Oder so rum. Bin einfach mal neugierig. Das müsste funktionieren. Kann ich die mal in den Crawling-Trays, die ich schon gebaut hab, ähm, anlegen. Da müsste ich eigentlich noch mehr als genügend, ähm, Mulch und sonst irgendwelche Geschichten haben. Halt, lass mich in Ruhe. So, bitteschön weg. So. Ja, hier haben wir jede Menge davon. Ich kann doch eigentlich alles mitnehmen hier. Ähm, wie sieht's hier aus? Ja, Kartoffel können wir mitnehmen. Ich wünsch mir, es gäbe ein Button, mit dem ich einfach nur die Ernte einsacken könnte, ohne dass ich aus Versehen den ganzen Trey ausräume. So, die haben alle um die 200 rum. Mulch hab ich jetzt auch. Dann nehm ich mal auch so an die 200 Wasser. Obwohl, das soll ja dann ein bisschen länger reichen. Also 500 pro Tray und den Mulch halt. Ja. Ich glaub, das kann ich machen. Ich hab noch gar keine Ahnung, ob ich das Zeug überhaupt haben will, was ich jetzt gleich anpflanze, aber wird schon klappen. Was nicht klappt, ist, dass ich hier geärgert werde. So, da noch Wasser rein. Ähm, wo ist denn der Mulch? Ich glaub, der ist hier drunter. Genau. Das muss erst mal reichen. Und dann unsere neuen Samen. Okay, die Eier sind auch irgendwie als Landwirtschaft. Ja, das kann man, das würde ich so sehen. So. Ähm, ich lese gleich, was du gesagt hast. Ich wollte hier noch das zu Ende machen. Ähm, wo ist mein Mulch? Da ist der. Da rein mit dir. Und. Achso, das sind, äh, Nahrungsmittel. So, hier rein mit dir. Und, was hast du geschrieben? Kann man das Zeug aus den Extraktoren automatisch in den Furniss packen? Ja. Aber ich glaub, da brauchen wir noch so ein, so ein Item-Verschiebe-Device. Und das könnte sein, dass wir dafür einen besseren Maschinen-Table brauchen. Also ich kann ja später dann die hier upgrade. Silicon-Boards? Ich brauch nur zwei Silicon-Boards. Und ich kann die direkt hier herstellen. Okay, ich quäte mal unsere Maschinen-Table ab und guck mal, ob das das Richtige ist. Hybrid-Direction-Vie. Ich glaube, es könnte eins von diesen Dingern hier sein. Vielleicht irre ich mich dann aber auch. Basic-Computer klingt interessant. Hm. Ups. Es ist nicht hier drin. Aber wir können jetzt andere coole Sachen bauen. Ich frag mich grad, was dieser Basic-Computer macht. Kostet jetzt auch nicht die Welt. Research-Wate. Braucht mal ein paar davon. Hier vielleicht? Was braucht denn das Ding zum upgraden? Carbon-Blade, Advanced, Stick of Rams. Das hier sieht sogar schon so ein bisschen aus wie Gates. Das hier könnte es auch sein, diese Logik-Dinger. Laser-Wifel. Okay. Warum auch immer das da drin ist. Sogar gar nicht mal schlecht. Laser-Tirret. Also quasi die Waffe vom Laser-Tirret als so abgebaut und in der Hand benutzt. Können wir gut vorstellen, dass es hier drunter zählt irgendwann. Also Stick of Ram können wir jetzt bauen. Also das waren es. Die anderen Geschichten müsste ich jetzt mal kurz gucken. Stick of Ram, was brauchen wir dafür? Plastik, Polymer und Gold und Silicon Boards. Plastik, Polymer ist, ich glaube, Chemiekram. Mal gucken. Das wäre hier drin, irgendwie. oder auch nicht. Oder ich muss es erst mal freischalten. Dann schalten wir das mal kurz frei. Chemie. Ah, ich habe es doch schon freigeschaltet. Jetzt müsste ich rausfinden, wo es hergestellt wird. Aber das war schon hier die Chemie-Geschichte. Genau. Advanced Plastik brauche ich auch noch irgendwann. Oder die... Ich glaube, das hier werde ich mal früher oder später brauchen. Dafür brauche ich aber schon Plastik-Polymer. Okay. Oder muss ich das vielleicht upgraden? Empty Bottle und Plastik-Polymer. Okay, wenn wir das schon brauchen. Zum upgraden. Ah, okay. Hier ist es. Water und Carbon Dioxide. Das ist nicht so schlimm. Oder Salz und Milch. Ach, genau. Deswegen wollte ich unsere Viecher haben. Aber es geht ja auch mit Wasser und Carbon Dioxide. Müssten wir eigentlich beides mehr als genügend haben? So, Wasser kann ich hier ein paar mitnehmen. So, ich will jetzt aber auch nicht... Carbon Dioxide müsste eigentlich auch hier drin sein. Das heißt, wenn es jetzt nicht irgendwo anders drin gelandet ist, würde ich das eigentlich sinngemäß dorthin schmeißen. Hier an diese Lücke wahrscheinlich. Ähm. Wo kriegt man Carbon Dioxide gleich nochmal her? Ich glaube... Konnte ich doch auch noch irgendwas in den Dingen schmeißen. Haben wir. Okay, das ist super. Bei mir unten. Okay, dann gehe ich mal zu dir. Achso, ich kann doch gleich hier den Teleporter nutzen. Spare ich mir zwei Teleporter-Animationen. So, was war das Wasser? Das letzte habe ich schon vergessen. Kann es sein, dass das hier drin mitproduziert wird? Oh ja. Dann nehme ich gleich mal alles mit, wenn das in Ordnung ist. So, ich mache mal hier die Lücke zu. Ähm, so. Carbon Dioxide, hier die zwei und... Wo sind die anderen jetzt? Ich ordne die alle mal. 17. 17, Tankstenbar, Ironbar. Oh, dankeschön. Ähm. Achso, ja. Zum Startlabor. Dann kriegen wir diese komischen Polymore. Dann kann ich gleich nochmal die erweiterte Forschung bei mir freischalten. So. Vier Stück kriegen wir da pro... Achso, Kupferbahn war das letzte. Ja, komm. Ist jetzt kein Problem. Fünf Stück nur? Ah, okay. Fünf mal drei sind 15. Es hängt immer noch am Carbon Dioxide. Aber kann ich erst mal das hier freischalten. Dann haben wir hier diese Advanced Plastics irgendwann. und hier brauchen wir diese Carbon Plates. Carbon Plates glaube ich werden... kommt auch irgendwie aus dem Schmied. Was wollte ich... Achso, ich wollte das hier upgraden. Genau. Carbon Plates Advanced Prozessoren. Kann ich die eigentlich schon bauen? Das wäre doch auch hier drin. Da oben. Silicon Boards und Goldbahnen. Gold weiß ich jetzt noch nicht. Auf jeden Fall brauchen wir viel Gold. Kannst du mir mal Kupfen... Äh, das Kupfer und Tanksten drogen? Ja, äh, ja, klar. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Wo bist du? Ähm. Machen wir mal die Hälfte. Und wo ist das Tanksten? Äh, Quatsch. So rum. Und auch weg damit. Gold habe ich gerade gar keins. Ich habe zwei Goldbahnen. Äh, zwei Golddinger. Das ist noch ein bisschen wenig. Zugegebenermaßen. Ich vielleicht noch was in den Kisten davon. Und ein bisschen Eisen, bitte. Ups, Entschuldigung. Ich gehe gleich zurück. Eisen, ja. Da haben wir mehr als genügend. So, weg mit dir. An der besten mache ich das Gold gleich unten. Dass wir da noch ein bisschen mehr rauskriegen, wenn es geht. Neun. Also elf. Eisen insgesamt. Das ist alles nicht so viel. Gold, äh, Silbererz. Vielleicht kriegt man da noch ein bisschen Golderz raus. Und das hier könnte man eigentlich auch mal versuchen durch den, äh, durch den Smelter zu jagen. So. Coverbase. Dann tausche ich mal hier kurz aus. Ähm. So, mach mal hier aus dem Gold ein bisschen was. Okay. Ja, ich glaube, ab und zu kommt mal ein Doppelter raus, oder? Ich habe jetzt elf reingegeben. Da hätte ich eigentlich nur fünf rauskriegen müssen. Ich habe zumindest sechs rausgekriegt. Ist jetzt auch nicht die Welt, aber es ist mehr als vorher. So. Aus meinem Eisen habe ich auch ein bisschen mehr. Funktioniert das, wenn ich das hier reingebe? Nee, das müssen wir irgendwie anders verarbeiten. Ähm. Ich gebe das mal dort hin. So. Was schreibst du? Äh, wir haben so viel. Ja. Ja, das ist erst mal ganz gut für, ähm, für alles. Ähm, natürlich haben wir jetzt nur so ein paar Grundstoffe. Also, Taksen ist das mit, ähm, erweitertste, äh, am fortgeschrittensten Material, aber uns fehlt gerade irgendwie Gold und Silber für die fortgeschrittene Elektronik. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Ich gucke mal, ob mir noch irgendeine Forschung fehlt für, die das irgendwie sinnvoll wäre. Also, langfristig brauchen wir Graphen, genau, die Carbonplatten. Die Carbonplatten, wie kriege ich denn die? Wo sind die überhaupt freigeschaltet? Okay, hier können wir das so herstellen. Ich dachte, das wäre irgendwas mit Richtung Chemie. Bei Geologie, okay. Könnt, habe ich einfach jetzt gerade überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, aber danke. Ah, okay. Carbonplating. Okay, Kohle und Carbon. Das ist, was ich da auch in den Smelter reingeschmissen habe. Vielleicht muss ich das an der anderen Geschichte da schmelzen. Hier an dem normalen Schmelzofen. Oh, der hat bei mir gerade wieder einen Auftrag, der Avidi. Weiß nicht, ob wir das machen wollen. Kannst du ja von mir aus ruhig. So, hier jetzt hier Carbonplatten. Da sind sie doch. Oh Gott, wir brauchen Blei dafür. Autsch, schmeiße ich jetzt mein Blei dafür weg? Ich glaube, wir müssen früher oder später doch auf andere Planeten. Okay, du hast 14, dann mache ich das. Dann habe ich jetzt meine Carbonplatten. So, war da noch irgendwas zum Besearchen für die paar Carbonplatten? Das war das falsche Menü. 10 brauchte ich. Und dann so Fulic Acid. Meinst du, die Lava aus anderen Planeten hat mehr Rohstoffe? Andere Planeten haben teilweise andere Kerne. Also da ist statt Lava dann irgendeine blaue Flüssigkeit im Kern. Oder früher hatte ich auch öfters mal Nitro irgendwas. Nitrogen. Liquid Nitrogen Kerne oder so ein Quart gab es dann. Und es gibt Planeten mit verschiedenen Flüssigkeiten so als Meer. Also in beide Richtungen gibt es dann Möglichkeiten. Oder einfach verschiedene Erden von Planeten, dass wir die einfach im großen Maßstab abernten und dann entweder durch den Rock Quasher oder durch den Powder Sifter jagen. Und da kriegt man dann auch relativ schnell viele Rohstoffe. Die beiden Möglichkeiten gäbe es da. Ich glaube aus unserem Heimatplaneten Erde, da kriegen wir jetzt auch nichts so besonderes viel raus. Vielleicht noch ein paar bessere Stimmt eigentlich. Es gibt noch eine verbesserte Variante von diesen Siftern. Was brauche ich denn dafür? Was? Das falsche Menü? Elektronics. Das könnte ich schon freischalten. Das hast du ja auch schon freigeschaltet. So und hier ist der besseres Powder Sifter und Rock Quasher Titanium Bahn. Ah okay. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht genau wo wir den herkriegen. Achso hattest du jetzt eigentlich schon die Frage Ja? Du hast unseren Brunnen abgekappt Hahaha Entschuldigung ich weiß gerade gar nicht welchen Brunnen du meinst Ja ich hab den Brunnen nochmal ein bisschen umgebaut Besser gesagt ich hab aus Versehen den Brunnen abgerissen als ich hier meine äh diese Holzkonstruktion weitergebaut hab also als ich das hier unten gebaut hab hab ich aus Versehen den ganzen Brunnen abgerissen und dann hab ich versucht den wieder zu reparieren mit dem ich da einfach die Dinger nochmal hin getan hab ist nix hier nix weiter gelaufen ok Entschuldigung naja die erste Ernte von dem hier was bringt das Swimboost und Oneboost ja nehme ich gerne mit oh hier kommt Plant Fiber raus das braucht man ja auch für jeden kleinen Mist das nehme ich auch gerne mit und was ist das Immun Protopoison und Defense ich glaube das ist beides gar nicht mal so schlecht Protopoison falls wir irgendwie auf so einen Protoplaneten gehen könnte das nützlich sein ist da noch so ein Block übrig ja war mir nicht ganz sicher ob das jetzt ein Grafikfehler war ich hab mal das Ding einfach mitgenommen so ja das ist eigentlich okay wie das hier aussieht ich hab ich weiß nicht ob du das auch kennst das Gefühl man gewöhnt sich einfach an viele Sachen so länger man die irgendwie hat so hier oben das was da reintropft das sollte eigentlich auch hier unten alles gesammelt werden mit der Zeit und dann sollten die Pumpen das schon mitnehmen so und ich hab schon wieder Hunger was wollte ich denn jetzt achso die Mission machen wäre das in Ordnung für dich wenn ich jetzt die Mission einfach betrete ich weiß jetzt auch nicht wie lange das bei dir dauert ob du mich hörst und ob du mir dann antwortest aber ich hab wirklich große Lust das zu machen deswegen geh ich jetzt schon mal einfach da rein ich sollte eigentlich genügend Dinge haben um da mitzumachen ich höre dich irgendwie laufen während ich auf die auf die Mission teleportiert werde in front of the temple looks heavy guarded so ok mayhem dead is den joy was hä ach das ist bestimmt was die da gesagt haben es muss etwas wertvolles hier geben äh Geheimnisse erwarten uns ok erfahrungsgemäß waren diese Missionen immer relativ groß ich kann mich jetzt aber nicht mehr genau an die erinnern aber in der Regel gibt es sehr sehr viel zu looten so und ich gehe einfach davon aus dass hier alles gefährlich ist was uns begegnet so hier die kisten habe ich noch gar nicht oder hast du die schon durch geguckt ich glaube ja so das kann ich nicht anklicken ich weiß doch gar nicht wo es weiter geht aber die Musik ist schön jetzt ist das Spiel bei mir abgestürzt okay ähm sorry ich habe keine Ahnung was da jetzt passiert ist ich hatte jetzt einfach das Spiel nochmal neu zumindest versuche ich das gerade hm tschuldigung ich hoffe das ist jetzt kein problem generell mit diesen missionen bin zurück gegangen deshalb ähm ach so aus der mission raus oder wie mal sehen wieso bin ich hier gestartet da wo ich quasi das letzte mal gestartet bin aber ich hoffe die Rohstoffe sind noch alle da und das was ich gecraftet habe und so weiter ja das sieht eigentlich ganz gut aus ähm Carbon hatte ich eigentlich wollte ich die mission gerne spielen aber wenn das dann nochmal abstürzt dann riskiere es lieber nicht ich warte jetzt erstmal kurz bis du wieder da bist ach so den brunnen den du gerade nochmal repariert hast den kann ich mir auch nochmal kurz angucken ja sieht auch noch super aus wird da jetzt auch eingepumpt ja 60 auch 60 55 ja komm hier durch vielleicht mach ich hier noch ein paar ähm Dinge ein paar Plattformen hin dann stürze ich nicht immer gleich so stark in den Tod ich werde kurz meine Ausrüstung auf okay mach das etwas was ich mir auch überlegt hab wenn du bei mir im Spiel bist dann bist du ja trotzdem über einen Planeten den könnte man vielleicht auch noch abernten so mit ein paar verbesserten ähm hier mining lasern einfach die Erde im großen Stil abernten und dann durch so einen Powdersifter hier jagen oder auch die Erde einfach zum bauen dann benutzen so ich wünsche es gibt Erfahrungspunkte beziehungsweise es gibt ja einen Not mit Erfahrungspunkten aber der ist gleich schon wieder so übertrieben obwohl eigentlich ja doch gefällt mir eigentlich schon der Bot so leider spiele ich immer so langsam sonst würde ich eigentlich schon längst hier das richtig groß gemacht haben okay ich habe hier coole Sachen bekommen was ist ein Void Buag ist das eine Waffe ein Schild ist das okay kann kann ich aber auch wieder einordnen so meine normale Kleidung ich könnte ja mal gucken während du deine Ausrüstung aufwertest ob ich auch irgendwie schon was besseres bauen kann theoretisch hätte ich jetzt auch Tanksten zur Verfügung also du bist jetzt schon mal auf meinem Server beziehungsweise auf meinem Spielstand der Steam Deck ist das Server ich glaube das ist sowieso der ganze Witz an dem ganz ja ist das hier so jetzt muss ich die noch reinladen oder du lädst dich ein ja okay du bist schneller gewesen ach so ich wollte trotzdem gucken ob ich irgendwie noch bessere Ausrüstung bauen kann das wäre ja dann hier Rüstung das müsste ich jetzt alles durchgehen kann ich überhaupt ich kann eine Gasmaske herstellen die hat zumindest ordentliche Rüstungswerte Hazard Leggings okay das ist schon quasi die Tanksten Rüstung Rüstung 4,8 irgendwas 9 ich überprüfe mal mit meinem 4,4 ich glaube meine ist stärker die hat zwar weniger Energie und weniger Herzen aber die anderen Werte sind durchaus gut ach man kann ja vielleicht noch solche Dinger bauen Toeing Boulder Tabal am lustigsten wären ja die Bomben wohl okay Honey Drohne warum braucht man für einen Backeye Drohnen ich dachte der hätte da müsste mindestens noch eine Königin drin sein ja achso ich muss auf mein Schiff dafür für die Mission und dann schauen wir mal ob das gleich wieder abstürzt ich hoffe nicht ich hoffe das funktioniert jetzt okay die Mission liest sich auch so wie dass wir da selber treasure hunten gehen ups wie viel haben wir hast du Medizin ich habe tatsächlich noch nicht so viel Medizin und es gibt aber irgendwo eine Apotheke da müsstest du dir vielleicht was selber herstellen können oder ich gehe nochmal zurück zum Schiff und produziere noch welche ich weiß jetzt nicht wie schnell du bist ich gehe einfach nochmal zurück das sollte jetzt nicht so schlimm sein hab leider nichts zum herstellen dann gucke ich mal ob ich schnell noch was herstellen kann macht natürlich Sinn dafür wären jetzt eigentlich auch die Bienen gut zum okay ich kann diese Salven herstellen und ein paar Stimpacks Stimpacks brauchen Petals Living Woods habe ich auch nicht so viele Medical Spritzen was brauchen wir denn für Bandagen okay Fabric und das ist mir schon ein bisschen zu teuer das könnte man sogar so mit Bienen herstellen aber achso das das Rad ist direkt daneben ich glaube Bandagen sind besser als das normale aber die kosten indirekt 8 Stück von solchen Fiber Dingern mal sehen stelle ich mal 20 her davon und dann 10 Bandagen ich glaube damit bin ich selber erstmal gut versorgt dann gebe ich dir mal hier die großen Medical Kits und für mich selber mache ich mir hier noch so ein paar Bandagen die reichen mir eigentlich so wo bist du da achso du bist noch im Nenü gerade machst du mir eine Straße kaputt okay ach damit wir hier vielleicht noch ein bisschen Wasser einsammeln können ich weiß es gerade nicht das läuft da unten ab und spätestens hier verschwindet das dann irgendwann aber ich wollte ja eigentlich gerade Medizin geben habe leider nichts zum herstellen und achso das weg und das jetzt hierher wenn ich hier hier drauf drücke dann sind die ist schade danke bin ich wieder im chatmenü festgetragen achso du hast hier einen raum gebaut ok ja ja sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus ist mir gar nicht aufgefallen aber ja hübsch da sammelt sich jetzt Wasser drin ja ähm was wollte ich jetzt noch bevor ich vergessen habe was wir achso ich wollte wieder in die Mission rein ist nur temporär ja dachte ich mir schon ähm zum Schiff ich komme doch von hier aus gar nicht in die Mission ich bin schon wieder richtig gut abgelenkt äh ich weiß nicht wie lange ich heute durchhalte bevor ich überhaupt nicht mehr reden kann aber ähm eine Weile wird es noch reichen so jetzt auf zur Mission und hoffentlich ein paar coole Sachen looten ähm man könnte auch hier hintergehen ich weiß bloß nicht ähm ob das ein besser Weg ist wenn ich hier rein springe dann komme ich nicht mehr raus ich kann ja erstmal den normalen Weg laufen so der begrüßt mich mit dem Flammenwerfer das ist ja mal gemein aber ich habe größere Reichweite als du so jetzt wollte ich mir hier die Kisten anschauen gibt es hier vielleicht noch irgendein Geheimding was man drücken kann muss ich glaube nicht oder ne zum drücken ist hier nichts ähm okay was auch immer gerade passiert ist ah ja cool könnte mal versuchen mich daran zu gewöhnen ah hier unten kommt man auch rein irgendwie oder da unten ging es weiter aber ich kann nicht gerade sehr lange unter Wasser bleiben wir haben gerade gleichzeitig die Tür aufgemacht okay dann geht es wohl hier unten weiter ähm ich glaube der ist gefangen welcome what can I sell you okay dann verkauf mir mal irgendwas old english game egg ähm hallo ich würde gerne dir das Zeug abkaufen schicken schicken farmas ich immer okay jetzt habe ich aus Versehen mein ganzes Geld für ein paar alter war das Ei teuer ähm gab es noch irgendwas wirklich cooles was ich von dir kaufen hätte wollen aber die braucht wirklich lange zum Aufladen ist das nicht das was ich sowieso schon habe die ist aber von den Werten her ziemlich heftig Sparrow press wir brauchen es bringt die Orwee Finary ja da gebe ich dir recht okay dass auch immer das gebracht hat dass wir das da drauf machen read all okay das ist neu dass es einen Button gibt dass ich alle Bücher lesen kann die da drin gefangen sind außerdem sehe ich da gerade noch ein Pixel ist das hier auch was zum Elfen ja das war irgendwie ein Schalter oder hast du den schon aktiviert ah ok haben die sich haben die gerade die Tür zugemacht so na wir schafft okay ist hier noch irgendwas zum nö ich nehme an du hast da unten alles schon leer geräumt dann geht es da vielleicht weiter ja achso ja das ist für die Frage ob du da alles okay wo geht es denn jetzt hier weiter ist noch irgendwo was ja probieren eventuell kommen wir da bei dem äh Brunnen raus auf der anderen Seite ah hier ist noch ein Schalter gewesen okay ich folge dir einfach mal könnte sein dass du die Mission jetzt besser kennst als ich bei mir ist das schon drei Jahre her dass ich die gespielt habe ah da unten ist ähm kann es sein dass wir da noch einen Schalter brauchen den hast du ja gerade umgeschaltet ähm hier gab es noch andere Schalter die drücke ich jetzt auch nochmal wo war denn der hier der äh komm zum kleinen Brunnen ja mach ich Doppelsprung wäre dann eigentlich auch nicht schlecht dafür brauchen wir dann auch nochmal ein paar Silber und Goldbahnen für diese extra Mission und äh der Doppeltash funktioniert auch nicht so richtig so ist das der Brunnen den du meinst du bist noch ein bisschen weiter links ach hier da hinten der Brunnen okay dann ab nach unten ah ok dann geht es hier doch ein bisschen weiter warum reagiert denn die eine Taste jetzt gerade so träge ähm ich heile mich mal am besten ah ok ok das funktioniert leider nicht dass ich mich mit Bandagen und Dingern gleichzeitig heilen kann so ich habe mir nochmal Frischluft so und dann versuche ich mal so schnell wie möglich hier durchzukommen unser Wasserpack hätte schon glaube ich gereicht ach Gott hier gibt es ja mehrere Möglichkeiten wo man lang kann oder geht es hier noch hier geht es noch weiter ist hier ist hier gerade was ah verdammt da sind Kisten ähm ich muss mal kurz hier raus verdammt ich bin gestorben alter ähm bist du noch in der Mission jetzt bin ich natürlich gespannt habe ich meine ganzen Ressourcen verloren das wäre sehr ärgerlich komm mal einfach fix zu mir ja das stimmt eigentlich oh ich habe mein ganzes Loot behalten das ist super und jetzt kann ich einfach zu dir gehen das ist ja richtig praktisch ich bin so erleichtert dass ich mein ganzes Loot noch habe ok jetzt bin ich ähm immer noch unter Wasser ok da habe ich ja gerade alles gelootet aber hier scheint es ähm nichts besonderes zu geben da ist ein Schalter den habe ich aber jetzt zu spät gesehen erst ähm nochmal komplett heilen stimmt das könnte man vielleicht sogar um äh so ich trau mich doch mal hier runter ich habe doch Moment äh hier wo ist das Swimboost hast du den Schalter gedrückt weiß ich nicht ob den Schalter schon nein ok ja jetzt bin ich zu weit weg um den nochmal zu drücken ich sammle einmal noch Luft und dann gehe ich jetzt äh nochmal schwimmen Swimboost hält auch noch eine Weile so ich muss mich nochmal hier heilen so Waffe ausgedröstet und dann geht es jetzt erstmal wieder runter ok die Swimboost äh Nahrung ist schon nicht schlecht so hier ist der Schalter hier oben habe ich jetzt gedrückt ah da kommen wir dann hier hoch ne Quatsch äh das wollte ich hab ich hier nicht noch gerade ein riesen Poptop Dingens gesehen ah hier äh ein Flornartefakt zum einscannen ok habe ich schon getötet dachte ich mir ähm so wenn ich sterbe verliere ich doch eh mein achso stimmt so könnte man hier runter oder auch anders äh die Flüssigkeit kann ich nicht mitnehmen hier oder ne ah hier gibt es ein paar Plattformen Achtung ok ok dann heile ich mich nochmal ganz kurz gib mir hier den ah ok ich kriege hier auch gerade ne Warnung ok hier ist der ganze Loot ähm hast du zufällig ähm ah hier ist mein mein Dingenshaken ach so du nimmst dir erstmal hier alles ja mach mal die Fackel wieder an waren nur Pixel ja schade aber hier geht es ja jetzt hier weiter runter hatte ich nicht auch noch was gegen Gift Moon Radioaktive Burn vielleicht bleibe ich mal nicht im Gift stehen während ich mich frage ob ich was gegen Gift hab in der Zwischenzeit bin ich dann hier auch raus irgendwie und hab mir einfach so gegen geheilt das ist kein Gift ok stimmt sonst wäre ich ein bisschen schneller tot ist das gefährlich oder kann ich das kaputt machen ich könnte es vielleicht einscannen so ein beautifuler ok jetzt kommt der Boss ich sehe es auch gerade ach so ein Boss ist das ach verdammt da brauchen wir ja das Guild um den zu machen und am besten eine Fernwaffe so jetzt kämpfst du mit Nahkampf und ich mit Fernwaffe ok auch nicht schlecht ich schaffe es auch hier von dem Streuschuss immer getroffen zu werden dann versuche ich hier Akko zu pullen und auszuweichen und du kämpfst einfach gegen den oh ich habe Madness bekommen wie auch immer das passiert ist kann ich ja mal diese Madness versuchen äh verdammt ich brenne jetzt bin ich gleich tot irgendwie habe ich es überlebt ich weiß selber nicht wie so ok ähm wir bleiben es mal ganz kurz bis ich wieder bei dir bin schade um die ganzen Pixel sehr schade so wenn ich jetzt wieder auf deinem Schiff auftauche dann ne ich höre ich höre Geballer das hörte sich so an als hätte ich was getroffen ja jetzt mal wirklich hier auf meine Health aufpassen das soll Tier 2 sein obwohl es ist ein Tier 2 Boss so Energie und weiter geht's Ups aber ich kriege Madness wenn ich mich davon treffen lasse ich weiß nicht ob es an der Madness liegt aber ich habe gerade das Gefühl dass ich ähm keinen Schaden bei dem Viech mache ich heile mich nochmal sicherheitshalber jetzt versuche ich es nochmal mit dem Teil ja Heilung ich brauche wirklich was gegen ich brauche was gegen Feuerschaden Couch das tut immer sehr viel zu sehr weh wenn er mich trifft aber interessant dass ich hier Madness kriege immer wenn er diese roten Teile verschießt so jetzt renne ich schon wieder ja Hilfe so war's das? joo geschafft wenn wir jetzt mit dem Ding hier interagieren oder hast du schon Relic Shield habe ich bekommen du auch? ja habe ich dir getroppt ach und deswegen habe ich das bekommen gut aber ich bin ja eigentlich kein Shield User sondern ähm 3% Quit Chains das ist natürlich schön ein Bogen mal gucken wie viel der Bogen hat im Vergleich zu meinem hier hoch ähm ich gucke gleich 14 pro Schuss 11 pro Schuss ich nehme dir jetzt mal den neuen Bogen der sieht gar nicht mal so schlecht aus jetzt versuche ich gleich da hoch zu kommen alter jetzt scheitere ich noch an diesem Geschicklichkeitspuzzle neeein joo danke so jetzt wieder diese Flüssigkeit ist hier ah da gibt es noch einen Schalter so und dann können wir oben weiter ah ok falls wir später mal hier weiter müssen ok das war nur ein Zwischenboss ok geht es hier weiter sieht sehr gefährlich aus ähm kannst du mal nach links kurz weiter gehen ich habe mich gerade ausgesperrt Aua ich glaube achso ich könnte vielleicht äh das hier machen ich habe ein bisschen Angst vor was auch mir hier gleich passiert sieht ein bisschen aus wie eine Arena ja ähm erst mal ein bisschen habe ich zufällig noch ein bisschen Nahrung die mich bufft was habe ich denn hier ich habe diese Blister da glühe ich ja kann jetzt nicht schaden Talonsport Ice Resistance ach komm ich nehme jetzt alles was ich kriegen kann der Honig halte mich auch ein bisschen Blimboost ähm radioaktive Burning radioaktivität und hier kriege ich noch ein bisschen Defense so dann irgendwie dachte ich jetzt aus diesen Pseudotüren was ist denn das jetzt passiert na toll jetzt geht's los so heile mich heile mich okay ich muss okay jetzt fängt an die Lava zu verschwinden Mission complete schön ich habe hier ich bin noch leicht ein bisschen abgelenkt so jetzt kann ich mich erstmal wieder kurz heilen ich mache gerade noch so eine kleine Nebenmission ähm achso die die bleiben ja schön weit weg jetzt kann ich mal meinen neuen Bogen ausprobieren was macht denn eigentlich die rechte Taste bei dem Bogen okay schau mal in den Chat hello ah hallo ja danke ah hier ist jetzt ein bisschen Angst das zu drücken aber ähm ich drück's einfach mal keine Ahnung was jetzt achso vielleicht kann vielleicht ist jetzt die Tür freigeschaltet und wir können weiter ähm nochmal hallo in den Chat Ali der Avali oder ach Gott brauche ich jetzt hier ein Seil um da hoch zu kommen oder einen höheren Sprung oder so ein Miniball hoppla das habe ich ja nur ganz knapp überlebt verdammt ich bin fast drauf gegangen okay ist hier oben noch irgendwas das sieht aus wie eine Abkürzung hier ist alles leer okay äh gab's zufällig bei diesen Diamanten was einzusammeln achso ich habe hier eine ganze Weile gebraucht um gegen die Viecher zu kämpfen das heißt ähm du hattest ja auch genügend Zeit du hattest noch genügend Zeit äh hier das alles einzusammeln äh hier das Ding muss ich berühren okay dann ist jetzt die Mission auch für mich complete und ich habe meine Belohnung bekommen und irgendwie so ein Meta Manipulator ahnliches Ding äh Kristall okay das kann ich erforschen das ist auch cool und das ist der Meta Manipulator der Mörder Manipulator Tier 3 würde ich jetzt mal anstelle von einem Bogen weil mit Bogen kann ich eh nicht so gut umgehen ähm willst du die Maske ich brauche eigentlich keine Maske die sehen bei mir meistens blöd aus meinst du die Maske die du gerade anhast ja ich habe auch irgendwo wo ist denn die Maske jetzt ach hier ist sie was ist denn das hier Relicials das passt sogar einigermaßen ähm irgendwo gab es hier noch ähm doch die passt ja äh ich hatte irgendwo noch eine Kiste mit ganzen äh ganz viel Kleidung abgelegt wenn du da irgendwie hier was noch aussuchen möchtest so was hatten wir jetzt noch so an Loot in den meisten Loot hattest du ja ich habe noch ein Meta Manipulator Modul gekriegt sehr schön und das war es eigentlich und äh diesen komischen Kristall den man jetzt erforschen kann waren nur Pixel das glaube ich der sogar ähm schade irgendwie dachte ich trotzdem da kommt vielleicht mehr rum da finde ich die diese andere Mission deutlich ergiebiger so ist ein bisschen was hier ja ich hole mir noch mal was von diesen tollen Früchten hier das Zeug wächst ziemlich schnell habe ich vielleicht noch irgendwas zum anpflanzen ähm Tomaten haben wir jetzt interessant achso das war ein Ei das hier Talon sieht was macht denn was macht denn Talon gleich nochmal ich weiß es jetzt gerade gar nicht oh der hat jetzt sich ganz schön viel genommen aber das ist egal das das achso der braucht Wasser sonst verdurstet der gleich nehm ich dir erstmal hier nehm ich von dir hier nochmal die Hälfte so dann ist der auch glücklich achso ich hab doch Madness bekommen und mit Madness kann ich jetzt ok 12 Madness reicht das für irgendeine Madness Erforschung 200 brauche ich dafür ok und dafür brauche ich nur 20 Tier 1 Psychiatric Health you can see da bitte Disconnected from Reality sure Consola ok hm was bringt das äh das sieht eher aus wie was zum das sieht cool aus ok der Doktor hat sie dann oben Insane Nodes mhm nett Wimworlder Set ok ist das aus dem Spiel Wimworld so abgeleitet sieht auf jeden Fall auch nicht schlecht aus und das ist eine Tier 3 Rüstung mhm ok damit kann ich jetzt leider noch nicht so viel machen aber langfristig wird schon wird es bestimmt interessant werden ich würde mal kurz gucken was noch an Aufträgen hier dran ist ähm so ein Artefakt become a peacekeeper rebuilding reputations speak ja ah oh wir kriegen ganz schön viele Rewards wenn wir das hier mal machen aber space mech ich weiß nicht können wir das jetzt schon freischalten diese Mech äh Testmission würde ich mal kurz gucken ob das geht wenn das in Ordnung ist äh mache ich das einfach mal für mich einfach nur weil ich da draus auch ein paar äh hier Silber und Goldbahnen kriege ok da wollte ich eigentlich nicht hin so du verkaufst mir Fahrzeuge das ist eigentlich auch nicht schlecht Kavali Hoverbike das sieht sogar rechtlich relativ gut aus ja aber wir brauchen die Raffinerie langfristig dafür so dann lauf nicht vor mir weg ready ok es sollte jetzt noch eine relativ einfache Mission sein das sieht doch interessanter aus du kannst dein Mech mit E verlassen sprint with double tap ok das hatte mir doch gerade schon mal gesagt genau achso jetzt äh kann ich mich jetzt wieder nicht bewegen weil ich im Chat festhänge ok mein ich glaube die Mission wurde stark verändert weil das hatte ich nicht in Erinnerung aber ist ja cool mein Mech kann wird sich auto-couchen warum ist er eigentlich so lila die switches vom quad zu ähm double tapping up ah nice hier hier achso hier ist eine Anti-Gravity Geschichte kann ich was in der ne in der Kiste ist leider nichts ähm oh ich habe einen Flammenwerfer der ist relativ schnell der Mech ist heute hat das Ding überhaupt genügend Reichweite um da reinzukommen ja so ich ich glaube zwar nicht dass in den Kisten was ist aber ich muss trotzdem nachgucken so ich glaube das wäre relativ cool wenn man die Mechs dann einfach so schon mit auf die Planeten nehmen könnten so ich habe doch jetzt hier alle wie komme ich denn jetzt hier weiter oder geht es da oben weiter ähm nochmal die äh Dinger lesen Senderflats äh you need to learn to lead your target's property okay habe ich doch gemacht dachte ich oder muss ich das Ding auch zerstören vielleicht mit der rechten Taste ich habe schon ziemlich coole Waffen dafür dass das eigentlich oder muss ich äh ist das nur ein ich habe ich verstehe jetzt gerade nicht was der von mir will ich habe ich verstehe jetzt gerade nicht was der von mir will lass mich hier rein also ich glaube dass es da weiter geht es gibt es vielleicht noch irgendwo so jetzt bin ich hier ja das habe ich schon gelesen jetzt sagt mir was als nächstes kommt ähm das habe ich doch gar nicht geöffnet warum gleich kaputt schießen aussteigen vielleicht ähm möglich ich mache die Mission nochmal kaputt schießen oder aussteigen ähm hat gefühlt nichts gebracht ich hoffe ich kann die Mission jetzt nochmal machen dann versuche ich nochmal aufzupassen was der von mir will weil ich hätte jetzt schon gerne Mech das hat Spaß gemacht so kleiner Pinguinfreund jetzt äh versuche ich mir ein bisschen mehr aufzupassen was du mir sagst so willkommen zum MechTech Trainingskurs so ein und aussteigen habe ich gelernt so wir können so wir können uns ducken und mit Double Tap ja ein bisschen schneller bewegt er sich aber so richtig merke ich das nicht so Auto Quouch ja haben wir jetzt auch gelernt ähm ja hier bin ich ein bisschen schneller so langsam durch so ja hier neben ab und zu Damage ok ok ich soll meinen Mech nicht verlassen vielleicht war das der Fehler weil ich den verlassen hab ok ok alle Targets zerstören erlaubt mir mich weiter zu bewegen so jetzt habe ich alle zerstört oder gibt es noch irgendwo ein Target das ich nicht sehe oder hätte ich warten müssen das erste Target zu zerstören der Pfeil zeigt in die Richtung okay ich hänge jetzt schon wieder hier fest wird auch ein Bug sein der Mission ähm ich versuche es noch einmal und da warte ich jetzt wirklich ab bis der mir quasi den Befehl gibt äh alles zu zerstören bevor ich äh was zerstöre es wäre zwar ziemlich komisch die Mission so zu gestalten aber vielleicht ist es halt so aber ich tippe schon fast darauf dass es ein Bug ist und dass die Mission jetzt gerade nicht geht dann müssen wir halt aufs nächste Update warten ja komm dreht mir nochmal die Mission ich weiß nicht was hier kaputt ist aber ja so mit E einmal raus wir springen einmal hier rum ah jetzt habe ich aus Versehen angefangen zu fliegen kann ich eigentlich auch so machen so Auto-Crouch kann ich hier drin eigentlich auch rennen möglich jetzt hat das mit dem Doppeltap nicht so gleich geklappt okay das war jetzt auch gerade ein bisschen schwieriger so ich passe auf meine Fuel und Health Reserven auf ja okay so jetzt habe ich diesen Text bekommen eins zwei und das war's das finde ich jetzt irgendwie seltsam ich gehe jetzt doch nochmal den Rest des Levels ab vielleicht gibt es noch irgendwas was ich ernsthaft da hat sich noch so ein Ding versteckt jetzt komme ich wieder nicht hier hoch weil wenn ich nur so ein bisschen nach links oder rechts gehe dann verliert er genügend Momentum um nicht in die Schwerkraftzone zu kommen okay das war's jetzt das war das Geheimnis dass da sich auf der anderen Seite noch so ein Ding versteckt hat okay switch mal so proceed your mech okay das weg das weg ich durfte eigentlich keinen Fallschaden kriegen aber zertritt ich jetzt das Ding aus Versehen ja remember you create mech rea okay tinkering table using your tweakators ab okay also das hier ist schon sehr stark auf fucking universe abgestimmt die mech mission so gab es jetzt noch irgendwelche texte die ich jetzt nicht so beachtet habe please be aware that your mech who has back damage nö das kann ich eigentlich alles okay hostile entities also exist in okay die will ich mit meiner okay das war relativ leicht ich glaube mein erster mech wird dann nicht so cool sein wie das hier okay ich kann wie beim super mario einfach auf dinge springen okay jetzt würde mir sagen dass ich hier aussteigen muss oder so nein du sollst ah ich krieg hier äh fuel raus equip and refuel okay die mech fuel is important keep okay undefined fuel hab ich krieg ich hier okay can help you pip pip your mech fuel is important if you see enter we start the mission okay hier haben wir doch bestimmt auch noch ein bisschen fuel drin you have to appear to okay was hat er gerade doch gesagt ähm how such a large ship could be ach so wir sind ja gerade auf irgendeinem verlassenen schiff und der fragt sich gerade wie das eigentlich sein kann dass ich da dass da niemand ist aber da kommt zu keiner lösung warum das so verlassen ist naja wir haben es jetzt erstmal geschafft jetzt müsste ich doch von dir eine belohnung kriegen dafür dass ich deinen tollen kurs abgeschlossen hab ja das sieht doch gut aus so and that's how you use a make you can give enough spare resource you can get started with your own engineering see it how to work bla bla blub ein gold ja ein bisschen wenig ich gebe es zu nein wirklich shiny mech technisch okay ich nehme es erstmal an aber das wird nur eine weile dauern ob ich das benutzen kann ah ok hier kann ich die ersten mech teile bauen die sieht natürlich noch ein bisschen billig aus aber wir könnten es bauen das ach kann es sein dass ähm dill arm und black cannon mech arm ach so an dem ding kann ich den mechtern zusammenbauen man sieht wir haben noch gar nichts und ich kann die farbe wählen das ist zum beispiel dieses wunderhässliche lila kriege ich hier auch nochmal dieses schwarz mit der weißen Umrandung ich glaube nicht weißt du ob es äh ähm spontan würde ich sagen ja aber ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher ähm ich kann ja mal bei der Forschung gucken nach äh Schiffsforschung ob ich äh ob wir dann mal den ob hier das mit dem Schiff dann eigentlich mal sowas äh wie Phase wäre STL Code Drive ok das wäre sozusagen der erste Schritt in in den Weltraum mehr oder weniger Basic Mechlex mhm würde ich jetzt einfach mal researchen und hier ging es dann gleich weiter Mech Crafting Part Table Assembly Station und mehr Mech Parts ok die Forschung heißt auch Mech Creation was haben wir noch Vehicle Creation Fasted in Light achso und das wäre dann der FTL Drive dafür brauchen wir ein Iron Bar und Hercules Fuel aber wir haben erstmal ein was ist überhaupt äh das andere für ein Wort STL ähm Solar Travel oder Same FTL FTL STL Faster than Light Similar than Light Lower than Light ok ja das macht auch Sinn ich gehe erstmal wieder zu unserem Labor zurück gucke ob ich irgendwas davon irgendwo craften kann so wo bist du eigentlich bist nicht hier ähm ist das hier zuvörlich ah ok das mal Chip Speed plus 2 Peppy Cupid ähm was war das mache mal eine Mission Fragezeichen damit ich meine damit ich meine Mesh Mission machen kann ok ähm ich glaube dann damit du die Mission auf dem Außenposten kriegst glaube ich müssen wir oder du die ähm die Anfangsquest hier machen hab die Cavern noch nicht gemacht ähm ist die Cavern überhaupt bei dir freigeschaltet richtig also du musstest ja bin grad dabei ok ok ja wenn du wirst kann ich dann auch mit auf die Cavern bei dir gehen ja so ähm beam down achso ich hätte mich gleich zu dir telefonieren können so sind wir jetzt in der gleichen ansonsten gehe ich hier nochmal zum Spaß schnell durch und sammle noch ein paar Gegenstände ein nein bin in meiner ok dann haben wir jetzt jeder unsere eigene Mission ah falsche los los komm lass mich in Ruhe hier weg mit dir so ah ja da brauchen wir wieder Bomben oh war das Advanced Plastic hab ich bekommen das ist auch nett das finde ich sehr gut mit irgendwelchen anderen Quatsch den ich nicht brauche aber das Advanced Plastic das freut mich grad wirklich ich auch ok ähm was ähm Nahrung erstmal ich erstmal hier paar Maiskolben die werden sonst eh schlecht ach Quatsch die hätte ich noch so Öl verarbeiten können aber Öl kriegen wir jetzt eh bald weil darum so jetzt bin ich erstmal voll geheilt und Bomben die könnte ich jetzt eigentlich wieder weil der der Todes äh der Mörder die Mördergeschichte hier ist ja nur einhändig oh was denn das Feines Ghost 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 Lettern Tool Repel Ghosts and Punish Those Who Harm You ok ähm hab ich denn hier einen Platz dafür ist das einhändig oder ist das mehrhändig ah cool damit leuchte ich auch so ein bisschen das können wir zusammen mit äh dem Teil für den für die Munde benutzen dann würde das eher hier hingehören dann kann ich hier auch meine Heil-Items wieder reinschmeißen na das hier wollte ich noch mhm oh sehr schön was ist das für ein Bogen achso die Bogen werden hier eh nicht mehr besonders sein aber hier noch ein bisschen Research und große Augen ne komm das das sieht nicht schön aus aber der Rest der Rest nehme ich gern experimentelle äh äh Impfung der heutigen Zeit kommt das gar nicht mehr so gut an unbedingt so die Kisten da unten mache ich ja später so jetzt habe ich aber inzwischen wieder genügend Nice bekommen bisschen was ich da gegessen habe ist nicht mehr so schlimm so One-Shot ich weiß gar nicht ob das ein kritischer Treffer ist oder ob ich die jetzt immer One-Shotte wäre aber nicht schlecht so was er mal hier fein ist hier ist so ein Teddy der der mal für eine Mission gebraucht wurde ähm da so und hier hatte ich schon oder da war nichts drin Doppelkill Add so Fledermausi und der Giftspucker hier achso Bombe oh meine ganzen Äpfel sind Matsch waren die nicht noch alle Wut vorher paar Minuten mhm könnte man denn den hier mehr benutzen achso jetzt bin ich wieder hier ok da hätte ich wirklich beim zweiten Mal durchgehen hier alles mitnehmen können oh Kernfragment nehme ich doch gern also vom Loot her gefällt mir der Tempel immer noch am besten auch hier muss ich nochmal mit dem Ding durch Warum geht das nicht so einfach, wie ich will? Na? Oh. Sehr schön. Später sehr schön. Ich hoffe, ich kann mit den Dingern irgendwas anfangen langfristig. Wie viel habe ich jetzt mittlerweile davon? Falsche Taste. Hier rein. Da. Fünf. Ah, fünf. Hab meine Mission fertig. Ach, die Mech-Mission hast du jetzt fertig. Sehr schön. Freut mich. Können wir dann ja, wenn ich hier bei meiner draus bin, mal auf andere Planeten fliegen, so langfristig. So. Hab ich da nicht gerade irgendwie noch eine Kiste gesehen? Ich müsste ja früher oder später sowieso da in die Kiste kommen. Die da. Achso, ich muss... Ähm, so. Ah, okay. Da muss ich... Wie, da komme ich doch auch von oben rein. So. Ist aber blöd, wenn man sich hier quasi einsperrt, ohne dass man da rauskommt. Rauskommt. So. Vielleicht da oben schon drin? Weiß ich noch gar nicht. Achso, hier ist ja wieder, ähm... Pumpen. Pumpen-Action gefragt. So. Na ja, zur Not kann man das alles verkaufen. Noch ein Meta-Manipulator-Modul. Hurra! Aber irgendeinen Schalter habe ich vergessen, weil ich komme jetzt gerade nicht nach links. Von hier aus zumindest nicht. Habe ich irgendwo vergessen, einen Schalter zu drücken? Gut möglich. Aber ich habe jetzt keine Lust und keine Zeit, da jetzt nachzuschauen. Ich weiß ja, dass ich, äh... Von hier aus auch... Nee, da war ich schon. Ne, jetzt komme ich ja auch weiter. Da brauche ich einen Miniball, um weiterzukommen. Ah, das ist auch ein Pop-Top. Oh, kommt mal her. Oh, ein bisschen Leder, sehr schön. Freue ich mich. Du gibst mir kein Leder, da freue ich mich nicht. Ah ja, und hier konnte ich ja mal noch zwei Dinger ernten. Da drüben sind noch ein paar Schatzkisten. Mittlerweile kenne ich die Mission fast auswendig. Okay, das ist jetzt nicht der größte Schatz. Aber doch. Das würde ich als Schatz bezeichnen. Langfristig das auch. So, Mama Pop-Top wird mir schon angezeigt als Gegner. Sind wir dann noch gleich durch. Achso, ich sollte mich vielleicht noch ein bisschen heilen davor. Und das mit dem Hunger wird dann auch ein Problem. So. So. Ah nee, da würde ich... Da komme ich nur mit dem Teil hoch. Nett. So. Nein, ich wollte folgendes machen. Springen. Springen. Ja, das hat schon ordentlich was gebracht. Mal kurz heilen. Und. Kann ich mal gucken, wie viel effektiv das Teil wäre. Ja. Okay, irgendwann ist die Energie raus. Aber eigentlich... Eigentlich macht das schon mehr Spaß. So, das hier war jetzt leider nicht die effektivste. So, äh... Hier das Ding noch reinschalten, damit ich da leichter rüber kann. So. Dann haben wir das auch schon hinter uns. Die Kiste noch. Ja, das sind alles Pixel zum Verkaufen. Ich könnte sogar mal das Ding wieder aktivieren. Einfach zum Spaß. Verdammt, irgendwo habe ich eine... Irgendwo habe ich vergessen, da auf den Schalter zu drücken. Da ist die Kiste da hinten versperrt. Ich glaube, da komme ich jetzt auch nicht mehr ran, oder? Dafür ist die Kiste offen gewesen. Komme ich jetzt nochmal zurück, bitte? Verdammt. Äh... Es fühlt sich so an, als hätte ich zwei Kisten verpasst. Aber normalerweise verpasse ich ja immer nur die da. Ja. Versuche ich trotzdem noch... Ja. Die hier zu kriegen... Immerhin. War nicht alles umsonst. Er hat 2000 Core-Fagments, so. Er lädt ganz schön lange. Acquire Silberbahn. Ich habe immer noch nur acht Silberbahnen. Das ist ein bisschen wenig. So gegebenermaßen. Kann ich jetzt, denke ich, das Ding noch anklicken? Nee, aber... Ist auch nicht so wichtig. Ich teleportiere mich mal am besten gleich wieder zu dir, Flip. Wo auch immer du gerade bist. Das werde ich ja gleich rausfinden. Ah, hallo. Die speziell nur auf Bäume wirkt. Glaub ich zumindest, dass es so ungefähr funktioniert. Erst mal ein paar Äpfel so essen, zum wieder satt werden. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Ernte pro Baum stärker wird. Vorher waren es irgendwie pro Baum nur acht oder maximal zehn Äpfel. Und jetzt hatte ich 15 bis 18. Ja klar, die Kiste ist auch aus Holz. Achso, ich habe doch diesen tollen Computer gebaut. Was bringt denn der mir eigentlich? Ich baue den... Ich setze den mal... Der sieht eigentlich so ein bisschen retro aus. Wir können jetzt den Double Jump holen. Oh. Achso, bei dir passt der gar nicht rein, weil du erlaubst mir ja nicht, dass ich irgendwas in deine Basis baue. Ich setze den mal provisorisch hier unten hin. Drop mir mal dein Silber. Ja, mache ich gleich. So, ich drop erst mal diesen Computer. So, Silber. Oh, 64. Wo habe ich denn das her? Ähm, ich... Ne, falsche Taste. Ähm, der braucht Power. Ich, ähm, komm mit. Wo bist du denn? Ich versuche ab und zu so Doppel-Dash zu machen. So, weg mit dir. So, jetzt hast du mir mal die Silberbahn wiedergegeben. Okay, danke. Jetzt haben wir 10 für jeden. Okay, wegen Doppel-Jump. Ja. Ähm, achso, hier die Äpfel-Geschichte. Kann ich ja mal kurz... Stimmt, ich hätte mir einfach hier ein paar neue mitnehmen können. Nee, Quatsch. Umgekehrt. So. Habe ich diese Äpfel in der Hand? So, weg mit dir. Mit dir. Zusammenlegen. Und... Hier rein. Ach, du bist schon hier drin. Ist das eigentlich Sheeten? Weiß ich nicht. Haha. Das ist ja unfair gemacht, wenn ich selbst für hier einen Doppel-Jump brauche. Ach, nee, ich muss... Oh Gott. Ja, ich habe es kapiert, aber... Na ja, Geschicklichkeit. Ist doch nicht so gut. Ich glaube nicht, dass das zählen wird, aber wenn doch, dann haben wir 10 Silber gespart. Oder ich habe meine Mission komplett zerstört. Okay. Hat geklappt, haha. Achso, habe ich. Nee, Moment. Äh, hier kann ich doch meine Tags verändern. Nee, ich habe nur den Boosted-Jump. Dann mache ich das jetzt gleich nochmal. Jetzt weiß ich ja ungefähr, wie es geht. Aber ich habe immerhin fürs Abgeben nochmal Meta-Manipulier-Meta-Dings-Buh. Ach Gott. So ein Modul halt bekommen. Das ist ja auch schön. Ich habe das Gefühl, von hier aus komme ich leichter daran. Genau. Das ging ja relativ schnell und einfach. So und das letzte sollten dann die Spike-Bälle sein. Aber erstmal kriege ich jetzt hier meine Belohnung. Jetzt sollte ich auch hier Pulse-Jump. Multi-Jump. Wall-Jump. Nee, ich glaube Pulse-Jump ist schon das, was ich mir am liebsten habe. So. Sind kacke. Ja, die anderen. Also Wall-Jump kann ich eh nicht. So mit meiner Geschicklichkeit. Und die Pulse, äh, die kleinen Jumps sind... Ich nutze aber gerne den Rocket-Jump. Okay, ja, stimmt. Irgendwie kommt der... Das habe ich einfach selten benutzt, weil man... Als ich noch mit Tastatur gespielt habe, dann war er einfach mit dem Pulse-Jump und dann in der... Äh, im Springen den Doppel-Dash benutzen. Und damit kommt man eigentlich ziemlich schnell... Äh, ja, kommt höher. Achso, später habe ich dann sowieso irgendwelche Möglichkeiten gehabt, so zu fliegen. Von daher ist das auch egal. So. Ah, ich dachte mir schon, dass du hier bist. Ich wollte gerade, ähm... Ich habe gesehen, dass ich noch ganz viel Silbererz habe. Das wollte ich mal hier reinschmeißen. Ich weiß gar nicht, wo genau das Silbererz herkommt. Aber ich will mich auch nicht beschweren. Fünf Golderz habe ich auch wieder. Ja, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Ich meine, zwei Goldbahnen wieder. Hier ist das ganze Silbererz. Gucken. Dann... Ah, jetzt hast du noch Golderz reingeschmissen. So. Ah, ich sehe gerade, ich habe jetzt schon... Äh... Zehn Goldbahnen. So. Willst du dann doch das Gold nehmen? Ähm... Okay, ich nehme das Gold. Ich habe schon 19. Und Silberbahnen hast du mir jetzt gerade nochmal gegeben? Auch nett. So. 32... 38 Silber haben wir jetzt. Das ist doch nicht schlecht. Ja, der Roche-Junk kommt höher nochmal. Ja. Ähm... Wo ist denn die Maus hin? Ach, da ganz links... Äh, ganz rechts quasi. So, hatte ich jetzt eigentlich einen FTL-Drive gebaut? Ich glaube eigentlich nicht. Ah ne, irgendwas hatte mir noch gefehlt. Aber das war hier drin. Hier, das zählt so als... Ich würde mal einfach einen bauen. Wir müssten sogar genügend haben, dass du auch einen bauen kannst. Good work. Once you install the FTL-Drive for your ship, you are enabled to fly around with your current star system. You need some airquoise crystals to get to your ship fully functional. Look for moon. The often good resource of... Ach so, ich brauche noch... Äh... Environmental Protection Set. Armas and weapons. Okay, Forest oder Desert Planeten. Aber ich glaube, äh... Das konnten wir schon bauen. Das Protection Set. Jetzt... Ach, hier sind sie doch. Core Pack. Breeding EPP. Oxygen brauchen wir dafür. 60 Sekunden Oxygen. Okay, ähm... Das... Gibt mir dauerhaft. Äh... Sauerstoff. Sauerstoff müssten wir eigentlich haben. Das kriegen wir... Einfach aus Wasser raus. Oder habe ich das noch hier drin? CO2 haben wir noch. Ja, dann nehme ich ein bisschen... Wasser. Und noch ein bisschen... Ja, hier ist noch eine kleine Zentrifuge dran. Wir haben 3000 Wasser, ja. Ähm... Ich lege mal... Oh, zu viel Holz. Ich habe 3000 Holz oder noch mehr. Ne, das ist das falsche Gerät. Ist das Ding überhaupt angeschlossen? Habe ich meinen Schraubenschlüssel noch? Nein, sicher nicht. Dann verbrenne ich gerade völlig umsonst Holz. Ich mache unten einen frei. Gib mir das Wasser. Ähm... Ja. Achso, das Wasser ist... Ähm... Hier drin? Wir machen das unten. Ja, okay. Habe ich jetzt mein ganzes Wasser da reingetan? Habe ich tatsächlich. Okay. 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 Ähm... Hier hatte ich das Wasser komplett rausgenommen. Ähm... Ach... Muss ich nicht... ... ganz den Weg nach unten. Okay. Bisschen wenig O2, finde ich. Ja. Aber reicht ja erstmal. Haben die noch alle genügend Wasser? Gott. Irgendwas mit... ... mehreren tausend... Wie viel Oxygen bekommen wir? Ja. So... Das Verhältnis müsste ja 1 zu 2 sein, von Wasser zu Sauerstoff. Aber... Irgendwie ist es fast 1 zu 1. Oder brauchen wir? Ähm... Pro... Pro Set brauchen wir, glaube ich, 4 Oxygen. Also hätten wir jetzt schon genügend. Ich habe mir mal meine 4 genommen. Ähm... Was steht denn die 12? Ist das, äh... So ein... Äh... Hier... Energieanzeiger? Ich nehme mir jetzt mal den ganzen Sauerstoff. Dann kann ich 2 Dinger dann... ...ist die Power, die der Ofen frisst. Ah, okay. So, der Ofen ist auch gleich wieder durch. Ähm... Habe ich irgendwas zum Reinwerfen? Hier 20 Iron Ore. Zusammen mit dem 40. Können wir mal hier wechseln, damit kein Leerlauf entsteht. Achso, da... Da unten wird auch mehr als genügend drin sein. Ja, komm. Hier ist ein bisschen Eisenerz. Und hier. So. Immer auch. Heaven Ore. Wie auch immer das jetzt passiert ist. Oh, Tanksten hast du da reingetan. Auch nicht schlecht. Ich lege das mal hier rein. Das wollte ich eigentlich auch da reinlegen. Einfach damit... ...man da schneller tauschen kann. Oh, hier kommt auch ein bisschen Wasserstoff raus. Interessant. Und war das... Äh... Sulfuric Acid? Ne, Liquid Iron. Das wird aus dem Eisen wahrscheinlich rausgekommen sein. Ähm... Du hast jetzt noch 500 Kuppe... Ja, das könnte reichen für eine Weile. Ich wollte jetzt mal diese Breathing-EPPs bauen. Damit wir auf dem Mond dann... Sauerstoff. Äh... Soll ich den schmelzen? Ja, kannst du? Achso, ich wollte hier rein. Das war doch das... Ne, Amory. Hier war das. Und dann hier... Zwei Stück. Ähm... Da oben bist du? Wo ist denn... Ähm... Wo stehst du denn gerade? Da. Hier hatte ich noch ein Damage-Dingens drin. Habe ich eigentlich noch irgendein... So ein Ausrüste-Set für die EPPs? Wäre jetzt ein bisschen albern, wenn ich nur den einen hatte. Und den habe ich jetzt... Da in meine Leuchte-Dingens getan. So, da ist der Kaputte. Irgendwie hätte ich gedacht, wir brauchen den Kaputten vielleicht noch, um daraus einen Ganzen zu bauen. So, und wenn ich den jetzt hier hinsetze, dann müsste der doch sagen, dass jetzt alles wieder gut ist. Anscheinend nicht. Aber das hier müsste funktionieren. Ja! Da ist mein Schiffchlein. Was ist das? Zerrus-3-1-Orbiting-Body Friendly-Ship Requires Mech to Explore Okay Ähm... Gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit zu reisen? Oder muss ich erstmal hier meinen... Ich glaube, ich muss erstmal Ram... äh... Fuel reintun. Ähm... Früher funktioniert ja mal Holz als Fuel. Ne, so funktioniert das leider nicht. Ähm... From Oil... Expos... Unvified fuel, modified from Oil. Expos it to air, it reverts to oil. Okay. Aber irgendwie müssen wir das ja... Coordinals... Reef Quest Location, weef Yip, Bookmarks... Oder kann ich... Add Bookmark, Add Bookmark... Add Bookmark... Aha, rechte Taste! Okay. Ich hab lange nicht mehr Starbound gespielt. Okay, ich... Ich so... Die One-Planet-Challenge ist damit um. Wir sind jetzt um einen Mond herum. Ähm... Ich geh nochmal kurz zu dir. So, du baust auch gerade Dinge. Ah, du hast... Die Emory abgebaut. Aus Versehen. Oder war das, äh... Wolltest du die upgraden oder so ein Quatsch? Ach, da oben sammeln wir jetzt auch Wasser. Baum, hier ist alles unter Wasser. Okay. Ja, eigentlich sollte... Wollte ich ja mal hier ein Dach bauen. Könnte man eigentlich auch mal zwischendurch... Ähm... Was wäre denn eigentlich ein gutes Dachmaterial? Das könnten wir ja einfach als Hintergrund benutzen. Einfach, weil es relativ billig ist. Obwohl, ne, billiger wäre es noch irgendwas an... An den anderen Dingern zu bauen. Achso, ich hab ja noch hier den... Das 2x2 Ding. Ähm, das, das. So. Wenn's eh nur Hintergrund sein soll, dann kann ich ja irgendein... Billigmaterial da benutzen. Dann kann ich gleich mal gucken, ob wir noch hübschere... Baublöcke haben für... Im Vordergrund. Soll dann auch nochmal so eine Art Holz-Steampunk-Geschichte für den Vordergrund gerne passieren. Packed Dirt ist jetzt nicht unbedingt das Hübscheste, obwohl es definitiv mit das Schönste wäre. Nehmen wir nochmal. Das Twertenwut, was braucht ihr denn das? Das? Ja, ein paar davon können wir schon mal nehmen. Hm, Vintus. Ähm... So nochmal als alternative Fenster? Ja. Kostet auch nicht so viel. Die waren, glaub ich, sehr billig. Die kosten mehr. Achso, dafür brauchte ich, äh, Strings, aber... Würde ich auch so nicht. Da ist ja dann noch Hintergrund hinter den Dingern. Ich würde es mal ausprobieren, wie das aussehe. Weiß ich, die kriegt man gleich davon. Achso, das war noch irgendein... Wie hieß das? Ornament? Ähm... Ich glaub irgendwas mit O. Das da. Und dann noch Bodenbelag dazu, oben drüber. So, könnte erst mal reichen. Achso, hier... Rockbricks. Ja. Und dann... Gab's da noch irgendwas mit... Ich glaub, Stone. Das Zeug, aus dem meine Straße hier besteht. Darks, Moose, Stone. Ja. Und ich hab Hunger. Obwohl, wenn ich hier ein Dach baue, dann... Äh... Geht der ganze schöne Regen verloren. Aber auf der anderen Seite... Äh... Ja. Nutzen wir den jetzt auch nicht, wirklich. Ach genau, ähm... Erstmal hier das... Die Wand. Und... Jetzt haben wir erstmal schon einen großen Teil des Regens ausgesperrt. Und jetzt... Das hier... Wooden-Paneling... Ne, ich wollte das hier. So... Ähm... Ich baue um. Ich würde vielleicht einen Abfluss drin bauen. Ja. Ist auch langfristig durchaus eine Idee. So. Achso, du hast hier schon einen Abfluss gebaut. Erstmal vorübergehend, ja. Ähm... Welches Material war denn das? Das war doch hier dieses... Das hier müsste das gewesen sein, oder? Wir brauchen hier drin jetzt ein paar Lampen. Wenn ich das zumache. Ist das auch noch nett. Wood. Ups. Das könnte jetzt passen, glaube ich. Würde ich mal ausprobieren. Und... Am besten gleich zwei. Ist doch jetzt blöd, dass... Ähm... Ich mach mal so ein... Provisorisches Lichtschlein rein. So, dann wollte ich gucken, ob... Das hier aussieht, als... Ja, ach Gott. Ne. Ich muss... Ach ne, das geht ja sowieso nicht. Ich glaube, es geht schneller, wenn ich das jetzt so mache. Und dann die Hälfte einfach wieder abbaue. Wenn ich könnte, aber das ist zu weit oben für mich. Also hier muss ich ja eh durch. Warum hat es dort nicht gebaut? Hier soll das hin. Es ist immer noch die Frage, ob das optisch so aussieht, wie ich es mir vorstelle. Wir sehen, hier auf der zweiten Ebene kommt dann irgendein anderer Boden hin. Wir haben jetzt nochmal 30... Oh, ey. Okay. So, ich hatte bei mir eigentlich auch schon die ersten Mechtteile freigeschaltet. Wir könnten dann auch welche davon bauen. Beziehungsweise du müsstest die eigentlich auch schon bauen können, einige davon. Warum ist das zum Schluss wieder falsch geworden? Ja. Mal, hab ich das richtig gesehen, dass das da durchregnet? Ja. Would you join the party? Okay, äh... Wie bist du jetzt aus Versehen rausgeflogen? Ja. Was hatte ich denn hier? Hier müsste ich Ordinate Wood haben. Das Hintergrund... Ähm... Aber jetzt nochmal hier. Der richtige Boden soll ja das werden. Ach, stimmt ja. Ich habe jetzt einen Doppelsprung. Kann ich mich immer noch mal ganz kurz retten, bevor ich in den Abgrund stürze? Okay, es regnet trotzdem. Ist da noch irgendwo etwas, was ich gerade nicht sehe? Wo es reinregnen könnte? Ich sehe leider auch gerade gar nicht, von welcher Seite der Regen... Ach, der kommt von hier rein, weil hier noch eine Wand nach oben fehlt. Okay, dann, ähm... Das hier... So. Genau, da unten war noch. Das müssen wir noch... ...wegbauen. Das hier draußen stört mich auch. Okay, dann reiknet es jetzt nur noch hier so ein bisschen rein. Und da. Und dann muss ich nochmal hier den... ...ähm... ...den Hintergrund richtig bauen. Das ist schon. Okay. Dann hier das weg. Dann... ...da und da. Und... ...ja, eigentlich auch noch hier. ...und die beiden. Und das letzte kleine Stückchen. Und hier noch. Ja, das... ...das regnet sozusagen hier entgegen rein. Da tropft es nur noch ganz, ganz wenig runter. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich, äh... ...diese Bodenplatten hier als, äh... ...decke mag. Bin ich mir wirklich noch ein bisschen unsicher. Achso, und ich wollte noch ein paar vernünftige Lampen. Diese Fackeln waren ja nur vorübergehend. Ich dachte mir, hier so in der Mitte bei den Fenstern. Einmal hier so an das Fenster. Und einmal hier so an... ...das Fenster. Na, da hin, da hin. Ja, da hin. Mal gucken, wie viel Licht die dann geben, wenn es wieder dunkel ist. Taxi, aber sieht es ja noch gut aus. Also, was machst du gerade, Flip? Du teleportierst dich nach oben. Auch nicht schlecht. Da komme ich mal hinterher. Beziehungsweise... ...ich bin ja noch... ...STL-3 reparieren. Okay. Ich bin jetzt ja schon auf dem nächsten Planeten. Da würde ich jetzt einfach mal schon an... ...zum Spaß gucken. So, Moondust. Moondust sollte... ...ja, damit... ...da können wir schon ziemlich viele machen. Wie viel Spaß das macht hier einfach... ...ein großem Maßstab... ...dreck. Hast du ein Asteroidenfeld bei dir? Nein. Glaube ich nicht. Ähm, hast du zufällig? Das müsste Moonwalk sein. Moonstone. Ja, fast genauso gut. Hm, nein, leider nicht. Okay, dann müssen wir dann irgendwann noch FTL-Drive machen. Ich stört das so sehr, diese einzelnen Teile, die hier im Hintergrund rumfliegen. So. Gib mir mal Koordinaten von deinem Schiff, dann sind wir im selben System. Ja. Achso, kannst du schon FTL-mäßig rumherfliegen? Das... ...würde mich zwar wundern, aber... ...könnte ja sein. ...die Koordinaten. Oh Gott. Äh, kannst du das im Stream sehen, die Koordinaten? Nein, aber ums zu haben. Okay, ja. Kannst ja... ...haben Screenshot gemacht. Okay, cool. Go. Unable to use a capital, please. Ja, okay. Jedes Mal kommt jetzt diese tolle Musik. Schön. Ähm. Ich müsste ja... Ja, das ist dein Schiff. Wenn ich jetzt hier runterfliege... Ne. Das sieht ja aus, wie der Mond, auf dem ich gerade war. Das ist nicht der Mond, auf dem ich gerade war. Okay. Ja, es ist so dunkel. Aber ich sollte ja hier ein bisschen Licht machen können, indem ich... Sind hier Rohstoffe drin? Ah, Celibrium. Stimmt ja. Das ist ja... ...so eine Besonderheit von Fracking Universe. Nicht schlecht. Achso, Äpfel. Kann ich mal auch wieder... ...hier drauf tun. Überhaupt habe ich jetzt noch jede Menge Nahrungsmittel von den ganzen Missionen. Die habe ich noch gar nicht so richtig... ...ääh... ...noch mal neu verwendet. Hier ist noch ein bisschen Delirium, aber... ...es könnte auch Eisen sein. Oh, da ist Erkios. Detecting Entities. Okay, dann sollte gleich der komische Geist kommen. Aber ich bin ja geschützt. Durch meinen Mana-Gedöns. Das sieht aus wie ein normales Eisen. Ja. Erstmal hier durch. Und natürlich... ...schön die Rohstoffe auch noch. Oh, da oben ist neues Gestein. Anderes Moonwalk ist das. Ne, richtiges Moonwalk. Das andere war das Moonstone. Moondust, Moonstone, Moonwalk ist das. Okay. Hier, das sieht aus wie Kupfer. Das sind die richtigen Erkioskis-Teile. Oder Fuels, wie auch immer. Das macht einfach wirklich Spaß, hier einfach sich da durchzufräsen und lauter Sachen einzusammeln. Und ansonsten ist ja nichts auf dem Planeten. Das Einzige, was mich stört, ist halt, wie die Landschaft danach aussieht. Also... Ja. Das ist schon ein bisschen schade. Wie im echten Leben. Wenn man da eine große Bergmaueraktion hat, dann... ...sieht der Planet danach halt auch ein bisschen mit Leidenschaft gezogen aus. Okay. Well done. Good work, evading that ghost with that Erkios. Okay. Okay. Ach so. Da oben der Geist, der sollte... Okay, der kommt trotzdem zu mir zu. Ich hab so ein Amulett angelegt, das... ...diesen Geist so ein bisschen... Okay, der dreht mir doch schon ganz schön viel. Ich kann mich nicht heilen. Ich würde mal nach oben teleportieren, weil ich mich gerade nicht heilen kann. Kannst du mir dein Gold geben? Ja, mach ich gleich, aber nicht auf dem Mond jetzt hier. Ähm... Bist du noch auf dem Mond? Ich sehe ja gleich, wo du bist. Okay. Gold und Silber. Was ist denn das? Hier ist erstmal Gold. Und Silber, Silber, Silber. Nur eins. Ja. Gut, das wusste ich jetzt nicht. Dass du nur eins brauchst. Okay. Danke. Mit dem Gold kann ich ja dann gleich mal hier die letzte Mission für den... ...ääh... ...Forschungsaffen hier machen. Dann kriege ich nochmal eine bessere Kugel. So. Und Meta mit dem... Wie viele Module habe ich denn jetzt eigentlich schon? Elf. Könnte ich mein Ding jetzt nochmal abgraden? Distortion Tag 2. Swap Bombs with fire to blow things up. Okay. Das hatte ich anders in der Nahrung. Das ist ja jetzt echt wie... Äh... Wie heißt das Spiel, von dem es geklaut wurde? Äh... Äh... Samos. Äh... Hier. Mit... Äh... Rechte Taste... Kann ich... Äh... Hier Bomben truppen. Okay. Metroid Prime, so hieß das Spiel. Oder Metroid allgemein. Okay, ich brauche zwei Bomben jedes Mal, um... ...das hier zu sprengen. Und ich kann mich dann aber auch... ...mitjump. Okay. Bitte Passives. Jetzt kam aber nichts, wo ich jetzt diesen Mid-Jump nochmal benutzen hätte sollen. Oder war damit einfach nur gemeint, dass ich jetzt ein bisschen höher springen kann. Aber das mit diesen kleinen Bomben finde ich praktisch. So, jetzt gibt es auch keine neuen Missionen mehr. Aber das ist jetzt auch schon... ...steht da noch irgendein Text dazu? Now your spear can drop with fire. Okay, und das sind jetzt die anderen, die ich freischalten könnte. Aber das will ich ja nicht unbedingt. Dash Dodge. With Defense Boost. Naja. Rocket Jump, das war das, was du vor uns meintest. Okay. Aber... ...dass ich jetzt hier Bomben bauen kann? Äh, Quatsch. Ja, die kosten mich Energie. Das ist aber okay. Finde ich schon... ...bisschen fairer Tausch. Ähm, ich bieh mich mal zum... ...Rossenposten. Mir fällt gerade ein, wenn ich... Also langfristig könnte man das auch unten machen, aber... ...ich will jetzt nochmal den Rock Crusher und den Powder Sifter benutzen. Und dafür bräuchte ich nochmal so einen... ...so einen Schraubenschlüssel. War der vielleicht hier? Sollen wir Erguriskristalle holen? Kannst du ruhig machen. Ich hab schon welche. Ich will dann Gold kommen und hab ne Idee. Okay. Ähm, du meinst wahrscheinlich die Asteroidengürtel. Ja. Ich meine für den FTL Drive. Ach so. Ja, ansonsten hätte ich gedacht, wir fliegen einfach auf irgendeinen anderen Planeten... ...und graben dort nochmal kräftig rum. Bei dem Planeten hier hatte ich schon... ...sehr, sehr viel gesammelt. Und das ist tatsächlich alles weggegangen, als ich gestorben bin das erste Mal, weil ich dann noch alles im Inventar hatte. Äh, der größte Teil des Goldes ist von diesem Planeten leider verschwunden. Ansonsten hätten wir genügend gehabt, um so die Anfangsdinger zu haben. Was mich eher verwundert ist, ähm... ...baue ich das Ding doch hier? Hier ist das Ding. Ich brauch ein Blei. Ja, toll. Ich dachte, das baue ich mir mal schnell und das hole ich mir mal schnell. Wir haben Blei. Ja, ich wollte mir nochmal schnell so einen Schraubenschlüssel bauen. Den French hier. Und dann wollte ich die... Okay. Danke. Dann wollte ich die ganze Irkios Erde und die Steine in die Maschinen hier reintun. Damit wir... Achso, das. Na. Ähm... Damit wir daraus noch tolle Sachen kriegen. Kommst du mit in die Irkios Mine gleich? Okay, der ist da schon verbunden. Aber der reicht nicht ganz aus. Das ist ein bisschen... Kommst du mit in die Irkios Mission? Wir haben... Wie viel Plant Fiber hast du? Ich hab nicht mehr so viel, leider. Das ist bei der ganzen Medizinherstellung draufgegangen. Mal gucken, wie viel ich seitdem wieder hab. Ähm... 18. So, ich mach das hier nochmal schnell. Wie viel werden wir hier brauchen? Das ist viel zu viel. 400. Selbst 400 ist viel zu viel. Aber... Packt das Eisen... Sonst besser mal in die Kiste. Ja, das ist eine gute Idee. So, ähm... Irkios, Irkios. Das ist der Sifter. Das ist der Moondust. Mal gucken, was da alles Feines rauskommt. Und der Stone Crusher. So, und dann sind die beiden erstmal beschäftigt für eine Weile. Oh, cool. Hier kommt Öl raus und Irkios Crystals. So, und dann packe ich jetzt mal meine Sachen hier in die Kiste. Ähm... Das kommt hier rein. Das. 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 Und Elektronik, hatte ich gesagt, in die Kiste hier. Also sowas hier. Das. Die Mechtteile sozusagen. Hier kommen Erze rein. Oder unverarbeitetes Zeug. Auch das Blei. Magnesium hab ich wieder. Das würde von der Logik her eher auch reingehören. Ich hab Alten. Und Carbonplatten. Achso, die hatte ich mal kurz hergestellt. Und das Telibrium hab ich ja jetzt hier auch. Hier ist auch nochmal Kohle drin. Ist ja egal. So. Ähm... Was hier kommt? Hier rein? So. Das müsste eigentlich auch hier reingehören. Ich mach gleich die Irkios Mission. Ähm... Ja, genau. Das. Das könnte eigentlich alles hier reingehören. Die Monster Drops. Achso, Elektromagnete sind da eigentlich auch elektronische Bauteile. Ich hab Uran. Das müsste ich wahrscheinlich irgendwo aus Versehen auf dem Planeten gefunden haben. Ähm... Uran passt besser rein als Salz da. Cool. Hier waren Baublöcke. Ah, hier kommt, äh, das Zeug rein. Das und das. Genau, der, der Kristall kommt hier rein. Der Rest, äh, sollten wir mal in die Restekiste. Ja, falsche Kiste. Vielleicht brauch ich dann irgendwann mal noch eine neue. So. Ah, das war schon da drin. Ach, wir haben noch hier 100, äh, Fiber drin in der einen Kiste, in der ich gerade bin. Hier bei dem Verarbeiteten kommt noch das rein, weil das auch verarbeitet ist. Und... Hier kommt da das rein. Ich hab keine Ahnung, wo ich das am besten hin tue, aber ich leg's mal auch hier rein. So, und Blöcke können verloren gehen. Aber da hab ich irgendwelche wertvollen Blöcke, außer die ganzen Baublöcke. Vielleicht mal hier rein. Nee, äh, hier waren die gebauten Blöcke. So. Bin gleich fertig. Außerdem bin ich so ein bisschen gespannt, was... Ähm, die hab ich indirekt auch gebaut. Glas auf jeden Fall gehört da rein. Das. 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 Ah, die Flüssigkeiten. Das Unwildfeind, das bringt noch nix. So, was hast du mir gesagt? Soll ich schon mal reingehen? Ähm, ja. In die Erkurs-Mission. So, bist du schon drin? Ich würde jetzt interessieren, wenn wir beide in die Erkurs-Mission reingehen. Ob wir dann in unterschiedliche reinkommen. Sonst gehe ich dann gleich bei dir nochmal in die Mission mit rein. Okay. Glaubst du hier hinten eigentlich irgendwas? Ich glaube nicht. Aber Frecken-Universe ändert ja manchmal gerne Geschichten. Ne, hier ist auch so eine Art unsichtbare Wand, oder? So, ich könnte mich nochmal heilen, bevor wir hier richtig loslegen. Wieso habe ich denn... So. Ich glaube, die Ausrüstung wird schon reichen. Oh, eine Werbung oder sowas. Quest-Item? Comedy-Script. Achso, jedes Mal, wenn wir das... hier rausnehmen, dann entsteht ein neues. Das wäre gut gewesen, wenn ich noch so eine Leuchte-Dinge hätte. Mal. Das leuchtet so ein bisschen. Wir tapen den Capture-Port. Ausgerechnet das will ich jetzt gerade nicht mitnehmen. Achso, bist du gerade gestorben? Fang den mal. Okay. Ähm... Da ist mein Capture-Port. Ach Gott, dann kann man den wieder einfangen. Hast du jetzt gefangen, oder? Ich glaube, das ist das Gegenteil davon. Geht nicht. Dachte ich mir schon fast. Oh, ein Zeil. Brauche ich überhaupt nicht mehr, aber... Nehmen wir trotzdem gerne mit. Ah, da geht's noch weiter. So. Ja, ich muss mich mal kurz verstecken. Jetzt geht's weiter. So, ich hab doch hier... Ach, das schöne Ding. Ist das gerade zu uns gesprungen? So, irgendeine gefährliche Strahlung wird gerade gemessen. Sorry about the ADI. Okay. Ja, die Texte sind eigentlich ganz lustig, aber ich kann gerade überhaupt nicht nachvollziehen, was da gerade geschrieben wird. Das geht alles viel zu schnell für mich. Ah, hier ist noch so ein Mini-Ding. Beziehungsweise das hier. Aber ich muss schon in die richtige Richtung zielen. Ja, Hilfe. Der kann ja auch schießen. So, das... Kann ich da stehen? Ne, das sieht nur so komisch aus. Kann ich das einscannen? Sieht eigentlich ganz cool aus hier, die ganze Geschichte. Es sind auch jede Menge neue Objekte. So einfach... So dekorativ auch so ein bisschen. Ah, da oben... Warst du wahrscheinlich schon. Ich guck trotzdem mal nach. Ja, das hat sich ja gelohnt. Da oben war ich noch nicht. Ja, ich war gerade. Da habe ich flüssiges Eisen gefunden, oder wie das Zeug hieß. Quacksilber, meine ich doch. Ja. Mercury, Quacksilber. Ja. Kommt schon ungefähr hin. Ich könnte doch... Moment mal, kann ich das nicht essen? Ach ne, das kann ich werfen. Ähm... Ja, warum nicht? So. Ach, da oben ist noch so ein Viech. Ich war jetzt komplett mit denen beschäftigt. Ist der gerade vor uns explodiert? Oder hast du den gerade zum... Explodieren gebracht? So. Ne, der ist explodiert. Ja, schnell mal wechseln. Ach, schneller kann ich mich nicht heilen. Das habe ich auch schon. So, dann mache ich mal hier ein bisschen auf Vorsicht. Vorsicht, indem ich mich mitten... Äh... Ja. In den Gegner stürze. Aber der Heilungs-Buff ist weg. Das heißt, ich kann jetzt wieder eine neue Bandage nehmen. Auch gut. So, dann... Geht's eigentlich da unten weiter? Die Mission sieht völlig anders aus, als ich es im Gedächtnis habe. Nein. Das wollte ich machen. So, ich fang dich mit dem Spinnennetz hier. Die die einfach meine ganze Health wegnehmen, wenn ich nur so ein bisschen zu nahe komme. Oh, das ist ein Bauplan, oder? Genau. Diesmal ist er nicht explodiert. Auch nett. Ach Gott. So, alles was mir hilft zum Überleben. Jetzt bin ich gestorben. Upsi, Entschuldigung. Aber ich sollte nur Pixel verloren haben. Ja, 30 Prozent, das ist immer noch zu viel, ehrlich gesagt. Aber, naja. Ach, ich starte gleich hier. Und Loot ist hoffentlich auch noch gut. Ich glaube, ich hatte jetzt auch noch keine neuen Materialien gefunden. Hauptsächlich, weil du ja die ganzen Kisten vor mir gelootet hast. Was ja okay ist. Wie viele Pixel habe ich noch? Irgendwas mit 1000. Hier ist nichts drin. Schade eigentlich. Okay, man wäre halt... Weiß nicht. Nur Pixel und Kleidung. Selbst die Gegner droppen kaum Pixel. So, ist das eigentlich die richtige Richtung? Ich glaube, bei hier bin ich gerade gestorben. Jetzt schwebe ich. Jetzt habe ich so einen coolen Schwebe-Effekt. Der ist aber nervig. So, du bist rechts gegangen. Okay. Ach, da sind die... Ähm, was passiert mir nicht? Okay. Es ist alles viel zu dunkel hier. Sehr furchtbar. Ein bisschen Licht hier. Die nervigen Viecher haben wir schon auf unserem Planeten genügend. Müssen wir uns noch hier nerven. Die werden ja dann nur noch stärker. Kann ich das hier aufmachen? Ja. Gibt es mir das was? Ach ne, hier brauche ich einen Miniball, um durchzukommen. Das könnte ich auch mal aktivieren. Wenn ich da durchkämmen. Ach so, das wäre hier sozusagen ein Shortcut nach dem Anfang. Da kommt man auch nur mit einem Miniball hin, glaube ich, oder? Ja. Ist hier oben was versteckt? Ja, hast du schon geholt. Okay, dann... Diese Kreaturen sind einfach erschienen. Ja, das wissen wir ja mittlerweile. Astronausten, äh, wenn du willst. Ja, ich finde das jetzt eigentlich gerade ganz schön, was ich habe. Aber danke. Aber das kleine Viech hat mich auch. Okay, du kommst gut mit dem zurecht. Okay. Sonst hätte man ja hier hinten noch rennen können und... Dann hätten die uns noch so ein bisschen beschützt. So. Aber du beschützt uns auch, das ist gut. Meine Health geht ganz schön zur Neige. Ich werde mich mal mit dem hier heilen. Ähm... Weiß gar nicht, war hier oben noch was oder war hier auch nur eine Kiste? Eine Kiste mit... Achso, hier für den Astronautenanzug noch das Backpack. Und hier noch so ein bisschen Hintergrundgeschichte. Achso, du kontrollierst hier auch gerade nochmal, ob hier noch was versteckt ist. Und da hinterher kommen wir nicht, wahrscheinlich wegen Miniball. Oder wir waren da schon mal. Ich glaube, da war ich... Da war ich gerade auf der anderen Seite und habe entdeckt, dass ich da nicht weiterkomme, wegen... Weil wir einen Miniball brauchen. Gab es hier noch was zu entdecken? Hush, you're not helping. Okay. Achso, zwischendurch gab es irgendwelche versteckten Schalter. Und da hätten wir dann... Da... Wend mal. Welche Taste habe ich denn dafür belegt? Ach, das da. Ja. Sieht cool aus, das Ding Dong. Ja. Was auch immer es ist. Ähm... Ich habe jetzt aber auch überhaupt nicht aufgepasst, wo da irgendwelche versteckten Schalter sind. Oder ist dir was aufgefallen? Ah. Ähm... Kurz nochmal heilen. Ach, da unten sind die. Nein, ich sterbe. Ich bin gestorben. Ich hatte jetzt gerade nur den Blick auf meine Leiste oben. Dass ich noch rechtzeitig... Diese Bandagen nehme und dann drücke ich einmal zu viel drauf. Und... Stimmt ja, ich bin jetzt wieder hier. Das ist ja eigentlich ganz praktisch. So, sobald wir die Pixel Refinery haben, ist das ja alles nicht mehr schlimm. Und davor geht es eigentlich auch noch. Zumindest ist jetzt meine Health wieder oben. So, jetzt kann ich aber auch... Ich wollte gerade sagen, ohne Fallschaden hier runter. Ähm... Ich habe ganz knapp überlebt. So, ähm... Ich heil mich nochmal. Ich mache noch das hier rein. Ähm... Ein Schild? Das ist die eine... Ähm... Die eine Gelegenheit mal für ein Schild. Ja, lass mich hier runterspringen. Verdammt. Ich bin... Gerade wirklich keine Hilfe. Toll, bin schon wieder gestorben. Ja, Reaktionsfähigkeiten. Schön, wer sie hat. Der alte Mann ist schon zu alt für das Spiel. Du bist auch gestorben. Dierks, Adam. Hoffentlich bleibt unser Fortschritt. So, nehm ich jetzt schon... Ich glaube, ich bin mal in der Nähe davon bin. So. Ah, der... Der hat das... Noch behalten. Juhu. Und... Hier gibt es noch jemanden, den wir anheuern könnten. Hast du denn angeheuert gerade? Ah, ne, der rennt mir immer weg. Wild Cards, Lunar Miner, wants to start a stock topic farm. Brauchen wir den? Hab das Auge. Ja, was soll's. Komm mit erstmal. Klar. Hast du eigentlich noch was bekommen oder nur das Auge? So, jetzt hab ich erstmal diesen tollen Kristall bekommen. Ähm... Der Irkios Horror. So, war die... Äh... Ketchup Pot. Hast du mir die gerade gegeben? Cool, danke. Ähm... Das hier war die Waffe. Tier 3, immerhin. Ich hab ja schon eine Tier 3 Waffe. Weiß nicht, ob du die lieber haben willst. Äh... Ich hab die... Ich hab noch zwei Diamanten bekommen. Ja, das... Das reicht eigentlich auch. So, dann kriegt man jetzt bestimmt noch irgendeine schöne Belohnung für den Abschluss der Mission. Hoffe ich mal. Aber irgendwie dachte ich, es gäbe zwischendrin mehr Loot. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Reward Bag haben wir noch bekommen. Und ne Shard. Und... Ich hab gelernt, wie man diese Shards herstellt. Was mach ich damit? Energy Regen und Glow. Okay. Ach, das ist ein EPP-Argument. Das kann ich da reintun in... Das hier, was... Hm... Aber ich kann's nochmal herstellen. Ich würd's trotzdem erstmal... Nicht verschwenden wollen. Erstmal gucken, was hier drin ist. Ne Tech-Card hab ich bekommen. Juhu. Ähm... Hab ich jetzt zufällig schon... Den Auftrag für Esther haben damit erfüllt. Jetzt können wir FTL herstellen. Das ist doch super. Und dann sollten wir ja ein Planetensystem finden mit... Genau, Esther hat jetzt auch noch einen Auftrag erfüllt. Ähm... That was no mean feat. Well done, dear. We begin your will, build your wings, when you're words bad. Welch... Du wirst es weit in unseren Rängen bringen, aber es gibt ja kaum noch jemanden in der... Der jetzt noch irgendeinen Rang haben kann. Also es gibt ja kaum noch... Meta-Manipulator-Modul. Cool. Ach stimmt ja, ich hab ja alles weggegeben. So, aber der Gedanke, dass ich jetzt mit, äh... Bei den... Protektoren jetzt groß aufsteigen kann, ist irgendwie albern, wenn es kaum noch Protektoren gibt. Und die ganze Führungsriege ja eigentlich auch schon verstorben ist. Aber, naja. Wenn Esther sich freut, dann ist das schon mal was wert. Ähm... Was hatte ich denn noch bekommen? Ach hier, das war also ein Buch. Hat sich da irgendwas verändert? Nö. Jetzt beim Durch... Level-Log-Penumbra 6. Interessant, was ich alles schon für Bücher hab. Ich weiß gar nicht, wann und wo ich die bekommen hab. Und zwei Instrumente hab ich schon. Mal gucken, wie weit die hier sind. Was haben wir denn so bekommen? Wir haben ein bisschen was von diesen tollen Kristallen bekommen. Ja... Ist jetzt weniger als gedacht. Ach nee, das war der Rockwasher. Ja, trotzdem ein bisschen Wunderst noch. Das heißt, da könnte man dann noch da durchsiften lassen. Glas. Ja, aber besser ist gar nichts. Und der... Ist ja auch nicht der schnellste. Könnten ja vielleicht sogar noch hier Irkios-Fuel durchlaufen lassen. Aber ich wollte jetzt noch mal gucken. Bei den Modulen. 13 Stück. Plus das eine, was ich hab. Obwohl, ähm... Ich lass mich schon wieder ablenken. Den FTL-Drive. Müsste ich jetzt erforschen können. Wenn ich das richtig... Interpretiere. Faster than light. Was fehlt mir noch? Eisen und zwei, ähm... Crystal Fuels. Das sollte hier beides in den Kisten irgendwo rum... Ah, das ist nicht ganz das. Plutonium-Ohr war das. Okay. Aber das ganz normale Eisen, das sollte doch noch hier drin sein. Ja, 1000 Eisen. Wahnsinn. Ob man aus dem Eisen auch noch mal irgendwas bauen kann, weil sonst ist es ja... Sonst haben wir wirklich mal irgendwann die Grenze erreicht, was hier sinnvoll ist. Irkios-Quistals. Das hab ich doch. Ach, weil das hier drin gelagert ist. Okay. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Dass das so extra zählt. Aber sollte ja... Auf jeden Fall für das hier jetzt reichen. Okay, was war das hier eigentlich, Feindes? Warp-Manifeld. Key-Komponent in FTL-Drives. Okay, dann muss ich das wahrscheinlich mehrstufig bauen. Ship-Gravity-Generator. Generates a gravity-field on your ship. Has range of 80 blocks. Okay. Ship-Komponent-Realizer. Use to change ship-Komponents into various Way-Styles. Achso, damit ich... Das noch ein bisschen customizen kann. Warum nicht? Herzlich willkommen im Chatraum. Bei mir ist jetzt irgendwie... War der Stream zwischendurch mal off? Ich hoffe nicht. Achso, Schiff-Teile sind in dem Ding. Müssten sie zumindest sein. Small-FDL-Drive. Da brauchen wir nochmal den Standard-Drive. Warp-Manifeld und Tanksten-Bahn. Und das Warp-Manifeld, Erkios und noch mehr Tanksten-Bahn. Also nur Tanksten-Bahn. Das Teil brauche ich ja dann eh nicht mehr auf meinem Schiff. Ship-Speed plus 3. Beers only. Okay, Tanksten-Bahn. Das, wie gesagt, habe ich noch. Tanksten-Bahn. Dann erstmal auf meinem Schiff. Hast du 50 Erkios? Ja, habe ich. Ähm, Moment. Hier. Ach nee, das ist... Ich dachte gerade, du bist mit auf mein Schiff gekommen. Aber das ist ja der Bauarbeiter, den wir da... Den ich rekrutiert hatte. So, ich komme nochmal runter aufs Labor. Oder ich komme direkt zu dir, wo auch immer du jetzt gerade bist. Das geht ja noch schneller. Okay. Ähm. Ist das jetzt dein Schiff? Egal, hier... Ach nee, die Hälfte. So. Hier deine 50... Äh... Dinger. Hast du die jetzt eingesammelt? Ja, nee. Ich habe die eingesammelt. Soll. Warum, wenn ich das hier wegschmeiße? Warum bleibt das in meiner Nähe? Weißt du was? Ich... 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 Ich lege das jetzt hier in dein... Soll, jetzt... Jetzt habe ich aus Versehen den Dash-Up... An... Äh... Angeworfen. So, ich schmeiße das jetzt hier in deinen Chip-Locker rein. So. Ja, das funktioniert wenigstens. So. Ähm. Zurück zum Labor. Oder zur Basis. Wie auch immer. Ich habe Labor geschrieben, weil das ja in seinem Labor drin ist, aber... Das ist ja einfach nur, weil ich... Äh... Selber noch kein Telefon... Achso, ich... Brauche die Tankstenbahn. Habe ich natürlich wieder vergessen. Sollten da drin sein. Oder auch nicht. Komm. Langsten Erz haben wir noch. Dann mal zurück zur Basis... Äh... Zur... Zur Kernbasis. Also zur... Da, wo wir die ganzen Sachen herstellen lassen. Da müssten wir doch... Da müssten wir doch... Noch ein bisschen Tanksten haben. Oder schnell herstellen können. So, das hier ist eh durchgelaufen. Ich muss mal alles mitnehmen. Und... Achso, ich habe... Kann ich das eigentlich schmelzen lassen? Nee. Ein bisschen wenig davon. So. Ich wollte eh tanksten, nur. Was ist denn eigentlich mit meinem... Celibrium passiert? Achso, das müsste ich auch abgesetzt haben. So, erstmal Tanksten. Weg. Wie viel Wasser habt ihr noch? Ja, mehr ist genügend. Hoffentlich. Wie viel Wasser hast du? Weniger. Aber das sollte auch noch reichen. Wie viel Wasser ist denn hier drin? Der Quatsch. Ja, also... Sehr, sehr heißes Wasser. Aus Steinen. So, der ist fertig. Gebe ich dir mal noch ein bisschen Eisen. So, und wenn der durch ist... Ach, brauche ich jetzt nicht. Ich fliege in ein Astroidenfels. Super. Ich komme gleich hinterher. Ich will nur noch meinen FTL-Drive endlich fertig bauen. Beziehungsweise, ich würde mich dann auf dein Schiff teleportieren. Oder gleich zu dir. Aber ich will trotzdem meinen FTL-Drive fertig haben. Und die Mechtteile könnte ich dann schon mal bauen. Warp manifold. Kraft. Mal FTL-Drive. Toll, und ich kriege noch als Belohnung 50 Aqueous-Kristalle. Und ein bisschen... So Deko-Material. Jetzt habe ich nicht gelesen, was da stand. Aber ich hoffe, das war nicht so schlimm. Chipspeed plus zwei. Aber das müsste man dann auch so dekorativ dran bauen. Wie weit sind denn die eigentlich hier? Okay. Mal ein bisschen hier die Sachen mitnehmen. Ich könnte dann mal alles, was ich habe, hier... ...verkochen oder... ...in die Mühle schmeißen. Was ist hier drin? Flache. Okay. Okay. So. Hier jetzt... Ähm... ...das rein. Ich weiß eigentlich gar nicht warum. Öl kriegt man jetzt oft noch relativ. Achso, ja. Daraus haben wir ja Milch gemacht. Das funktioniert ja auch. So, mal gucken, welche Gerichte ich jetzt hier kochen kann. Gar nichts. Oh, das kann ich... Okay. Was ist aus diesem... ...Applejuice? Hier... Okay. Wenn ich das jetzt trinke, hilft das gegen... ...Hunger und Hildmeer. Das klingt doch lecker. Trinke ich ja auch in echt gerne. 100 braucht man nicht gleich davon. Mach mal... ...20. Wie lange halten die denn? Ich hoffe, dass die länger halten als Äpfel. Aber eigentlich... Nice. Kannst du mir mal einen Ohrdetektor bauen? Ach, stimmt. Der Ohrdetektor... ...müsste am Tinkertable sein. Moment. Ich bin gerade leicht abgelenkt. So. Aber ich habe 10 Pixel gekriegt für die Ablenkung. Monsterdetektor braucht Advanced Plastics und... ...ähm... ...das müsste man ja eigentlich alles haben. Multiohrdetektor. Kupferbahn. Und... ...Kupferwires. Und ein Metam... Wieso habe ich nur ein Modul? Achso, weil die anderen noch alle in der Kiste sind. Ja, aber das... ...das gebe ich gern aus. Ich könnte vielleicht sogar zwei bauen. Ähm... Achso, Kupfer ist hier drin. Ähm... Wo ist... ...äh... ...das... War das hier drin? Ne, hier oben müsste es drin sein. So, eins braucht man noch. So... Und Kupferwires. Ach, kann ich neue herstellen? Wir haben so viele Kupfer... ...Dinger... Genau, jetzt müsste man da eigentlich noch so eine Art automatische Fabrik bauen können, in der wir... ...die Kupferwaren automatisch ein Kabelverband... ...äh... ...umwandeln können oder so. Aber das hat ja auch nur ein Limit. Ähm... ...multiore-Detektor. Was ist mal das? Meine Gläser hast du ja schon. So, dann teleportiere ich mich gleich mal zu dir. Hab mein Mesh schon. Ich probiere mal, was passiert, wenn ich mich zu dir teleportiere. Ob das überhaupt so geht, oder ob ich gleich... ...irgendwo im Weltall lande. Ah, da bist du. Ah, Hilfe! Na gut. Ähm... Mal gucken, ob ich dir den Detektor einfach so rüberschmeißen kann. Ähm... Stopp. Soll, der ist automatisch zu mir zurückgeflogen. Vielleicht wegen... ...äh... ...hier... ...Sperrelosigkeit. Danke. Ja, okay. Das hat dann schön funktioniert. Könnte ich jetzt mal hier auch wieder den... Wo ist denn das Teil? Ach, da hat es sich versteckt. Ja, Meteorite Rock. Mal gucken, was wir da rauskriegen, wenn ich das... ...durch den Frosch... Äh... Wo bekomme ich deinen Haken? Der Haken funktioniert aber nur so... ...so halb gut. Obwohl, ja, komm. Ähm... Hast du ihn gefangen? Ich habe den jetzt einfach in die... ...äh... ...in den Weltraum geschmissen. Ja, okay. Dann baue ich mir nochmal einen neuen. Achso, ich kann ja meinen... ...FTL-Drive mal jetzt aufbauen. Habe ich jetzt zwei? Ach nee. Das eine ist der kaputte. Ich würde mit dem Kaputten gerne nochmal irgendwie was machen wollen. So, und hier kann ich jetzt... ...ähm... ...noch das bisschen Irkes-Fühl reintun. So. Da könnte ich jetzt theoretisch hier auch auf andere Planeten... ...also das mit dem Mond hat ja nicht so viel gebracht. Ich bin hier... ...hier ist noch ein... ...Desert-Planet. Ähm... ...okay, da fliege ich jetzt einfach mal hin. Why not? Aber wenn, dann doch eher ein Forest-Planeten, oder? Hier, der sieht doch hübsch aus. Orbiting two bodies. Das heißt, er hat auch zwei Monde? Oh, was sind das für eines? Äh... ...ja, mich. Wie kann ich denn hier näher ran? Okay. Was ist denn das für eine... Orbiting two bodies? Luminous rain. Und das Teil? Ganz normalen Metalle. Regen. Schnee. Gewitter. Ja. Ist jetzt eh nicht so wichtig. Ich hab hier noch... ...flüssige Metall drin. Achso, ich wollte jetzt einen neuen... ...haken bauen. Die... Das war der Haken. Wahrscheinlich werde ich wieder nicht die ganzen Materialien haben, die ich brauche. Aber das ist ja immer so. Ähm... Ich müsste mal hier... ...weiter bauen. Hookschutz! Ich... Ich kann sogar... Okay. Carbon Dioxide... Ich hatte zufällig alles dabei, was ich für ausgerechnet das Teil brauchte. Paintbrush... Vailhook... Das war das andere. Precision Ore Detector. Oh, da gibt's noch einen. Hm. Kombination of nearby minerals upgrades using... Shift to... One Ore at a time. Okay. Hm. Aber ich glaube, Multi-Ore Detector ist doch eher das, was wir wollen und brauchen, oder? Aber das ist teurer. Ah, hier kann ich... Hier könnte ich solche Dinger herstellen, wenn ich sie hätte. Ich habe auch gerade so einen Energie-Nebeneffekt. Interessant. Na komm. Wollte mal hier zum Spaß reingucken. Achso, der Hookschutz, der kann jetzt wieder da rein. Das wollte ich so mitnehmen. Cool, wie viele Samen noch so nebenbei rauskommen. Ach, das hat mir gar nichts gebracht. Egal. Irgendwas wird schon bringen. So, das Ding ist fertig. Da kann ich gleich mal... Was habe ich gerade bekommen? Irgend so einen Asteroiden-Rock. Stone Wumble. Ja... Was ist das hier cool ist? Helium-3. Ach ja, stimmt ja. Helium-3 kommt auch ab und zu aus Mondgestein raus. Und dann machen wir hier noch mehr Wunen-Rock. Sobald das durch ist. Und hier... Ja, der hat noch lange zu tun. Und ihr habt auch noch für längere Zeit Holz. Ich glaube... ...habe ich noch irgendwas, was man da eher durchjagen könnte. Mitleid-Rock. Das wollte ich doch sowieso hier reintun. Das lege ich mal extra hin. Da hoffe ich doch, dass da irgendwas cooles bei rumkommt. Ach genau, ich wollte Mech-Teile bauen. Schau mal, ob die Lava-Farm läuft. Ja, mache ich gleich. Ich gucke erst mal noch ein bisschen nach Wasser. So, das müsste ja alles nach hier unten ablaufen. Hm, 200 nur. Auch 200. Und der dritte... Komme ich da überhaupt dran? Jetzt komme ich dran. 250, okay. 150, meine ich. So, ich muss jetzt zum Teleporter. Dann kann ich auch schnell mal hier hinlaufen. Bisschen Wasser habe ich ja jetzt. Lava-Base. So. Irgendwie haben die Lava-Dinger aufgehört zu arbeiten. Aber die haben ja eigentlich auch mehr als genügend jetzt gesammelt. So, jeder so um die 2000 rum. Das hat mir gerade Angst gemacht. So, 500. Da kriegst du mal... Wir haben drei zu versorgen. Erstmal 100. Hier ist auch 100. Und sehe ich das richtig, dass... Das sieht irgendwie wenig aus. Gebe ich dir mal hier. Okay, das waren... Das Ding hat mehr als genügend. Da brauche ich mir keine Gedanken machen. Eigentlich hat der noch am meisten, aber der kriegt jetzt... Oh, der kriegt jetzt hier erstmal eine ordentliche Ladung mehr. Okay. Hoppla. Und hier auch alles mitnehmen. Ähm... Wisst ihr was? Ich schmeiße hier noch ein bisschen Wasser mit rein. Wo sind das, dass ich das gleichzeitig machen kann? Ne, aber vielleicht funktioniert es so rum. Dann kann ich hier die... Ja, dann mache ich mal die Hälfte. Oder ich mache einfach alles rein, was soll's. Lava ist jetzt wirklich nicht das größte Problem. So, was können wir denn jetzt hier noch reinschmeißen? Angsten war ja irgendwie knapp. Ich weiß nicht warum, aber... So, das ist gleich durch. Und dann schmeiße ich da noch... Ja... Das da rein. So, ein bisschen Kupfer kommt ja auch noch dabei raus. Ähm... Gut, das Blei würde ich behalten. Das sollte okay sein. Kohlenstoff kommt raus. Alles gut. So, Lava... Lava-Farm läuft wieder. Genau, äh... Der Mächtigens. Achso, das könnte ich doch wahrscheinlich, ähm... Am Außenposten bauen. Aber langfristig hätte ich gerne auch irgendwie eine eigene Station. Aber wahrscheinlich brauche ich Materialien dafür. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Arbeiteten die noch alle? Ja, schon wieder alle. Komm, hier, bau mal damit weiter. Ähm... Kupferbahn... Habe ich die? Die habe ich mehr als genügend. Ich habe kaum noch Kohle. Eisenbahn hatte ich auch die Hälfte. Silberbahn. Ausgerechnet Gold ist zu wenig. Da würde ich das mal irgendwie gerne in Ruhe lassen. Oh, vielleicht brauche ich welches. Das könnte sein. Das kann ich selber noch in größeren Maßen herstellen. Nein, ähm... Genau hier, das wollte ich. So, da brauche ich Blei. Autsch. Jetzt müsste es gehen. So, der erste Mech müsste gleich fertig sein bei mir. Ach genau, der wollte Dura-Steel-Bahn haben. Ähm... Was fehlt mir? Elektromagneten. Für alles fehlt mir irgendwie Elektromagneten. Okay, das kann ich schon mal bauen. Dann baue ich das. Mech-Boosters... Ähm... Ja, komm, wird reichen. Okay, in dem Moment, wo ich die gebaut habe, habe ich... Aber da brauche ich nochmal Tankstenbahn. Hier ist ein Florenausenposten im Astroiden. Okay, cool. Okay. Ich habe jetzt auch meinen Grappling-Hook. Hier sogar Schwerkraft. Cool. Und, äh... Ein Auftrag für mich. Äh... Sad lost things. Florena has lost father's greenfinger medal. Especially because father hadn't best tried... Okay. Werden du ins? Ach so, das ist, äh... Der gleiche, der auch beim... Gott, wie heißt das Ding? Äh... Beim Science-Außenposten ist. Da ist auch so ein Stand. Genau. Und hier sind gleich mal... Zwei Sachen, die ich für die Floren-Mission brauche. Drei Sachen. Worst thing fine, keep going, doing well. Äh... Everything glue gets us closer. Okay. Ziemlich cool. Ähm, ja. Und die gewalttätige Kultur der Florences ist ja uns allen bekannt. Carnivores-Dur... Ein Bürger verkauft er auch. Okay, aber dafür schmeiße ich jetzt meine Pixel erstmal nicht raus. Schau mal in den Shop, da gibt's Menschen. Ja, ich... Ich kann's mir fast vorstellen. Squishy Human Eye, Babyhead on a Constick. Ja, das ist der Humor, für den auch Falcon Universe so ein bisschen gekritisiert wird. Ähm, ja. Mal gucken, ob man noch mehr menschliches... Lebensmittel gut haben. Äh... Served Human Ear. Served Human... Äh, Kopfplatte. Aber es gibt keine Platte. Okay. Also menschliche Köpfe gibt's noch, menschliche abgeschnittenen Ohren. Das find ich gar nicht mal ganz so schlimm. Äh... Orphanpaste, also... Waisenkindpaste. Made only from the finest ingredients. Perfect food for vegans. Okay. Can ship fuel and maxed? Ähm... Also wenn das aus... Für meegend sein soll, dann... Ja. Das hat hier alles so ein bisschen... Ähm... Oh Gott, wie hieß das Spiel? Ape's Odyssey. Vibes. Eyeballs. Achso, das sind die Augenpflanzen. Das ist ja in Ordnung. Das ist tatsächlich vegan. Weil das ja aus Augenpflanzen gemacht wurde. Die Augen... Ohlschale. Ah, hier ist auch nochmal was. So, how particular was surprising? Okay. Allein in diesem kleinen Außenposten... Habe ich jetzt relativ viel... Glues für die Florence entdeckt. Ah, okay. Und ich sehe gerade... So ein paar Ideen für... Ähm... Wie komme ich hier raus? Aber das bringt mir nichts. So... Ah, Hilfe, Gegner. Ich wollte ja eigentlich eh noch... Also Elektromagneten brauchte ich noch für die Hülle. Und Tanksten brauchte ich für andere Bauteile. Tanksten hatte ich ja... Hatte ich nicht, Tanksten? Habe ich das einfach nicht mitgenommen. Ich Idiot. Okay, schauen wir nochmal in die Lava-Farmen. Wie weit sind wir denn hier? Hier ist noch ein bisschen Tanksten-Erz. So, ich nehme mir überall nochmal das Tanksten-Erz raus. Oh, das Wasser ist durch. Ja, ein bisschen Sauerstoff. Das passt ja. Und das hier ist auch durch. Ähm... So, ich lasse mal das hier wieder rein. Und dann... Sobald das durch ist... Das hier. Dann kann ich das mal... So, dann ist die erstmal wieder beschäftigt. Elektromagneten war das andere. Und vielleicht auch ein paar Dioden oder sowas. Alles, was... Äh... Das Ding kann. So. Genau. Hier wollte ich noch die weiter reintun. Genau. Und Elektronik war hier drin. Davon habe ich gar nicht mehr so viele. Das könnte sogar knapp werden. Ähm... Silikon habe ich noch relativ viele. Achso, und Elektromagnet besteht doch nur aus Eisen und Kupfer. Und das ist ja... Beides zu Genüge da. So, sind die schon fertig? Sehr schön. Hier nochmal. Und... Du auch. Irgendwas ist schon wieder hier vergammelt. Kann ich mal alles zusammenlegen. Dann... Habe ich einen etwas besseren Überblick. Wie schnell wird denn eigentlich der Apfelsaft schlecht, den ich mir gemacht habe? Wo ist denn der jetzt überhaupt? Christine... Fresh and delicious. Still looks delicious. Ja, ich esse jetzt trotzdem mal ein paar Äpfel. Wir haben ja... Mehr ist genügend. Oh, ein seltener Mob. Ich würde dich fast fangen. Idiot, ich habe doch sogar einen Fangball. Hm. Ich hätte sogar zwei gehabt. Aber dann hätte ich vielleicht den anderen gefangen. Und den wollte ich jetzt nicht unbedingt. Ähm, Elektromagneten. Genau, da brauchen... Ne, davon haben wir eigentlich auch schon genügend. Was... Wie viel könnte ich denn herstellen? 46. Na, so viele brauchen wir wirklich nicht. Aber zehn Stück könnten reichen. Und ein paar Silicon Boards. Wer weiß. Und Stick of Vams. Die kann ich jetzt auch bauen. Achso, das war das, wo ich viel Gold brauchte. Deswegen sind wir ja überhaupt auf den Astroiden-Gürtel geflogen, damit wir Gold haben. Noch einen Außenposten. Okay. Zufällig bin ich gerade am Teleporter. Da gucke ich gleich mal bei dir nach. Ähm... Wo ist der Außenposten? Da oben. Aber ich schätze mal, der hat jetzt nichts Neues für uns. So, ich hoffe, ich habe jetzt genügend Materialien. Und dann... Kann ich auch gleich auf Stationen hier gehen. Ähm... So, jetzt erst mal den Tech-Body. Wo war eigentlich dieses coole, hässliche Auto? Da. Okay, der hat schon ein bisschen mehr Defense, aber noch wenig... So, der ist ein bisschen mehr... Masse 3. Achso, der ist dafür dann schwerer. Schau am besten nach Energy. Ich glaube auch, Energy ist vielleicht das Beste, wonach ich gucken kann. Okay, der hat viel Energy. Kiroshi irgendwas. Okay, der hatte die meiste Energy. Tanks... Tanks... Eins? Lightspeed... Manöverität... Ich brauche erst mal die anderen Sachen. Okay. Backcannon... Mecharm... Iron Troll... Hunting Rifle... Ähm... Was fehlt mir hier? Das... Habe ich nicht. Anscheinend nicht. Ich habe nur noch einen Tangsten-Bahn. Achso, das habe ich wahrscheinlich alles ausgegeben bei dem... Das kann ich jetzt alles wieder bauen? Ach nee, da... Jetzt... Den hatte ich ja gebaut. Der brauchte 24 Tangsten-Bahnen. Okay, dann waren die halt auch schnell wieder weg. So, das muss ich schon gebaut haben. Hier gibt es Extras, die habe ich noch nicht. Dann baue ich erst mal... Kann ich zwei... Irgendwie will ich den bauen, aber... Energie... Usage... Das wird schon reichen. Ähm... Was sind denn die Teile jetzt? Iventville... Oder muss ich hier draufklicken, um die... Müssen doch irgendwo... Ah, hier sind die. Mecharmboosters... Ne, das sind die hier. Masse... Flightspeed... Minorität... Okay, da wollte ich ja gucken, dass ich... Das ist der Body. Das sind die Legs. Ähm... Waffe hätte ich gerne auf der rechten Taste. Und den Dill hätte ich gerne auf der linken. Und dann kann ich damit schon arbeiten. Der sieht zwar nicht so cool aus wie der andere. Hm, was passt denn am besten? Der schwarze ist mit schon irgendwie... Dieses leichte Grau, das ist vielleicht nicht so auffällig. Oder dieses Gelb, das passt ein bisschen zu den Avalis. Und dann der Hintergrund Weiß. Oder umgekehrt, wenn ich jetzt kein ordentliches Weiß finde. Ne, finde ich jetzt auch gar nicht. Das höchstens... Ja, aber dann nehme ich hier das knallige Gelb. Und mache das hier Weiß. Ich glaube, hier gab es ein besseres Weiß als bei der Hintergrundfarbe. Okay, aber... Warum ist hier ausgerechnet der... Oder zählt das als, äh... Originalfarbe? Das könnte sein. Das sieht cool aus irgendwie. Komplett gelbe Mächte ist eigentlich auch nicht schlecht. Das hier ist... Das passt. So, dann hoch. So, und jetzt kann ich mit dem Mächte runter. Auf den normalen Planeten. Weil, warum nicht? Ah, so kann ich auch Bäume fällen. Das ist ja... Praktisch. Wie schnell kann ich denn hier bohren? Klee, Woodenblocks, Pixel... Warum ist es hier so dunkel? Stonebumble. Stonebumble. Ich spiele Super Mario mit dir, indem ich einfach auf dich drauf springe. Das funktioniert wirklich. Und Bäume fällen geht auch relativ schnell. So, Pineleafs, Seppenplay... Okay. Okay. Was ist wirklich dunkel hier? Achso, ich könnte auch mein... Backpack absetzen. Okay, das nervt irgendwie... Ah, Pilzmenschen. Hallo, Pilzmenschen. Seid ihr... Ja, die sind noch... Ja, die sind noch okay. Ah, Baumwolle. Ach, mir ist es zu dunkel gerade auf dem Planeten. Aber, ähm... Wenn ich jetzt zu dir gehe und du bist zufällig noch, ähm... Auf dem Asteroidengürtel... Dann... Komm ich nicht mit meinem... Dingens. Das einzige, was ich hab, ist noch mein... Äh... Dingens hier. Damit kann man natürlich auch arbeiten. Du kannst mal auf mein Schiff, vielleicht geht's dann. Stimmt. Achso, ich kann doch direkt auf dein Schiff über dein Icon... Hm, nee, das ist, äh, die Falschtaste. Linke Maustaste. Beam to Ship. Adventure Ahoi. Ja, stimmt. Da kann ich jetzt von deinem... Wahrscheinlich komm ich dann sozusagen an der Mitte von dem Ding raus. Schön. Ich hab von rechts was gehört. Okay, da bist du. Bist du jetzt direkt wieder hierher geflogen oder... Hast dich nochmal neu hinterher... Hedipolitiert? Ähm... Du musst mich mal beschützen. Okay. Wir haben fast den gleichen Mech. Auch in der gleichen Farbe. Interessant. Okay, ja, doch. Das geht einigermaßen mit... Wie ich hier umher... Düse und... Ah, da unten kommt was. Warum ist der jetzt so langsam? Oder kommt mir das nur so langsam vor? Es kommt mir nur so langsam vor. Ach, da. Oh, ein Kristall. Ein Eiskristall. Noch einer. Okay. Ist da noch einer? Vorsichtig. Was ist hier denn? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich ja oben drauf ist vielleicht was. Im Außenposten oder sowas. Äh, ich schau mal nach oben. Hab ich auch grad vorgehabt. Nähern wir uns von beiden Seiten auf den... Moment, hier ist grad wieder... Hm, ich müsste mich mal langsam reparieren. Okay, mein Mech ist bald kaputt. Da muss ich auf jeden Fall noch mal reparieren. Hilfe. Lass mich in Ruhe. Mein Mech macht schon komische Geräusche. Weil es ihm nicht mehr so gut geht. Ah, hier oben ist noch irgendein Metall drauf. Wenn er Kier hat, ist ihn genug. Magmarock. Und ein Golderz war es nur. Okay, aber wenn jetzt keine Gegner kommen, dann geht das ja noch eine Weile. Okay, da sind noch ein paar Metalle, was auch immer genau da ist. Vielleicht bräuchte ich auch einen zweiten Bohrarm. Aber da bin ich ja völlig schutzlos. Ah, da oben ist noch... Ich glaub, da komm ich schneller hin, wenn ich direkt von hier aus bohre. So. Mach ich das mal. So, ich kann schon sehen, dass da was ist. Ich weiß nur noch nicht, was es ist. Es könnte Magnesium sein oder sowas. Magmarock, Meteoritenrock. So, sollte es... Sollten wir den See in Ruhe lassen? Naturschutz oder so? Da ist ein See drin. Okay, es ist Magnesium. Ja, das Grüne. Ich überlege gerade, das sieht aus wie ganz normaler Schleim. Also wenn du es in Ruhe lassen willst, dann lasse ich es auch in Ruhe. Es wäre auch jetzt ziemliche Arbeit, da überhaupt ranzukommen. Ich hole mir nur noch das bisschen Magnesium-Erz hier. So, jetzt hab ich's. Hab ich eigentlich irgendwas, mit dem ich den Mech reparieren kann? Ich würde mich mal wieder zurück-teleportieren. Und mal kurz, äh... Ist der Mech jetzt eigentlich dauerhaft kaputt? Wenn ich jetzt hier nochmal nach unten gehe. Mit dem Mech. Okay, dann hat er wieder voller Hilfe. Ähm, das aus Forschungszwecken nehme ich einen Block und etwas Schleim. Ja, okay. Ich hab das Gefühl, jedes Mal, wenn ich mich mit dem Mech hier runter teleportiere, dann mache ich den Start-Dings erstmal ein bisschen kaputt. Okay. Ist schon nicht schlecht, jetzt mit dem Mech hier runter zu gehen. Das ist Gift. Okay, also nichts Besonderes. Brauchen wir nicht, oder? Ähm, wüsste ich jetzt nicht, für was genau. So lassen sich die Viecher auch fernhalten. So, jetzt fangen wir an, hier ein bisschen zu rennen. Pixel. Oh, hier, neue Pflanzen. Ähm, oh, okay. Neues Haus. Ruhle ich mich aus. Pixel. Was sind das? Achso, das war das Mech-Menü. Deswegen ist das jetzt leer. Da. Wir haben Erze. Oh, Insekt. Orchid Queen. Yay. Die Dienenart, die mir noch gefehlt hat. Jetzt komme ich nicht hier hoch. Geil, komm. Dann mache ich mir einen Weg nach oben. Okay. Hm, da ist noch mehr. Oh. Ups. Upsi-dups. Aber ich habe ja noch alles. Da sollte ich jetzt relativ schnell hinkommen. Da kann ich mal gleich sehen, was wirklich leer ist. Okay, äh. Erde ist leer. Das Zeug ist leer. Den Rest. Hier fehlen irgendwie drei Sachen. Mal gucken, ob die... Ob die dann auch zurückkommen. Hier ist noch ein bisschen Cobblestone. Ich kann ja erst mal das hier lassen. Was ist das eigentlich für ein Buff, den ich die ganze Zeit habe? Diesen Federleicht und den Energy Buff. Ist das, weil ich gestorben bin? Ehe, das sind ja coole Viecher. So, ich dachte gerade, da wäre noch ein Insekt. Ähm, die da muss ich ja... Ich glaube, der ist friedlich. Okay. Ganzes Zeug wieder eingesammelt. Warte jetzt. Der kommt mir bloß gefährlich nahe, aber der scheint friedlich zu sein. Hätte ich ihn in Ruhe gelassen, dann wäre gar nichts passiert. So. Der hat sich auch irgendwie anders verabschiedet. Hier ist matt jede Menge. Das brauchen wir ja auch. Ne, Clay ist es. Das ist auch so eine Sache, die ich auf meinem Hepatplaneten nicht hatte. Da freue ich mich jetzt auch ein bisschen, das einsammeln zu können. So, Erde kann man auch ruhig mitnehmen. Warum nicht einfach immer ein paar Zentimeter unter der Erde? Sonst komme ich auch jeden Predator hier auf dem Planeten. Ähm, das müsste ein normales Buckshell-Insekt sein. Ich nehme es trotzdem mal mit. Wenn ich kann. Wo ist denn jetzt hin? Ach, da. Ich kann es gar nicht mitnehmen. Das ist ja ein Betrug. Ach, stimmt ja. Ich kann hier jetzt unendlich lange atmen. Okay. Warum nicht? Okay, aber das ist ja das gleiche, was... Habe ich das jetzt zweimal? Das ist jetzt gerade sehr merkwürdig. Ach, der ist böse. Hier ist ein Avian-Tempel. Aquapulp? Okay, cool. Ah, hier sind Tomaten. Learn to craft Tomate-Juice. Auch nett. Okay. Ähm, ich wollte jetzt gerade gucken. Die... Bird and Ruins. Habe ich die jetzt zweimal sozusagen? Jokias, We-Place. Agent-Tempel hatten wir ja schon mal. Und Bird and Ruins ist... Ist jetzt hier auch nur einmal gelistet. Obwohl ich das jetzt sozusagen zweimal angenommen habe. Ähm, wo bist du jetzt eigentlich? Ich schätze mal, du bist immer noch auf dem... Ach, ne, du bist wieder zurück. Ich guck mal kurz. So, wie viel Brennstoff habt ihr noch? Ihr habt noch richtig viel. Achso, wahrscheinlich ist dann hier in der Zwischenzeit nicht so richtig viel passiert. Ich nehme mal alles mit, was da schon passiert ist. Und... Ähm, wo habe ich denn jetzt richtig viel gesammelt? Das ist der Rock-Quasher. Dann machen wir das Meteoriden-Stein klein. Und hier... Oh, da ist relativ wenig davon rausgekommen. Aber hier im Dreier mal jetzt ein bisschen... Das wird bestimmt cool sein. Ähm, irgendwas anderes, was wir durchsiften lassen können. Das hier sieht doch ganz nett aus. Querville. Hat nichts gebracht. Oh, hat sogar was fliegen lassen. Ähm, was könnte man jetzt noch machen, gebrauchen? Achso, dieses Tillit. Äh, ich weiß, wie wir unendlich viel Gift kommen. Ich auch. Ähm, welche Idee hast du? Ähm, ja. Hast du schon gemacht. Ähm, ja. So, jetzt haben wir unendlich viel Gift. Ich weiß gar nicht, ob Gift auch als Kühlungsmittel benutzt werden kann. Ich schau mal. So, und ich schau mal nach... Ich will irgendwie was Neues bauen. Mal gucken. Vielleicht eine neue Waffe? Kann ich vielleicht was Neues erforschen? Research. Das würde ja hier unter Amor und Dingens gehören. Entwurft EPPs. Das wäre doch eine Idee. Vielleicht erst mal erforschen. Ja, Forschungspunkte haben wir mehr als genügend. Nehme ich auch gleich hier die besseren. Oh, das kostet schon ein bisschen mehr. Und ich glaube nicht, dass wir das Zeug bauen können. So, hierfür werden wir Titanium brauchen. Okay, also weiter hier kommen wir noch nicht. Was ist das? Wie ein Forced Glass. Ach ja, und Telebrium. Das ist ja auch nochmal eine komplett eigene Kategorie. Das ist auch hauptsächlich Tier 2. Was ist das hier eigentlich? Kirouji Weapons. Ähm, klingt von den Werten her auch nicht so besonders. Ist auch Tier 2. Hier könnte vielleicht noch was cooles dabei sein. Tier 1. Tier 1, okay. Das sind Lunari-Kristalle. Vielleicht kann man die noch cool upgraden. Oder vielleicht haben die besondere Nebeneffekte. Weswegen die sich das lohnen könnte. Ähm, ich schau mal. Ich hab Asphalt. Okay, cool. Ich überlege gerade, wo man Asphalt herkriegt. Wo brauchst du das? Ähm, ich wüsste nicht wofür. Außer, dass wir damit irgendwie was cooles bauen können eventuell. Äh, ich hab Öl auf Lava gekippt. Ah, okay, ja. Ah, ich kann hier so durchgucken. Ähm, muss ich das verstehen, warum... ...das so aussieht? Ist hier irgendwie... Ah, nee, der kann das noch von dort aus runtertropfen. Ist ja cool gemacht und cool gedacht. Oder fehlt da ein Hintergrundblock? Nee. Ähm, erstmal was essen. So, ich hatte doch hier irgendwo ein Campfire. Ich glaub, das hab ich schon längst wieder abgerissen. Aber es... Ja, ich hab vier Campfire im Inventar. Klasse. Mal gucken. Die ganzen Potatoes, die ich hab, die könnte ich mal... ...repairn. Und das... ...auch. Weiß bleibt ja unendlich lange. Die Tomate ist wahrscheinlich auch nicht mehr die frischeste. Okay. Und der Zwischenzeit sind hier auch ein paar Kartoffelsamenmaschinen. Und 71... ...ähm... ...von denen... ...auch nicht schlecht. Das ist ja für... ...Spezialnahrung... ...aus dem Mod. So, dann... ...mal schnell rüber damit. Das sind die gekochten Sachen. Okay, das wird bald alles schlecht. Das wird auch alles bald schlecht. Ähm... ...der Apfelsaft... ...der sollte noch für eine Weile frisch bleiben. Und der ist noch sicher essbar. Okay. Und ich hab irgendwas mit 500... ...m... ...Mulch... ...äh... ...Geschichte. Also noch nicht ganz Mulch, sondern nur... ...äh... ...verdorbenes Essen. Aber daraus lässt sich ja Mulch machen. Solange ich nicht... ...Besseres damit... ...anfang zu... ...äh... ...zu Anfang weiß. So, ich kann... ...die Kapazität quasi verdoppeln. Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Mein Gedächtnis. Ich wollte nachgucken, ob... ...ich so ein... ...Mesh-Reparatur-Thing... ...bauen kann. Und wenn ja, wo? Basic Computer. Stimmt, den hab ich auch mal aufgebaut... ...und mich nicht weiter drum gekümmert. Hm. So. Waiting. Subject for Input. Okay. Da schmeiß ich also Dinge rein... ...und dann kommt da... ...Wissenschaft raus. Need Power 2. Okay, das Ding braucht Energie. Hm. Wir müssten eigentlich unten noch genügend Energie haben. Zumindest hoff ich das. Ähm... Mal schauen. Ich baue erstmal den Computer wieder auf. Was schreibst du? Ähm... Was suchst du? Ähm... Ich wollte mal... ...fragen gucken, ob wir hier genügend... ...äh... ...energie noch für das Ding haben. Das braucht irgendwie zwei Energie. Und ich weiß noch nicht mal genau, was dann passiert. Klar. Ähm... Zwölf. Jetzt hast du... ...das Ding... Äh... Pack ihn... ...pack ihn hier hin. Ah, okay. Ähm... Achtung. Wo ist denn jetzt der Computer hin? Ja, das müssten auch gehen von den Kabeln. Auf den Tisch. Mal gucken, ob das geht. Ja. Hübsch. Ähm... Straubenschlüssel. Wo ist denn der jetzt gelandet? Ähm... Ich sehe ihn nicht mehr. Ah, okay. Hast du schon gemacht. Jetzt kann ich hier Dinge reintun, hoffentlich. Scanning. Okay, braucht das jetzt mehr Energie? Waiting for a job. Okay, sieben Forschung hat das jetzt gebracht. Mal sehen, was könnte man da noch reinschmeißen? Irgendwas, von dem wir viel haben und was wir selten brauchen. Magna Rock. Den würde ich gerne zerschreddern lassen. Scanning. Ähm... Wir haben doch jetzt mittlerweile so viele Eisenbahnen. So, was machst du aus einem Eisenbahn? Achso, die Eisenbahn und so weiter, das können wir ja dann später alles zu Pixel verarbeiten. Ja, das bringt nicht wirklich viel Forschung. Aber ich glaube, das bringt sowieso nur diese normale Research. Wir sehen hier... Achso. Ja, also wenn du irgendwas hast, was du nicht brauchst, dann können wir das da oben jetzt in den Computer schmeißen für Forschung. Aber ich, äh... Mach jetzt nochmal ein bisschen hier Genforschung. Indem ich die ganzen Zepplinge, die ich noch hab, mal hier verarbeiten lasse. Also das müsste ja... Wenn nicht sogar noch was drin ist. Ach, 10... 10 Stück nur, das ist ja albern. Aber hier... Diese Pine-Zaplings... Snowy Pine... Ja, 400 davon. Weiß nicht, ob das so funktioniert. Aber ich denke mal schon. Das sieht so komisch aus hier. Was ist denn hier an der Stelle kaputt? Ich würde es gerne wissen. So, mal gucken, ob wir es jetzt reparieren können. Das ist das Lilane. Was genau ist das Lilane? Ah, da oben. Ähm, hab ich das jetzt eingesammelt? Umbark. Okay. Umbral. Umbral-Dirt. Oh, das klingt so, als könnte man es auch irgendwie... ...durch den Powder-Sifter jagen. Und dann kommt vielleicht irgendwas Cooles raus. Oder auch nicht. Der Rock-Extractor ist schon leer. Und der Powder-Sifter ist auch leer. Okay, dann kann ich ja mal meine Umbral-Erde da reintun. Und sie ist weg. Wird nicht so ein bisschen an diesen Swordpack folge. And it's gone. So, und hier in den Rock... Ähm, Stone. Magmarock. Das wollte ich noch hier. Okay, das funktioniert. Wir haben noch genügend Holz. Achso, ähm... Ich hab vergessen, das letzte Mal die Bäume nachzupflanzen. Ja. Sind ja noch genügend da. Ich kann sogar hier zwei pflanzen. Aber ich nehme mal jetzt ein paar neue Bäume mit. Auch einfach wegen neuem Holz. So, was ich mit dem Mech mache, hab ich immer noch nicht genau rausgefunden. Zwei Fehler sind drin. Ich guck mal kurz in der Forschung nach. Ähm... Engineering müsste es gewesen sein. So, crappy Kug-Team. Hunting Rifle. Genau, das waren diese Basic Mech-Komponenten. Blitzchein... 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 Das sieht cool aus. Aber auch nicht die besten Werte. Ich glaub, das ist, äh... Auch nicht unbedingt das allerbeste. So, hier gab's vielleicht das Tool. Mech-Prepare-Port. Acquires 20 Jews. Äh... If a Mech ist nearby. Okay. Cool, dass man hier genau sieht, was da noch von fucking Universe ist. Defense Fields. Fuel... Okay. Mhm. Das ist das wahrscheinlich, was ich dann am nächsten nehme. Fuel und Tungstenbahnen wieder. Natürlich. Improved Mech-Buddies. Achso, und hier sind dann die Unter-Kategorien. Und alles mündet dann in... Äh... Peerless Mech-Crafting. Okay. Achso, das ist dann einfach das Beste von allen oder so ähnlich. Aber da wird... Das wird erst freigeschaltet, wenn wir die anderen Sachen, die uns vielleicht gar nicht so interessieren, haben. Und, äh... Tier 6... Geschichten. Homemade... Äh... Tachs. Das können wir mal erforschen. Mal gucken. Dodge 2. Lens-Tach. Ich will ja diese Minikugel haben. Was ist das? Hm. Powerjump 1. Zero Bust. Emergency Bounce. Emergency Bounce ist... Es war früher ziemlich unzuverlässig. Das hier sieht aus wie der Miniball. Okay, da brauchen wir... Zerrestium Bahn. Okay, das habe ich noch nicht. Tanksten Bahn und... Die ganzen Geschichten. Hier sind dann bessere... Spheres. Brown Spheres. Shards. Fire Shards. Dangerous Festes Licht. Das klingt ein bisschen widersprüchlich. Ähm... Ne, du hast nichts geschrieben. Irgendwie dachte ich da gerade wäre was. Ähm... Da. Achso, die Karte hast du wahrscheinlich aufgebaut. Für deine... Äh... Tempel-Mission da. Das, was wir von Esther bekommen haben. Ich hatte ja noch mal eine neue Karte gefunden. Aber da ist das gleiche drin wie bei... Okay, die Lichter sind doch ein bisschen zu knapp. Also die geben ein bisschen zu wenig Licht. Aber irgendwie sieht das auch ein bisschen heimlich aus. Heimlich, unheimlich. Braucht man einfach nur... Drei mehr davon. In den richtigen Stellen. Und dann klappt das schon. Zumindest hoffe ich, dass das einfach so klappt. Ähm... Da hinten sind die. So. Kann ich... Erstmal einen Platz finden, wo ich die aufstellen kann. Selbst das kann ich ja nicht mal sehen. Sind das... Ne, das sind die. Also einfach noch weiter nach oben. Okay. Und nach der Logik müsste das dann hier hin. Ah, cool. Ähm... Okay, das musste ein bisschen näher, weil da wahrscheinlich die Karte im Weg ist. Ähm... Ähm... Ne, eigentlich sind die schon fast symmetrisch. Ja, lasse ich das... Ähm... Da schiebe ich das noch ein bisschen mehr nach... Links die... Das Ding hier. Was ist denn das hier eigentlich? Achso, das sind die ganzen Florn-Gegenstände. So, das müsste hier stehen. Jetzt ist es mit dem da drüben symmetrischer. Na, das geht schon. Und in der Mitte... Das ist sowieso nicht symmetrisch, oder? Achso, weil hier das eine Rohr ist. Ähm... Müsste eigentlich auch noch eine Lampe sein. Oder zwei. Ach, lasse ich jetzt erstmal so. Ich kann da noch irgendeine alternative Lampe finden. Könnte ich dann irgendwie auf den Tisch stellen oder so. Das wäre noch eine Alternative. Hier noch irgendwie ein Deko-Tisch mit einer Deko-Lampe drauf. Mit einer kleinen Kerze. Kriege ich auch eine Beleuchtung rein. Hier ist noch eine Flackel. War doch bestimmt eigentlich auch nur... provisorisch gedacht, oder? Wenn das jetzt zu dunkel wird, dann... Mach hier noch ein anderes Licht rein. Hier an der Seite könnte noch irgendein... So ein Seitenlicht rein. Du hilfst mir gerade mehr, als du glaubst. Hier. Ja. Irgendwie ist der Raum hier eh noch ein bisschen zu kalt an den Wänden. Da muss noch irgendwie eine Deko ran. Oder Farbe. Oder noch eine Textur. So, du... Hat Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten. Aber... Leider können wir dich nicht behalten. So, das ist doch mittlerweile auch voll. So, dieses Telibrium. Das war ja auf dem einen Mond. Irgendwie habe ich Lust, nochmal die anderen Monde zu besuchen. Da kam zwar nicht so viel raus, aber... Das könnte sich trotzdem lohnen. Wo bin ich denn hier? So, ach so. Uran ist auch hier angegeben. Uran, Plutonium... ...und das Telibrium-Wauf. Dass ich es eigentlich abgesehen habe. So, dann kann ich ja erst mal das, was direkt vor meiner Nase liegt, mitnehmen. Ich sehe gerade, ich habe Hunger. Ähm. Hier ist gerade gar nichts. Hier ist noch ein bisschen Herkios. Ist ja langweilig. Also relativ langweilig. Aber es macht trotzdem einfach Spaß hier. Durch die Gegend zu laufen und einfach zu sehen, wie diese Massen an Rohstoffen eingeploppt werden. Ey, da ist ja schon mein... Äh... Mein Geisterfreund. Weiß ich doch, in welche Richtung ich stattdessen... ...laufen werde. So, Herkios können wir immer noch. Ähm, bei welchem Tab findet man die Extraktor? Ähm, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Irgendwie so Richtung Production? Kann ich mich eigentlich noch hier hoch teleportieren? Ja. Ich glaube, man findet die Extraktoren beim... Ich bin mir jetzt gerade überhaupt nicht sicher. Äh, bei dem... Also die einfachsten Extraktoren findet man am Machine Table. Den hat man ja sogar schon aufgerüstet. Und die erweiterten müsste man bei der Elektrostation finden. Huch. Hier ein bisschen zu viel rumgedöst. So. Ich kann mich noch teleportieren, oder? Dann ist alles gut. Das ist noch ein bisschen flüssiges Herkios. Das wollte ich eigentlich auch ausprobieren. Das flüssige Herkios. So, hier ist ein bisschen was im Hintergrund. Ich meine im Trikot, oder? Achso, unter Elektrik. Äh, die erweiterten... Ne, ich glaube sogar die Normalen findet man im... Äh... Bei der Grund-Elektrik-Geschichte. Cool, wie ich hier einfach hochkomme. Und am Ende... Mach ich doch nur das. Das war Moonrock. Genau. Genau. Für wie viele Rohstoffe ich eigentlich hierher gegangen bin. Und am Ende... Was mache ich da? Ich sammle nur das Billigste vom Billigsten ein. Ah, ein bisschen... Kupferohr haben wir noch. Obwohl, das brauchen wir auch nicht mehr. Also Kupfer und Eisen, das haben wir durchgespielt. Jetzt kommen wir eigentlich in... Jetzt brauchen wir noch... Ähm... Und Dura-Stil sind jetzt die nächsten Geschichten. Und hier ist noch ein bisschen Terribrium. So. Ja, komm mir nicht so nahe. Ich will trotzdem die leckeren Plötzchen hier haben. So. Mone sind eigentlich relativ langweilig. Wäre vielleicht ganz cool zum Bebauen, wenn man wirklich nur so einen ganz friedlichen, lieben Planeten haben will. Aber da würde ja halt immer das komische Vieh stören. Ist ja auch nicht nett. So, irgendwelche Metalle hier in der Umgebung. Da sind... Da sind welche. Okay, das Weisen. So. Ich glaube, umso mehr ich auf dem Planeten bin, desto schneller kommt das Vieh auch zu mir. Genau. Irgendwann werde ich es nicht mehr... Oh, hier ist noch viel davon. Zumindest glaube ich das. Ja, so viel war es auch nicht. Aber immerhin. Hat sich schon so ein bisschen gelohnt. Da ist noch ein bisschen Telerium. So. Oh, da unten ist noch was. Das nehme ich natürlich noch mit. Und da ist noch eine Ader. Ist ein bisschen gefährlich. Da unten wäre noch was gewesen, aber ich will jetzt lieber nach rechts weiter. Okay, die, die, die fette Ader da nehme ich noch mit. Das nehme ich auch noch mit. So, ist hier noch was in der Gegend? Nee, sieht erst mal okay aus. Oh, hier ist noch was. Zusammen mit dem, was wir dann auch noch durch ganze andere Gruendengeschichten hatten. Das sollte dann eigentlich reichen, um... Da sind noch ein paar. Okay, das war ein normales Erz. Da sind noch ein paar Telerium-Quest-Dinger. Ach nö, solche vier gibt es hier auch. Jetzt habe ich das Ding weggeschmissen, weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Aber, ja, das kann ich noch mal holen. Und dann kann ich auf dem Weg noch mal dahin... ...quasi noch mal mehr mitnehmen. Hey, da leuchtet jetzt was. Egal, ich müsste ja auch hier durchkommen, weil ich da schon mal durchgekommen bin. So, ich fahre relativ an der Oberfläche. Glaub ich zumindestens. Okay, wenn ich jetzt quasi die Doppelstrecke, also die Strecke zweimal laufe, müsste ich doch ungefähr doppelt so viele Materialien haben. Hier ist so ein kleiner Mondquitter. Das ist ja auch nett. Sieht ja niedlich aus. So, an dieser Stelle hatte ich irgendwie... Das sieht doch aus... Okay, die sind im Hintergrund. Das ist ganz normales Erkius-Kristall im Hintergrund. Hier bin ich mir nicht sicher, ob ich jetzt schon hier runter muss. Ist das hier, wo ich aufgehört habe? Nee. So, ich gehe jetzt einfach mal die Strecke ungefähr so lang, wie ich sie vorhin langgegangen bin. Das hier sieht doch aus wie eine Höhle. Hoppla. Okay, äh, jetzt teleportieren. Ich wollte eigentlich eine andere Taste drücken, aber... Ah, das funktioniert jetzt auch. Habe ich das Ding eigentlich jetzt wiederbekommen? Und es ist einfach nur nicht in der... Ding ins Gelände... Ja, ich habe es wiederbekommen. Alles ist gut. Kann ich jetzt mal in die Richtung gehen? Gehe ich mit dem Zeit eigentlich schneller? Das mit meinem Meta-Manipulator? Macht auch Spaß, aber ich glaube, ich bin langsamer und... Deswegen macht es nur bedingt Spaß. Aber ich sollte jetzt eigentlich genügend haben, um... erst mal... Versuch mal Flip. Hm, genau. So, waren hier die Sifter drin? Hier waren die drin. Also die... Äh, Heatlamp-Tray. Requires one power. Boring-Trays. Additional water. Scan for... Okay. Das hatte ich ja dann irgendwann auch freigeschaltet. Können wir das Ding noch upgraden? Ah ne, das Ding ist wahrscheinlich schon abgegradet. Kann das sein? Ja, ich glaube schon. Danke fürs upgraden. Deswegen ist mir das wahrscheinlich vorher nicht aufgefallen. Wetterbeaken. Scanning, Rodato, Measher, Light and Wind Levels. Okay. Braucht man nur bedingt. Und... Ah ne, du hast Hunger. Aber ich könnte auch mal was essen. Ach, du bist schon fertig. Ja, ich wollte gerade nochmal gucken, was wir hier noch jetzt so Feines haben. So. Kompakt. Äh, irgendwelche Noten. Harvester Beam Gun ist hier drin. Interessant. Als, äh... Harvester. Ach, dass man die dann quasi wieder auseinanderschraubt. An dem Teil. Weil sonst, glaube ich, musste man die woanders bauen. Wie sieht's denn hier aus? Okay, gehen ne... Hygiene gehen. Das war jetzt nur für Möbel. Medical Kit hab ich gekriegt. Und ne Kupferpickaxe von dem Viech. Wie auch immer das zustande kommt. Elektronik Center. Genau, das sah noch ein bisschen anders aus. Ein bisschen... Okay. Die Surge. Was fährt denn jetzt eigentlich noch dran? Hier die besseren Pflanzen. Aber dann müsste ich eigentlich auch diese... Äh, hier bei der Electric. Das wäre jetzt vielleicht noch ein Schritt. Beste Power Generatoren. Der Wind zum Beispiel... Ach, das Ding braucht Titanium. Das ist ja klasse. Ähm... Solarpaneele brauchen Silber. Aua. Aber... Vielleicht, vielleicht. Und dann aber noch ne Batterie hinterher. Ich brauch Tanksten. Ach so, ich brauche Tanksten im Inventar. Ja, das Übliche halt. So. Ach komm. Lass mich in Ruhe. Schade, jetzt ist es wieder dunkel. Aber... Dafür ist es auch sicherer. So, jetzt kommt hier wieder der Moonwalk rein. Wow, das ist auch schon ziemlich voll. Und, ähm... Wo haben wir denn die ganze Erde? Das müsste doch hier irgendwas mit 1000 sein. Fast 9000 davon. Wahnsinn. Hm, ja. Die haben jetzt erstmal wieder zu tun. Das ist doch nicht schlecht. Ach genau, diese komischen Erze. Habe ich hier schon mit? Ah, ich habe noch... Ich habe noch zwei... Ein zweites Oran gefunden. Das ist auch nett. 64 Telibrium. Würde ich mal kurz in... Der Lava-Farm gucken, was wir dafür kriegen. Wahrscheinlich, äh... Ist der Schmelzer eh wieder durch. Genau. Der langweilt sich eh gerade. Nöme ich mal alles mit. Damit ich sehen kann, was wirklich von dem Zeug rauskommt. So, erstmal die... Die Telibrium-Bahn. So, ich hatte 64 reingegeben. Der braucht immer zwei für einen Bahn ungefähr. Also 64 durch zwei. 32. Und alles, was über 32 ist, das ist extra. Sieht erstmal aber so aus, als wenn wir wirklich nur bei den 32 rauskommen. Was ein bisschen schade wäre. Aber dann ist es halt so. Ja, leider nichts besseres. Aber aus dem Kuffer sofort. Alles voll. Okay, aber das reicht ja erstmal, um die Forschung für Telibrium freizuschalten. Was auch immer das bringt. Aber ich mach's erstmal. Achso, Geologie hab ich natürlich jetzt... Nicht wirklich. Nicht wirklich. Okay. Achso, das sind die radioaktiven Sachen. Meinen Uran hab ich jetzt aus Versehen schon weggegeben. Aber, ähm... Dann ist es bei Amors gewesen. Genau, das hier. Sieht aus wie eine Tür, aber es soll ein Schild sein. Ja. Dieser Helm... Der ist irgendwie stylisch. Shotgun oder Soul Survival Damage. Ich glaub, das ist die einzige Rüstung, die da freigeschalten wird. Und wir können gleich das hier freischalten. Was bringt mir das? Ähm... Zeig mal das von der Seite aus. Tier 1. Ähm... Bladeville. Das mag ich eigentlich. Strikers mag ich überhaupt nicht. Sniperweifel mag ich nicht. Ein Spear Pain-Emitter. Das klingt heftig. Ja, würde ich mir jetzt sparen, die Forschungspunkte. Auch wenn ich mehr als genügend hab. Ich glaub, später braucht man schon... Oh, hier kann ich das auch freischalten. Achso, das ist einfach nur mit... Mit sehr, sehr viel Forschungspunkten verbunden. Aber mit keinem Metall. Engineering. Hier ist doch auch noch einiges neu dazugekommen. Hier sind die ganzen Module. EPP-Arguments. Würde ich mal auch ein bisschen freischalten. Okay, für die brauche ich dann mehr. Mhm. Das würde ich jetzt eh nicht mehr benutzen. Das ist die Musiksparte. Würde ich jetzt auch nicht mehr benutzen, ehrlich gesagt. Chipper-Crafting. Okay. Mhm. Ach, das waren die besseren Mech-Teile. Würde ich mal erforschen. Genau, das wollte ich erforschen. Und hier braucht man Zerestium. Das ist ein bisschen schade. So, noch irgendwas von... Was ich wirklich brauchen könnte jetzt. Von dem hier nicht mehr. Achso, ist das fertig? Ja, das ist schon lange fertig. Aber ich werde nicht aufgepasst. Ähm... Nochmal schnell die durchtagen. So. Noch irgendwas. So, ich sehe jetzt... Uh, das könnte vielleicht funktionieren. Ja! Was habe ich bekommen? Ein Plutonium-Rot. Also, damit kann ich mein... Äh... Schiff auch fuelen. Das ist nice. Das ist noch ein bisschen Gold-Erz. Ja, hat leider nicht so viel gebracht. Aber immerhin. So, wie der uns immer anguckt mit seiner Aufgabe da. Ich muss mal irgendwo anders hin. So, ich habe doch jetzt jede Menge tolle Sachen erforscht. Kann ich mal gucken, was ich davon herstellen kann. Und was überhaupt so sinnvoll wäre. Ich hätte gern... Irgendwas... Ähm... Genau, ich habe jetzt gerade das EPP für unendlich viel Sauerstoff dran. Ähm... Nee. War das hier, oder? Ich bin gerade unsicher. Mech Park Crafting Table. Mech Assembly. Ah, okay. Stimmt, die hatte ich jetzt auch freigeschaltet. Argument Extractor. Oh, wäre auch nicht schlecht. Mhm. Ship Gravity... Okay, das kann ich mir jetzt alles leisten. Racializer. Das klingt irgendwie falsch. Aber... Das ist ja nicht so... Bös gemeint. Kann sein, dass ich das am Tinkering Table... Ja. Erstmal gucken, was hier neu ist. Material Mod... Okay. Material Mod Placer. Ich weiß gar nicht, ob ich das brauche und ob ich das will. Der Monster Detector war eigentlich noch interessant. Advanced Plastic brauche ich denn noch. We will nie buy monsters. Achso, das wird dann so ähnlich funktionieren wie der... Äh... Ohr Detektor. Speed Jump Air Force. Das klingt doch... Interessant. Ammo Belt. Okay, das... Mh... Berserker Unit. Feeding. Anger Drain. Das klingt irgendwie am interessantesten. Kinetic Field. Mh... Das klingt auch nicht so schlecht. Das... Ja. Immun Oxygen. Also ich bin gegen Sauerstoff immun. Ne, also was damit gemeint ist... Das könnte ich woanders rein tun. Und dann hätte ich bei dem anderen EPP den Atem-Effekt. Irgendwie finde ich die alle noch nicht so spannend. Hier war noch nichts Neues dabei. Bisschen schade. Hier die Medizin. Hypotheke. Ach genau, dafür brauchten wir die Bienen. Vielleicht brauche ich auch später noch ein bisschen Forschung. Ähm... Hier brauchte jemand eine kleine Bestrafung. Ähm... Kannst du mir mal eine Flagge herstellen? Ja? Nur eine Flagge, kein Teleporter. Zum Teleport, ich weiß. Habe ich überhaupt noch genügend Geld für einen Teleporter? Ne, habe ich gerade nicht. Okay. Äh... Eine Flagge, glaube ich, war hier drin. Oder war die im Grundmenü? Da war doch zumindest ein... Eine Avali-Flagge irgendwo. Protectoric Flake. Rufen Fabric 20. Was hast du gerade geschrieben? Man kann sich eine... Quaft... Äh... Toppen. Ähm... 20 Fabric brauche ich. Und teleportieren. Ja, ich weiß, dass man mit Flaggen teleportieren kann. So. Jetzt kann ich die... Die herstellen. Ah, habe ich die jetzt hergestellt? Ne, dann... Dann wäre ja das... Das Fabric weg. I'm able... Ja. Es gab noch irgendwo eine spezielle Avali-Flagge, aber die sehe ich gerade hier nicht. Ah, hier die. Achso, die brauchte noch so ein spezielles Avali-Material, das ich jetzt gerade nicht habe und auch nicht unbedingt herstellen will. Ähm... Dann Tele... Achso. Zu dir zu teleportieren benötigt ein Teleporter. Zu deinem Schiff teleportieren geht einfach so. Das finde ich auch lustig. So, von wo aus... Ah, du bist zu einem... Ding ins Planeten geflogen. Ähm... Wo ist denn die Flagge? Flagge? So, soll ich die einfach aufsetzen oder willst du die... Ja. Ähm... Wie nennen wir das denn? Die sind ja so viel schneller. Hast du jetzt ein... Eine Eisenpumpe hast du gebaut. Ah, okay. Ja. Eisenpumpe bringt schon was. Achso. Wollte ich die hier nicht auch erforschen oder... Was hat mich daran gehindert? Extractor... Hier sind die normalen Extractoren. Achso, das ist hier das Tinkering. Oder Engineering. Elektronik. Ähm... Hier sind die beiden... Kondensation... Da lang. Das sind die Sachen, die man einfach so aus der Erde... Oder aus der Luft... Oder aus der Luft... Äh... Sich... Angeln kann. So... Hier vielleicht? Item Utilities! Ich hab's gefunden! Wieso hab ich das vorher nicht gesehen? Hier sind... Eisenpumpen und Eisenquery. Ah, cool. Ah, cool. Titanium-Pumpe ist dann das nächste Ding. Und Technical Wiring... Wiring Station. Okay. Was ist das hier? Das... Dafür brauch ich ein Tele... For... Manufacturing. In to finishen. Das ist tatsächlich so eine Fabrik wie bei Factorio dann am Ende. So eine Querby will ich auch mal bauen. Hast du doch schon. Oder... Achso, eine Querby, die einfach dann Rohstoffe aus dem Planeten... Absaugt. Ja, könnte ich eigentlich auf dem Mond bauen, die ich... Den ich grad hab. Ähm... Hier hat jemand einen Auftrag für mich. Da ist eine radioaktive... Ach, das ist eine kleine Drohne, die da ist. So, du möchtest... Ähm... Dass ich deinem Freund eine Note gebe. Kann ich da einfach drauf schauen? Ähm... Hier ist die Note. I am admire myself. Also, ich mag mich selber. Okay. Would you... Okay, das ist die Antwort darauf. Haha, sharing that was brave. I respect that. Okay. Was krieg ich jetzt für eine Belohnung? 20. Ja, vier Timber müsste ich eigentlich haben. Anscheinend nicht. Dann mach ich mal schnell welche. Wenn ich das kann. So. Ähm... Ja, die vier Timber gebe ich doch gerne deinem Freund hier. Einfach mal so schnell eine Mission gemacht und... Thank you for bringing me that item. Marcel für... Irgend... Äh, für den hier. What's done? Welcome, Traveler. Ach so, ist das andere zufällig ein Merchant? Ne, der ist... Der ist ein ganz normaler Typ. Aber... Alter, ist das gefährlich hier auf dem Planeten. Ach so, ich hab doch hier den Mörder... Manipulator. Ähm, ich mörder mich jetzt gleich nur selber, wenn ich jetzt hier nicht aufpasse. Ein bisschen Nahrung brauche ich auch. Oh, das ist so nervig. Save the first, Captain. Ach so, gibt die Palme zufällig Kokosnuss? Und die ist ziemlich groß. Also, Kokosnüsse auf dem Schneeplaneten fände ich ein bisschen albern. Kokosnuss. Drei Kokosnüsse hab ich bekommen von dem ganzen Ding. Und nur ein Zeppling. Das ist alles beides nicht gerade in die Welt. Kokosnuss-Palm-Zeppling. Okay, dann hoffentlich fällt das Ding in die richtige Richtung. Ja. Mal gucken, ob wir diesmal ein paar mehr Zepplinge rauskriegen. Einen. Und wieder nur drei Kokosnüsse. Ähm. Schade. So, hier könnten wir... Hier wäre eigentlich noch ein guter Planet zum Angeln. So. Mal gucken, ob irgendwo hier eine von diesen Palmen mehr... mehr Zepplings bringt als nur einer. Nee. Zwei Palmen gefällt, zwei Zepplings erhalten. So, ich pflanze bei euren... euren Wald weiter. Oh, hier ist, äh... eine Bananenstaude. Oh, nicht schlecht. So, du siehst aus wie ein Händler. Welcome, Traveler. Nee. Nicht ganz. Oh, Bienen. Glaube ich zumindest. Mh, nein. Drei Käfer. Okay. Das hier scheint ein ganzes Dorf zu sein. Ich hoffe, die sind nicht böse, wenn ich jetzt denen, die ihre Palmen falte. Komme ich jetzt nicht da hoch? Ähm, doch, ich komme da hoch. So, Kokosnuss, Palmen, Zeppling, eins. Okay, das sind zwei unterschiedliche Zepplings. Aber ich habe jeweils nur einen bekommen. Sehr schade. Ist doch wieder bloß so eine Teil der Flieger, oder? Ja. Hm, zwei Zepplings. Bei mir fliegt was. Ähm, ja. Ähm, Beam to Ship. Dann. Zu dir. Was Eisblaues. Ah, da oben. Ja, das sieht eigentlich auch wieder aus wie dieser normale Käfer. Alter, ist das Viech hoch. Das ist ja... Wirks. Ähm, mal kurz hier einen Durchgang bauen. Ich glaube, die macht das mit Absicht. Ähm. Na, komm. Am Ende ist es wirklich nur ein ganz normaler Käfer. Ich komme hier noch hoch. Ja. Es ist eine Aquarium-Drohne. Okay. Cool. Eine Queen wäre noch besser gewesen. Aber mit der kann man auch schon mal züchten. Das ist... Cool, danke. Der ganze Aufwand hat sich... doch irgendwie gelohnt. Äh, die Plan... Äh, die... Bewohner von dem Planeten hier haben es echt nicht einfach. Und ich auch nicht. Ich bin gerade gestorben. Ja, verdammt. Ich wollte gerade mich noch in Sicherheit bringen. Und dann haben die die Tür vor mir an der Nase zugemacht. Hm. Das dürfte auch... Ähm, was ist das? Bei mir ist Temporate. Ist ein Temporary Star. Temporary Star. Ich weiß jetzt gerade nicht, was das bedeutet. Also eine Stufe... Schwieriger. Ach so, du meinst, dass der Planeten eine Stufe... vom Tier her größer ist. Ja. Das war mir sowieso schon klar, weil es auf einem normalen... äh, Ding jetzt eigentlich keine Ocean-Planeten gibt. Die gibt es dann erst höher. Ich kann ja mal... Ach nee, ich kann, äh, zu deinem Schiff. Kann ich dann in deinem Computer einsehen, wie das Planetensystem aussieht? Only usable for your own ship. Okay, kann ich nicht. Nein, leider nicht. Ist vielleicht auch gut so, dass ich aus Versehen mit deinem Schiff irgendwo anders langfliegen kann. Ja, macht schon Sinn. Ich sehe gerade schon, vier Stunden sind wir online und... schon nach um zwölf. Die Zeit verfliegt wirklich wahnsinnig schnell. Aber... irgendwie macht es auch Spaß. Ähm... Zwölf Pop-Top-Exo. Wann habe ich denn so viele gleichzeitig bekommen? Wahnsinn. Ach, das sind die Dinger, die ich da verloren habe, als ich gestorben bin. Und Kokosnüsse... Ach, stimmt ja. Das ist zwar was zu essen, aber Kokosnüsse sind auch gleichzeitig eine Waffe, in der man die werfen kann. Und dann kommt Kokosnusswasser raus. Die kann auch nicht schlecht werden, die Kokosnuss. No Cone. Okay. Achso, Milch brauche ich dafür. Hm. Kokosnuss-Drink. Irgendwie... Ja, komm. Wenn ich mir jetzt einen Kokosnuss-Drink... Kokosnuss-Drink-Added-to-Cooking-Collection. Ja. Achso, ich habe hier noch so eine Belohnung, weil ich die beiden Typen da... Was habe ich gekriegt? Korlogs. Okay. Lass mich raten, das ist jetzt Tier 1, weil ich das auf einem... Ne, das ist Tier 3, weil ich das von einem Tier 3 Planeten habe. Okay, das konnte sich Gott sei Dank merken. Achso, das ist jetzt alles neu geordnet, weil ich gestorben bin. 22 Pixel. No, das tut mir ein bisschen weh. Achso, die ganzen Äpfel sind ja noch. So, das wollte ich trinken. Die Äpfel wollte ich hier reintun, einfach so. So, habe ich noch irgendwas für den Kühlschrank? Ach nee, die Dinger sind ja bald alles... äh... verrottet. Die könnte ich in den Kompost-Bin tun. Dann... Habe ich den Kompost-Bin überhaupt noch? Ich glaube, den habe ich aus Versehen mal irgendwann eingesteckt. Ähm, ich... Ja, ich habe sogar zwei. Also, wenn das alles nicht in der eine Kiste reinpasst, dann kann ich es noch in die zweite tun. Nein, du sollst das bitte öffnen. So. Ähm, Nahrung. Hier die ganzen Geschichten. Die riechen schon. Kann ich jetzt mal wegtun. Ach, das war die Frucht, die man essen muss, um selber zu glühen. Für fünf Minuten, okay. Mh... Das hier hält alles noch eine Weile. Das wird eh nicht schlecht. Und Platz habe ich eigentlich noch genügend. Wie sieht es mit meinem Apfelsaft aus? Sieht immer noch gut aus. Meine Äpfel... sehen nicht mehr gut aus. Dann mache ich mir mal neue Äpfel. Okay. Okay. Ah ja, den Quervey. Irgendwie hatte ich Bock, den auf dem Planeten, wo ich gerade bin. Achso, ich bin ja gerade über einen Mond. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt für einen Mond sein muss. Aber was wollte ich? Ich wollte die Bäume nachpflanzen. So. Sollten die ja für eine Weile reichen und dann werden die eh wieder schlecht. Na. Ob ich mal so einen fange? Dann hätte ich auch eine Lichtquelle ständig um mich herum. Ähm, ich müsste den nur so weit runter prügeln, dass ich den... Hoppla. Das ist doch fast perfekt. Ja, komm. Ja, fangen. Hurra. Jetzt ist der aber natürlich... Der ist natürlich fast tot. Ähm, da brauche ich noch ein... Ja, der folgt mir jetzt, oder? So soll es zumindest sein. Ähm, jetzt brauche ich noch so eine Pet-Station. Will ich gleich zwei haben? Ne, Quatsch. Obwohl das immer so aussieht, als würden die den hier einfach nur besuchen. Aber das Leuchteviech, das ist eigentlich schon nicht schlecht, jetzt im Untergrund und so. Ich bräuchte nur was, um den zu heilen. Achso, da gibt's doch eine... Das würde ich jetzt mal nicht als Sheeten bezeichnen. Aber im Wissenschafts-Außenposten, da gibt's einen speziellen Laden. Der hat jetzt sich nur auf Pet-Sachen spezialisiert. Da würde ich mal gucken, ob der... Oder gab's nicht, das ist auch sogar beim Two-Shop, äh, auf dem normalen Planeten. Auch so, auf den normalen Außenposten. Aber auf jeden Fall, das Ding meine ich hier. V-Imager, Repairs, Burken, Capture-Pots, Images, okay. Healing-Station. Ich kann's mir einfach nicht leisten, weil ich gerade nicht genug Geld hab. Na toll. Capture-Gun. Damages and Capture-Creatures is handy. Okay, das kostet einfach viel zu viel. Und Capture-Pots kann ich hier einfach auch kaufen, okay. Healing-Station. Bin mir nicht sicher, ob die Healing-Station nicht... ... auch noch irgendwo anders gebaut werden kann. Weil der Preis ist mir jetzt doch schon ein bisschen... ... sehr, sehr suspekt niedrig. Ich guck mal auf den normalen Außenposten. Äh, bin auf dem Zerechnen... Hier ist ein Käfer, komm mal zu mir. Okay, ich komm erst mal zu dir. Ähm, ich hoffe, mein neues Haustier wird jetzt nicht gleich den Käfer angreifen. Und ich hab mich gerade in meinen eigenen Kabeln verwickelt. Okay, ähm, wo ist denn das gute Ding? Ah, da. Goldbug. Bei mir. Okay. Äh, danke. Serestium-Planeten. Genau, Serestium braucht man dann auch noch für irgendeine Forschung. Ähm, ich heimlich mal kurz. Wie sieht denn die Heilung... Okay, mein Viech hat wieder volle Heilung. Ist das wie... Ist der hier böse? Der sieht auch toll aus. Aber ich... Ich würde jetzt erst mal meinen behalten. Oder will ich dich? Nee, komm. Ich will jetzt hier noch ein bisschen graben. Ich will nicht den Baum fällen. Ich will einfach nur... ... hier in das Gestein rein. Und das sieht... Wenn ich jetzt ein bisschen mehr Ahnung von Geologie hätte, dann wüsste ich jetzt, was... ... was genau hier drin ist. Aber hier ist Blei drin, einfach so. Oder so zum Ernten. Und das Ding... Das hat mir gleich fünf Blei auf einmal gegeben oder so. Und wie Search. Und hier ist Serestium. Lightly harter, den Tangsten. Serestium-Bahn. Achso, ich habe doch hier den... Ah, okay. Hier, hier, hier. Stimmt, da ist noch was im Hintergrund. Hier ist Kohle und auch noch ein bisschen davon. Da unten ist Tangsten. Nehme ich erst mal das mit. Okay. Okay. So, kriege ich das so. Obwohl, ich habe doch noch 100.000 Pick-Access, die ich nie richtig verwenden werde. Ähm. Ich glaube, das geht ein bisschen schneller als mein Meta-Manipulator. Das sieht aus wie Schwefel. Ja, es ist Schwefel. Aber das können wir ja auch gebrauchen. Zwar nicht so viel, aber... Warum ist diese Hotbar komplett leer? Achso, weil ich gestorben bin und, ähm, ja. Erstmal hier die Äpfel rein. So, ist ja eigentlich egal. Was ist denn da gerade passiert? Achso, es ist gewittert auf dem Planeten. Ähm, was war... Das hier war voll. Und mal sehen, hier, die PKX kann ja da bleiben. Was ist das? Das sind die Kokosnüsse. Die würde ich da ungern lassen. Wir können ja noch ein paar von den Dingern... Warum nicht der Swimboost? Das könnte nützlich sein. Und... Das hier, damit ich die auch mal irgendwann esse. Zum Beispiel jetzt gleich. So, ich glaube, da hat es was gesagt. Ich... Ist das doch mal hier. Neuer Käfer. Okay. Ähm... Enter. Jetzt bin ich von... Dingens getroffen wurde. Electrical Storm. Warning. Wurde vom Blitz getroffen. Okay. Der Käfer ist tot. Oh, das tut mir leid. Hier ist so eine... Menschenstation, müsste das sein. Ja, USMI. Okay. Das war gerade ziemlich heftig. Ich... Ich gehe mal wieder von dem Planeten runter. Der... Der ist nicht sehr freundlich zu mir. Ähm... Ich kann mich nochmal heilen. Wie geht's dir, mein Tier? Oh, der wurde auch ein bisschen getroffen. Aber der ist jetzt wieder fred. Das ist auch schön. Ähm... Ich esse nochmal so eine Suppe. Ach genau, ich war ja eigentlich auf dem Außenposten und wollte gucken, ob ich irgendwo noch so ein... so ein Pet... Healing Station Teil kaufen kann. Das war ja eigentlich meine Mission. Und... Falls nicht, dann verkaufe ich erstmal irgendwelchen Kram, den wir eh doppelt und dreifach haben. Achso, bei dir konnte ich auch... Ähm... Metalle kaufen. Ich kann sogar... Kupfer kaufen bei dir. Das ist auch nicht schlecht. Ähm... Möbel. Die haben doch immer ein wechselndes Angebot. Was haben wir denn heute so drin? Burger, die Buchstaben, die Parler, Sushi. Das ist alles... Immer gleich. Und Featured ist heute das Magma Set. Ah, das kostet auch ganz schön viel. Hm... Später vielleicht mal. Terramart. Warst du das? Terramart Shipping... Bin... Oh Gott. Der kostet ein bisschen mehr, als ich mir leisten kann. Ganz normalen Eggs. Capture Pods. Äh, Sidmore, das ist doch deutlich günstiger, die Capture Pods hier bei dir. Ein Besen. Okay. Nicely packed, äh... Showed Egg. Okay. Ähm... Hatchet... Okay. Aber... Healing Station sehe ich jetzt hier keine. Ich glaube nicht, dass hier eine dabei ist, aber ich gucke trotzdem mal. Eine Taschenlampe kann ich hier kaufen. Erkius Fuel. Das macht ja Sinn für eine Tankstelle sozusagen. Ein paar Lebensmittel. Das Bierrefuge. Da hatte ich mich schon mal gewundert. Und Butter kann ich hier auch kaufen. Und... Ja. Irgendwas zum Verkaufen. Oh, dass ich jetzt ein paar Mal gestorben bin nutzlos, das ist natürlich sehr schade. Okay, das bringt gar nichts. Ich könnte die ganzen Äpfel verkaufen. Ja, das bringt auch kaum was. Dann... Lieber noch ein bisschen... Achso, Waffen. Aber da sollte ich eigentlich auch warten auf einen... Waffenhändler. Ich weiß jetzt nur nicht, wo der Beste... Seht das hier unten als Waffenhändler? Kriege ich da vielleicht noch ein bisschen was raus? Ach nee, der will ja jetzt erstmal mit mir reden wegen Dreadwing. Nein, ich will jetzt nicht mit zu Dreadwing. Oh, der hat mir irgendwas zu sagen, aber ich weiß es nicht nicht. Wo ist denn der Pinko in? Hier hin? Ah, schade. Wondering und... Ja. Du bist doch auch sowas ähnliches wie ein Waffenhändler. So, ich schmeiß mal wenigstens alles weg, was nur Tier 1 ist. Oh, das bringt schon einiges. Tier 1. 1. Ähm, nö, das ist eine Kleidung, die würde ich belassen. Das Ding würde ich auch belassen. Das würde ich auch erstmal lassen. Das werde ich eh nie benutzen. Aber es ist Tier 3, wisst ihr was? Trotzdem weg. Ja, jetzt haben wir doch schon mal ordentlich Geld. Will ich diesen Schild vielleicht behalten? Solarquasher. Ähm, könnte sein, dass der besonders ist. Könnte aber aus totaler Müll sein. Hm. Das hier war ja schon Tier 2, aber das habe ich auch nie wirklich benutzt. Weg damit. Und weg damit. Und, ja, weg damit. Das hier war nur... Okay, plus 120 Sekunden. Also, das ist im Prinzip eine schlechtere Version davon. Aber ich finde es cool, dass die eine Funktion hat. Aha. Ich würde sie aufheben, weil sie einfach was Besonderes ist. Aber ansonsten... Muss sie jetzt auch nicht bleiben. Tier 2, Blink Explosion, Two-Handed. Ach, was soll ich? Weg damit. Wir sollten jetzt eigentlich langsam auf Tier 3 Waffen umsteigen. Genau, das waren die Bogen. Hier ist ein Käfer. So, ich verkaufe jetzt erstmal den ganzen Kram. Dann habe ich jetzt erstmal wieder genügend Geld. Dann hoffe ich, dass ich nicht gleich auf dem Planeten sterbe, auf dem ich gehe. Ah, ich sehe ihn. Honeydorn. Okay, danke. Aber prinzipiell... Moment, na hier glaube ich sehe ich gerade noch einen. Mation Queen. Okay. Die ist cool, die ich gerade gefangen habe. Gib mir einfach dein Netz. Stimmt eigentlich. Ich kriege... Ich könnte mal die Bienenmission machen. Und dann... Dann brauche ich nicht mehr, dich zu rufen. Haha. Stimmt. Und ich gehe jetzt mal zum Außenposten. Und dann fange ich mal die Bienenmission an. Da kriege ich ein Gratis-Netz. Und andere Belohnungen. Ähm, du hast es wieder eingesammelt. Ups, Entschuldigung. Ähm... Ja. Ja. Warum? Also wenn ich es wegschmeiße, siehst du das auch? Dass das so um mich herum... So sich, äh... So sich, äh... Das ist ein Effekt... Ich wüsste gerne von was. Ist das von dem Teil der Effekt? Oder ist das von meiner Rüstung der Effekt? Von der Maske? Ich habe mal... Ein paar Sachen jetzt abgelegt. Hast du das Netz jetzt bekommen? Oben, links. Ja. Okay, mein Viech beschützt mich. Aber, ähm... Wo ist denn das Teil, was ich jetzt gerade abgelegt habe? Hier ist das Beef-EPP. Das ist doch schon mal gut. Und das ist die Maske. Ach genau, von der Krone. Dieser rote Punkt. Der sieht dann bei mir aus wie... Die Clowns-Nase. Oder? Nee. Die Clowns-Nase habe ich auch so. Wisst ihr, was die Maske macht? Macht vieles besser bei dem Kostüm hier. Sehr vieles. Ich könnte eigentlich auch nochmal... Ähm... Ich bin gerade vergiftet. Und ich passe gerade überhaupt nicht auf, was mit mir passiert. Deswegen... Äh... 20 Pixel habe ich noch bekommen. Attack. Pets. Dead. Oh, bitte lass jetzt nicht mein Pet tot sein. Ich glaube, mein Pet ist tot. Ah, ne. Hier ist es doch. Ja. Äh... Gab es nicht noch irgendwo eine kostenlose Pet-Aufstockstation? Ich glaube, das gab es tatsächlich irgendwo. Ansonsten habe ich jetzt genügend Geld, um mir eine zu kaufen. Wenn... Es jetzt nicht kostenlos sein sollte. Könnte auch sein, dass die kostenlose Pet-Station erstmal da drüben ist. Und nur... Da drüben... Äh... Rechts die Verkaufsstation sind. Nee, das sieht erstmal... Nicht so aus, als wenn hier irgendeine Pet-Station ist. Viele, viele Aufträge. Schau mal, du hast drei Zuschauer. Ja, hallo, freut mich. Ähm... Ich habe schon die ganze Zeit gesehen, dass wir zwei Zuschauer hatten. Also noch neben dir jemand anders. Ähm... Ja, herzlich willkommen auf meinen Kanal. Pet-Healing-Station. Ähm... Status Multitäter. Achso, das ist... Äh... Okay. Ähm... Ähm... Diese Kibble sind doch auch Pet-Food. Kann ich die irgendwie in meinem Pet verfüttern? Wie würde denn das funktionieren? Prepared-Food ist das. Okay. Ah, mal mit, mal. Das hier... Ah, nee, das ist die gesamte Station hier. Ähm... Dieses Tether-Ding würde ich, ähm... Entweder auf meinem Schiff. Ich könnte eigentlich auch mal meinen Kollegen mitnehmen. Hier, guck mal mit. Okay, Gott, jetzt... Nee, jetzt... Jetzt guck mal mit hier. Du kannst mich mal beschützen. Zusammen mit, ähm... Meinen Haustier-Neuen-Freund. Startlab. Ich höre es provisorisch, weil... Momentan ist ja hier alles provisorisch. Ähm... Erstmal hier unten hin tun. So. Und... Dann ist er wieder fröhlich. So. Und dann habe ich jetzt wieder eine Lichtquelle und jemanden, der mich beschützt. So. Und... Was wollte ich noch? Dieser Effekt ist... Ich finde es faszinierend. Ich weiß immer noch nicht genau, wo der herkommt. Save Fall. Pulse Items towards you. Das hatte ich aber schon, bevor ich das Pet hatte. Ja. Nee, die Taste wollte ich... Achso, das ist... Äh... Der ist friedlich. Der ist... Der gehört zu mir. Ah. Ich war jetzt gerade ernsthaft überfordert, welche Tasten ich drücken muss. So. Ja, es ist irgendwie angenehmer, wenn... Sie sich hier drum kümmern. Während ich, äh... Bäume fälle. Äh... Ups. Ach stimmt, das ist ja jetzt unsere Giftkumpel. Hm. So, das reicht jetzt eigentlich erstmal an Äpfeln. So. Dass man für... Um Äpfel zu ernten, einfach immer den ganzen Baum fällen muss, ist auch ein bisschen übertrieben. Aber dafür kriegt man auch jede Menge Holz. Apropos Holz. Die Dinger sind hier alle. Aber hier gibt's noch jede Menge zum Bearbeiten. So, wie viel Holz haben wir denn? 3.000. Da geb ich euch mal 800. Ähm, was warst du gerade? Wo bekomm ich denn Carbonplates her? Ja, die muss man noch an dem traditionellen Ofen craften. Weiß nicht, ob das dann später bei dem besseren Ofen geht. Aber, ähm, was fehlt mir hier denn? Hier ist das Teil. Ach so, das Netz. Genau, und deswegen muss ich jetzt das hier aufnehmen. So, nächster Auftrag ist Apery. Ja, die hatte ich noch im... So, Basic Frame. Basic Frame hab ich nie gebaut, weil der eigentlich nutzlos ist. Aber... Jetzt kann ich's ja mal machen. Vorausgesetzt ich hätte die Materialien... Was fehlt mir da? Baden und Ofenfabrik gleichzeitig. Komm, lass mich mal hier hoch. Ähm, Swings. Jetzt hab ich mein... Ähm... Bekomm ich dann Advanced Plastik? Ja. Hab ich das überhaupt noch? Ich glaub, das hab ich in der Truhe getan. Ups. Ah. Das ist dieses Randings. Das ist in irgendeiner von diesen Kisten. Da muss ich auch gleich mal nachgucken. Hab's. Ähm... Wegen Plant Fiber. Ich glaube, es war hier drin. Ich glaube, jetzt haben wir kein Plant Fiber mehr. Zumindest hier drin. Ähm. Ach so, die Äpfel wollte ich noch. Ja, hier haben wir noch einen Plant Fiber. Aber das ist auch schon... Kann ich das Zeug nicht einfach aus Baumwolle herstellen? Unsere Stationen sind fertig gelevelt. Oh, cool. Ich bin grad nochmal auf... Okay, 15. Das reicht auch. Das ist super. Und 10 von den Dingern. Alle. Oh, du hast auch die Medizinstationen und alles, was dann im zweiten Stock weg ist. Ja. Uh, fast voll. Obwohl, jetzt brauche ich... Wir haben doch die Stationen auf dem Wasserplaneten. Ach nee, die noch nicht. Okay. Nee, aber du meinst hier wahrscheinlich unten den... Naja, den Machine Table. Der sieht jetzt hübsch aus. Danke. Mal sehen. Und das ist die Amelie Station. Das sieht jetzt gar nicht mehr so schön aus, aber... Wo hast du wooden locks? Habe ich noch ein paar im Inventar? Achso, ich gebe dir mal nur die Hälfte. Könnte immer noch reichen. Ah, jetzt wird es nicht mehr um mich herum eingezogen. Ähm... Was wollte ich denn jetzt? Achso, Basic. Frames und dafür brauchte ich... Woven Fabric. 11. 11 ist ein bisschen viel. Ich glaube, 4 oder so brauchte ich nur. Oder 3. Ich glaube, mit dem Material hätte ich auch ein Netz selber bauen können. Aber jetzt habe ich zumindest auch ein paar Pixel dazu. Und... Jetzt muss ich eine Honey Bean. Honey Queen und Honey Drohne. Müsste ja noch in der... Kiste hier oben sein. Das ist eine Drohne. Die ist auch gut. Achso, und ich habe sogar noch eine im Inventar. Und... Eine Königin. Basic Microscope. Braue ich einfach das Ding hier ab. Und... Ausgerechnet rote Blumen. Aber... Ruten Zentrifuge. Habe ich auch noch drin im Inventar. Ähm... Okay, das hatte ich auch noch im Inventar. Das waren einfach nur die Beanie Handik... Ich dachte, die hätte ich mal aufgegessen aus Versehen. Ähm... Wachs-Jungs. Okay, das ist das Erste, was ich jetzt nicht habe von dem ganzen Zeug. Ähm... Ach genau, aus der Wundenzentrifuge. Die könnte ich eigentlich auch mal hier aufbauen. Da jetzt... Ähm... Ich glaube, das zählt als Nahrung. So. Das hier reingeben. Okay. Ich glaube, das war's. Ah, hier haben wir noch. Ach, was soll's. Wir kriegen ja hoffentlich noch ein bisschen was da raus. Komm mal zur Lava. Okay. Das kann ja derweil für sich selbst arbeiten. Und selbst wenn da nichts rauskommt... Ähm... Irgendwann fange ich wieder mit Bienen an. Und dann kriegt man ganz, ganz viel davon. So, hast du jetzt zufällig die... Die Dinger da unten abgelevelt? Ähm... Ich bin da. Ah! Der... Die will find a way. Ja. Super. Äh... Nimm's dir. Okay. Ich... Ich hab mich fast nicht getraut. Dankeschön. Achso. Ich hab bei mir mal diese Item-Dinger freigeschaltet. Wo waren die denn? Bei... Forschung? Ich glaube, Elektrik. Genau. Elektrik. Und dann ganz links. Ist schon fast ein bisschen versteckt. Achso, das hast du ja auch, weil du die... Die besseren... Die besseren Querbys hast. Müsstest du das ja auch haben. Unter dem Item-Suitilities ist ein Item-Transfer-Device. Und das sorgt dafür, dass du automatisch Sachen von... Zum Beispiel von den Lava-Dingern in die Trend-Fugen oder in... In das hier reinschmeißen kannst. Oder in Kisten. Wie heißt das? Äh... Item-Transfer-Device? Ich weiß bloß noch nicht, wo man's baut. Das find ich gleich raus. Ähm... Damit könnte man dann zum Beispiel auch... Ähm... So mehrere Schmelzöfen gleich bauen. Und die Ärzte gleich in die richtigen Schmelzöfen verfrachten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir das hier bauen müssen. Ah, okay. Da ist... Äh... Da sind die Sachen. Aber ausgerechnet das sehe ich... Ah, ich seh's. Mal sehen, was braucht das? Ein Teleport-Core. Das ist ja Hardcore. Warum... Das ist ja wirklich heftig, weil... Früher hab ich die Dinger in... In großen Massen irgendwie verbaut. Moves-Items-Between-Containers. Mh... Mhm. Sure. Storage-Bridge. Wo bekommt man die? Ich glaub, die kann man auch irgendwann craften. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, unter welchem Menü die waren. Ah, hier waren die. Ne, hier sind die... Hier sind nur die anderen drei. Teleporter-Cores sind hier nicht dabei. Das ist ja... Okay, hier. Energy-Cores. Crafting-Core. Nuclear-Core. Molden-Core. Na. Sag mir das... Kann ich das nach oben verschieben, damit... Das dann nach unten geht. Partikel-Core. Teleporter-Core. 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 Tier... Tier 4. Wir brauchen erstmal das hier. Dafür brauchen wir Quatt... Graphen. Dann müssen wir Energy-Cores herstellen. Und dann können wir erst einen Teleporter-Core herstellen. Und dann aber auch gleich die Teleporter selbst. Okay, die Forschung hat mal mehr als genügend. Aber die instabilen Partikel... Und Dura-Steel. Das finde ich heftig. Aber man kann die kaufen. Stimmt, wir können... Äh... Teleporter-Cores können wir kaufen an dem Teleport-Shop. Meine ich. Fünfzehn Diamanten pro Stück. Verdammt, ich dachte, die kosten plus Pixel. Ähm... Das ist ja fast einfacher. Teleporter-Core. Und die brauchen alle dann... Ja, toll. Aber wir haben noch ein paar im Inventar. Glaube ich. Ich habe auch ein paar bekommen, als ich diese erste Mission durchgemacht habe. Also könnten wir die einfach auch quinten, um das wieder zu bekommen. Mal schauen, wie viele noch hier drin sind. Wir haben noch drei Teleporter-Cores. Also für ein Item-Verschiebe-Device würde es schon reichen. Oder für drei. Das ist die Frage, ob wir das dann unbedingt brauchen. So, die haben noch mehr als genügend. Das ist noch... Ähm... Hast du noch? Einen hast du noch? Fragezeichen. Wir haben drei sogar. Ich nehme mal nur einen mit. Ähm... Achso, du bist gerade in der Lava, oder? Lohnt sich das denn... Ehrlich gesagt... Ich glaube, das lohnt sich erst später. Weiß ich noch nicht so. Ich dachte... Also es hätte sich gelohnt, wenn die billiger wären. Dann hätte ich gesagt... Ja, klar, komm. Kloppen wir alle die... Kloppen wir alles voll. Automatisieren wir die ganze Station automatisch. Aber bei dem Preis bin ich mir nicht mehr so sicher, ob sich das so einfach lohnt. Ich gehe mal zum Spaß auf dem Wasserplaneten. Ähm... Wasserplanet. Okay. Der fängt erst an wieder zu... Achso, das ist... Äh... Salzwasser. Wasser? Salzwasser. Aber das müsste ja trotzdem zum Kühlen reichen. Das ist ja nicht so schlimm. Und wir können aus dem einen ganz einfach das andere machen. Ja, geht. Achso, das Bugnet gehört an die Stelle. Das war der Basic Frame. Mein Bugnet wieder an die richtige Stelle. Dann kann ich jetzt hier nochmal nach Bienenausschau halten. Fokusnüsse muss ich jetzt nicht nochmal sammeln. Vielleicht haben die Bewohner noch ein paar Aufträge für mich. Alter. Vielleicht wieder tot. Aber das müsste doch auch schon so ein... vom Zier her so ein Planet sein, auf dem es Titanium gibt. Ich habe schon Titanium. Okay, cool. Ah, hier, Banane. Banane Pudding und Banane Milch habe ich jetzt gel... Moment mal, kann ich das hier auch ernten? Please excuse me. Ja, ich, äh... Kannst das, glaube ich, auch gleich wieder an. Für euch. Habe ich die Samen rausgekriegt von dem Zeug. Äh, ja. Will ich das überhaupt nicht nochmal anpflanzen? Na gut, muss jetzt ab, äh, mal ins Bett. Äh, stimmt. Äh, entschuldigung, dass ich dich so lange wach gehalten habe. Oh, der guckt aber niedlich. So, ja, in der Zwischenzeit haben wir wieder ordentlich... Wasser bekommen. Äh, kein Problem. Ja. Ähm... Je nachdem, wie ich Zeit habe, bin ich vielleicht morgen früh nochmal online. Aber da würde ich dann vielleicht, ähm... Wenn du noch spielen willst, schaue ich dir gerne weiter zu. Okay. Irgendwas wollte ich noch machen. Achso, ich wollte den Query hier auf dem Mund bauen. Zum Spaß mal. Alles gleich, bis im Chat. Okay. Hello, ähm... Achso, das, 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 das war schon vor längerer Zeit. Das Hello im Chat. Schon wieder fast vergessen. Ja, ich würde, ähm... Eigentlich... Wie spät haben wir es denn? Vielleicht mache ich auch nur noch eine Viertelstunde. Oder so ein bisschen. Ich mache jetzt noch ein paar Aufträge zu Ende. Die jetzt gerade so anfallen. Und dann würde ich aber auch schon ins Bett gehen. Ähm, was war denn jetzt der nächste... Achso, der nächste Auftrag für die... Ähm, Player Flip Disconnected. Okay. Aber vielen Dank, dass du hier warst. Hat sehr viel Spaß mit dir gemacht. Ach genau, hier in der Honeycomb. Oh, Beanwachs. Das haben wir jetzt bekommen. Experimentation is part of the challenge. Create a large apiary und golden whoop. Zwei bumblebeats or orchidbeats. Die beiden habe ich halt hier nicht auf unserem Startplaneten gefunden. Das ist der Hauptgrund, warum... Da ein bisschen traurig drüber war. Ähm... Mal sehen. Eigentlich wollte ich dann... Hier unten nochmal... Oder baue ich die Tiere ganz unten hin? Und ich baue die Bienen hier oben hin. Hm. Ich sehe gerade, ähm... Die ganze Erde, die ich hier hingebaut habe. Die sollte ja ein bisschen dekorativ sein. Die ist jetzt auch komplett, äh... Vergiftet. Das finde ich aber nicht schön. Ist der Meta-Manipulator auf 1 gestellt? Ne, der ist auf 2. Äh... Shift, rechte Taste. Radius 1. Uh, Savage. So, das... Jetzt nochmal neu hier. Vielleicht setze ich das ganze Ding auch nochmal ein Stückchen nach unten. Und setze doch nochmal auf den Grund... Noch mehr von diesen Growing Trays. Hm. Könnte man eigentlich auch machen. Hat sich jetzt das da unten nochmal... Fest, äh... Mit Switch... Ja. Kommt raus hier. Okay, gegen Poison bin ich nicht mehr... Achso, der hat die Gegenstände untersucht. Okay. Sogar der Hintergrund ist, äh... Verseucht worden. Ach nee, das ist der Steinhintergrund von dem. Ja, den Hintergrund muss ich dann eigentlich auch nochmal neu machen. Also... Ich weiß nicht, ob ich das zu einer extra Folge machen möchte, aber ich würde schon irgendwie gern hier jetzt einfach so vor mich hin bauen. Und... Sozusagen das... Den dritten Untergrundstock anfangen. Kann man ja erstmal mit dem hier... So ein bisschen... Grob hantieren. Aber einen größeren, stärkeren Meta-Manipulator, damit lässt sich eigentlich leichter hantieren. So, wie viel Platz werde ich denn brauchen? Das da oben will ich ja vielleicht noch ein bisschen größer machen. Ach stimmt, da kann ich ja mit den Pickaxen arbeiten, die ich ja noch bekommen habe, im größeren Maßstab. Und stimmt, wenn der Hintergrund hier weg ist, dann kann ich das Giftproblem auch mal damit erledigen. So, den Brunnen mache ich dann wieder ganz. Ähm... Schau, Scherz. Heyo! Hallo, Brüsselwissel oder... Äh... Hallo... Brüssel... WCBW. Cooler Name. Ja, ich hoffe, der ist gefällt dir hier. Ich bin aber auch bald offline. Es ist wirklich schon spät. Äh... Backflip, der... Gerade bei mir noch war, ist auch bald im Bett. Der schaut jetzt nur zu, wie ich hier die... Wie ich unseren schönen Brunnen hier kaputt mache. Ach doch, hier, zumindest den Schnee kann ich ja im großen Maßstab kaputt machen. Jetzt wird das doch langsam gefährlich mit dem Gift. Nee, das mache ich mit dem Meta-Manipulator. Das hört ja nicht auf damit, mit dem Schnee. So, das müsste jetzt gewesen sein mit dem Giftwasser. So. Ach, das kann ich trotzdem kaputt machen. Es ist noch... Äh... Es sind noch mehr Leute da. Es gab einen Invade. Oh, ich habe einen Invade bekommen. Mit einem Aktivitätsfeed. Oh, hat dich mit 14 Zuschauern gewadet. Oh, vielen, vielen Dank. Äh... Ja, bin ich, ha, ha, ha. Ach so, an... Ähm... Ja, vielen Dank. Äh, freut mich, dass ihr mich gewadet habt. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vertrieben damit, dass ich gesagt habe, dass ich, äh... Gleich offline gehe. Aber auf der anderen Seite... Stimmt das ja auch. Ähm... Doch, eigentlich sollte ich morgen früh raus. Mal schauen. Ähm... Verdammt, ich habe doch eins kaputt gemacht von den Liggern. Erst mal die Plattformen wieder reparieren. Ach stimmt, die Plattformen waren sonst immer da drin. Aber die brauche ich selten. Aber die brauche ich öfters als das Zeug hier. Ähm... Da brauche ich Plant Fibers. Ich mache erst mal hier die... Die Geschichte wieder ganz. Toll. Jetzt weiß ich auch, warum ich genau 10 hatte, weil... Genau das ist, was... Da fehlte. Ähm... Bauen wir einfach ein paar neue. Hm... Doch, ja, 20. Dann sollte ich 200 kriegen. Okay. So, und mit einer Pickaxe mache ich jetzt noch die Feinarbeit. So, wenigstens das hier geht schnell, der Schnee. So. Ähm... Weiß ich schon, wie ich das haben will. Also ich dachte auf jeden Fall noch eine Linie mit... Äh... Für die Quoing Trace. Obwohl ich nicht weiß, äh... Nehme ich einfach die billig Quoing Trace, die fast nichts verbrauchen. Und die sind dann halt ein bisschen langsamer. Aber okay, dann dauert es halt zwei Minuten länger, ob was fertig ist. Und das wird in Massen... Hier ist immer noch Gift. Wieso ist hier immer noch Gift? Weg mit dir, Gift. So. Das geht doch gar nicht. So, den Brunnen gucke ich mal, ob ich den dann repariert kriege. Die Dinger sollten eh wieder von vorne anfangen. Später. Warum? Ist hier noch irgendwo irgendwas übrig, was Wasser vergiftet kann? Ich glaube, hier sind noch Sewage-Blöcke. Ne, das ist... Ich bin verwirrt. Warum werde ich ab und zu vergiftet? Ähm... Ich gucke mal kurz in Chat. Oh, hier ist einiges passiert. Entschuldigung, dass ich nicht alles mitgekriegt habe. Was spielst du so, Pritzel? Ähm... Hauptsächlich so Indie-Games. Am liebsten Rook-Like. Im Grunde eigentlich alles. Ah, okay. Wie kommst du denn auf den Starborn-Stream-Rate? Spielst du selber? Hab Starborn früher gezockt. Und Bonty ist Starborn-Junkie? Äh, Bonty war schon mal hier im Stream. Ähm... Ist ein... Bekannter Name. Hehe. Stimmt, ist mir auch schon aufgefallen, der Name. Auch nochmal Hallo an Bonty, falls er nochmal da ist. Freut mich auch, äh... Falls du da bist. Und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Dann... Äh... Kannst du das... Vielleicht siehst du das im Nachhinein. Das Ganze wird ja dann auch wieder auf YouTube kommen. Hoffe ich zumindest, dass YouTube das zulässt, einen 5-Stunden-Stream da hochzuladen. Ich weiß gar nicht, was ich mache, wenn das nicht der Fall ist. Ob ich dann... Ja, die Darii runterladen muss und nochmal zu Hause bearbeiten. Aber das wäre dann... So ein 5-Stunden-Video, was ich durch den Video-Editor jagen muss. Das dauert ja auch eine Ewigkeit. Darauf habe ich auch nur bedingt Lust, ehrlich gesagt. Ich hoffe einfach, dass das okay geht, wenn ich das bei YouTube hochladen will. Okay, wir haben eigentlich mehr als genügend Holz. Wir könnten auch wirklich hier so ungefähr die Hälfte von dem Zeug... Ach, nur mal ein Block? Okay. Hauptsache es funktioniert. So. Ich habe hier noch nebenbei eine USB-Tastatur angeschlossen sozusagen oder angemeldet beim Steam Deck. Aber die hat gerade, äh... Ich musste erst mal erinnert werden, dass sie eigentlich mit hier... Hier mitspielt. Achso, die Dinger wollte ich noch nach unten laufen lassen. Das war irgendwie Treaded Wood oder so. Damit es wenigstens ein bisschen nach was aussieht. Obwohl, das kann auch eigentlich... ...so bleiben. Das verschwindet ja eh alles hinter diesen Growing Drays. Nur am Rand würde ich das gerne lassen. So, habe ich überhaupt noch Treaded Wood? Oder habe ich das... Ähm... Ich glaube, das habe ich alles in die Baublockkiste gelegt. Aber die ist ja noch relativ nah. Und hier drunter könnte ich eigentlich noch eine Linie machen. Und... Ne, das Ding braucht nur zwei. Also das... Achso, dann kommt da schon der... ...der Boden. Der Boden könnte eigentlich auch Timber sein. War ich nochmal hier so eine Reihe? Dann wird das der Boden. Ähm... Moment. Ne. Genau, doch. Das muss ich freilassen, oder? Ich schaue mal nach. Ich habe ja jetzt so einen Calling Dray noch drin. Der müsste noch eins weiter oben stehen können. Schauen wir mal. Ach, das ist so angenehm, wenn die anderen sich um die Gegner hier kümmern. So, die untere Reihe reiße ich dann weg. Und... Ähm... Ja, das ist erstmal bis dahin abgeschlossen. Hier auch. Und... Und jetzt der Calling Dray. Das ist doch der richtige, oder? Genau, der passt da auch noch hin. Sehr schön. Gucken die in unterschiedliche Richtungen? Ja, die gucken in unterschiedliche Richtungen. Das halte ich natürlich gar nicht ab. Brauchst du noch die Query? Ähm... Ich dachte gerade, du bist nochmal da, aber das ist ja mein... Mein... Werkerbauter. Äh, Query wollte ich eigentlich selber nochmal bauen. Oder gucken, ob ich die bauen kann. Und einfach mal zum Spaß auf den Mond aufstellen. Und dann mal gucken, wie weit der kommt. Äh, Quepa. Iron Pomp, Iron Query, Query und jede Menge Ox... Oh Gott, 50 Oxygen. Und für... Okay. Und 50 Oxygen nochmal für... Also 100 insgesamt. Ähm... Ich habe doch jetzt eine Menge Wasser, oder? Da kann ich doch mal kurz in die Lavastation gehen. Und das ganze Wasser durch die Industriepumpen jagen. Da kriegt man mindestens noch ein bisschen... Ähm... Ich hasse dich dafür, dass ich jetzt Starborn spielen muss. Oh Gott, das tut mir jetzt sehr leid. Das wäre ich nicht selber von dem Problem betroffen. Okay, ist die Lava fertig hier? Ich bin verwirrt. Aber... Macht ja nichts. Na, das... Das hier war das Salzwasser. Das wollte ich jetzt einfach mal da durchjagen. Und da kommt noch nebenbei normales Wasser raus. So als... So als... So By-Product. Hier ist noch genügend drin. Ja, hier auch. Ich kann ja mal hier aus dem Pumpen... noch was nehmen. Vielleicht war es einfach zu viel. Oh Gott, 5000. Ja, ich würde irgendwie auch gerne was Produktiveres mit den Lava machen. Ähm... Hier ist langsam... Hier wird es langsam knapp. Lava kann man... Aber nicht... Ich habe 2,99er Blöcke. Das ist schon Lava. Ähm... Kann man ja mal... Hier anfangen. Hier ist sogar noch ein bisschen was drin. Ich glaube, der ist jetzt überfordert. Weil er jetzt... Alle Pumpen gleichzeitig beliefern muss. Okay, bei dem Tempo... Da dauert das noch eine Ewigkeit. Ich nehme mal das hier raus. Jetzt läuft es flüssiger. Im wahrsten Sinne des Wortes. Na, gar 10. Ähm... Dann mache ich doch schon mal meinen Tausenderblock Wasser hier rein. Ach komm, bleib hier drin. Das ist schon in Ordnung so. Ich könnte mit dem... Jetzt ist gerade eh nichts zu tun. Achso, der ist ja noch an den Computer verbunden. Ich könnte den noch hier dran verbinden. Und dann nimmt der sich von da Wasser. Äh, Strom sozusagen. Und dann laufen die alle ein bisschen flüssiger. Also, durchgängiger. 30 ab und zu. Okay. Aber Hauptsache, das funktioniert jetzt. 24. Okay, wie kommt zumindest der 50 nahe? Okay. Eigentlich... Ähm... Okay, das ist eh bald durch. Und dann kann ich hier das Wasser nochmal reintun. Ich kann hier nochmal die Hälfte raustun. Stattdessen hier reintun. Und sobald das fertig ist, dann tue ich da das Wasser rein, was da zwischendurch rausgekommen ist. Ich dachte gerade, da steht ne 93, aber es ist 33 nur. Leider. 18. 2, 3. Oh, ich krieg langsam Hunger wieder. Ähm, das kommt dann in die Finery für Big Money. Stimmt, in die Refinery können wir auch mal was tun. Oh, 8000 Pixel schon wieder. Sehr schön. Ähm... Hier noch irgendwie... Okay, 2000 Eisenbahnen. Äh, 200. 2000 wäre noch besser. Ähm, wo sind denn jetzt die Eisenbahnen? Ein paar will ich ja eigentlich immer noch... Okay, ich hab über 1000 Eisenbahnen. Wie fein. Oh, das geht ja relativ schnell. So, das ist jetzt durch. Jetzt hier nochmal das Wasser durchjagen. Sobald hier die Wasser durch sind, dann fange ich auch weiter an, hier Lava zu bearbeiten. Beziehungsweise ich drücke dann mal Take All. Damit einfach mal alles drin ist. So, und jetzt kriegst du hier das feine Zeug von mir. So, ich hier auch nochmal alles mitnehmen. Das ist nur so ein 2000er Block. Das ist ja gar nichts. Komm, gib ich hier noch... ...so was drauf. Okay. So, Querby sollte jetzt gehen. Du kommst bitteschön mit. Bleibst dir nicht so einfach... Oh, 600. Also dafür, dass... ...dass die langsam sind, ist das jetzt eigentlich auch nicht so schlecht. Okay, die... ...anderen sind natürlich noch heftiger und stärker. So, aber das sollte jetzt nicht mehr so einfach sein, wenn ich jetzt hier den mit... ...mit in Leidenschaft ziehe. Ja. Ähm. Ja, aber da unten passiert ja jetzt eh nichts mehr Wichtiges. Das war jetzt nur zur Beschleunigung. Das ist mein Schraubenschlüssel. Schraubenschlüssel? Fragezeichen? Ach, da. Okay, gefunden. Wie mache ich denn das am dümmsten? Hier mit der rechten Taste, dann ist das... Ja, passt schon. Das ist auch noch ein bisschen langsam und langweilig. Aber passt auch. Was wollte ich denn ursprünglich? Achso, ich wollte Sauerstoff haben. Sauerstoff für die Querby. Ähm. Noch ein paar andere. Hab das dann industrialisiert. Ähm, ist dabei nicht... Ah, okay. Ja, 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 ja. Die Lavabasis war, ja, zugegeben, nicht unbedingt das sicherste Arbeitsfeld. Aber das haben wir ja mittlerweile in den Griff gekriegt. So, ich sehe jetzt nicht so viel vom Chat. Ich habe hier nur so ein kleines Fenster. So, 15 Zuschauer habe ich jetzt. Ah, schön. Vielleicht noch vom Rape, kann das sein? Ich hoffe, ich unterhalte euch jetzt noch ein bisschen. Ich wollte die Querby bauen und dann einfach mal zum Spaß ausprobieren. Copper Querby. Wie viel Oxygen habe ich denn jetzt? 105. Ja, dann... Ivan Querby. So. Lass mich jetzt bei meinem Bienenbrau-Projekt ein bisschen ablenken. Ist auch nicht so schlimm. Hm. Brauchen wir denn die am besten auf? Ich habe ja schon angefangen, hier so ein bisschen mit dem... Ähm... Mit dem Teil hier so ein bisschen rumzuexen. Aber... Kann das sein? Ach, ne, Quatsch. Da ist schon... So, das müsste doch reichen. So, als Starts-Anfang. Hm. Die wird irgendwie auf den Boden aufgestellt. Okay, das soll reichen. Wenn ich jetzt hier draufgehe... Okay. Die macht doch schon einiges. Auf dem Mond habe ich jetzt auch nicht so viel Schlechtes gewissen. Ist da gerade was runtergefallen? Ah, es ist irgendwie Sternschnuppen-Staub. Und hier ist irgendwie eine Pflanze? Ach, ne, da ist Irkios-Ohr im Hintergrund. Genau wie dort. Können wir mal gucken. Ist hier noch ein bisschen Telibrium-Ohr? Ne. Müsste dann auch ein bisschen auf das Mondmonster aufpassen. Aha, da kommt sie schon. Ähm... Ich nehme mal meine Pumpe wieder mit. Ich bin gestorben. Warum? Also, ich weiß warum. Aber... Oh, die ganzen Pixel. Nein, es tut mir leid. Ich muss jetzt trotzdem noch mal runter. Ähm... Zum Glück ist das mit dem Mond der... Wow. Ähm... Ja, machen wir vielleicht doch lieber auf einem normalen Planeten. Was könnte man dann... So, ähm... Ich bin ja gerade hier über diesen Forrest-Planeten. Ach so, Doppelklick. Anklicken. Rechte Taste. Manchmal funktioniert das mit der Steuerung nicht. Äh... Ich klicke schon da... Wirklich manchmal auf die richten Tasten. Und es funktioniert trotzdem nicht so, wie es soll. Mal sehen, was war denn hier oben? Irgendwas hatte ich doch da oben hingesetzt. Normalerweise sind da meine... Ähm... Plattformen. Ja, Plattformen. Dann ist das das Kampf-Set. Und das ist das Erkunder- und... Ressourcen-Sammel-Set. So, jetzt noch mal unten. So, das hier reicht doch eigentlich aus für die Query. Ähm... Da. So, ich habe noch 13.000 Pixel übrig. So. Ausgerechnet das bisschen lässt er übrig. Aber da kann ich immerhin noch hier drauf schauen. Das, äh... Wie er da so arbeitet. Ja, eigentlich müsste der dann sozusagen so im Hintergrund laufen. Man könnte den dazu benutzen, diesen Tunnel, den ich zum Erdkern bauen wollte, zu bauen. Dann bleibt ja immer noch Hintergrund übrig. Achso, ich wollte ja den Tunnel mit Hintergrundblöcken bauen. Das ist ja irgendwie das Gegenteil von dem, was ich will. Es sei denn, es ist okay, wenn das... Loch halt so aussieht, wie es hier aussieht. Okay. Okay. Ja, ich bin ein Held. Jetzt komme ich nicht mehr hier raus ohne weiteres. So. Achso, ähm... Ich kann doch einfach... Exit-Strategie machen. So, so. Auf die Art und Weise kriege ich ja noch mehr. Und um das Ding dann zu ernten oder das Zeug rauszunehmen, dann kann ich dann einfach mich nochmal nach oben teleportieren. Und dann... So. Plantfiber ist auch gut. Ah, hier ist ein bisschen Tangstenohr. Ähm... Will ich jetzt da runter? Ich kann ja mal hier ein bisschen schauen. Das sieht okay aus. Achso, ich kann doch ein paar Fackeln. Ich habe doch extra so viele Fackeln. Damit ich mich in solchen... Ferrarien... Ah, das ist das Ding, was ich geworfen habe. So. Hier ist auf jeden Fall nochmal jede Menge Plantfiber. Für wichtige Medizin und so. Was ist denn eigentlich mit meinem Pet? Ist das schon wieder gestorben irgendwann? Achso, das wird gestorben sein zusammen mit... Äh... Hier. Mit mir. Ja. Als wir diesen kleinen Unfall hatten. Mit dem... Mondmonster. Berkios-Geist. Wie auch immer. Ich glaube, das Viech da unten ist gefährlich. Nee. Das geht noch. Das kann ich noch erbernten. Achso, der Planet war ziemlich groß. Das heißt, der ist auch ziemlich lange... Noch die normale Schicht. Oh, damit... Kohle hat man eigentlich auch keine unendliche Quelle, oder? Da ist ein Insekt. Da schleiche ich mich mal an von hinten. Ach komm. Machen wir hier noch ein bisschen Platz. Bumblebee Queen. Ah, cool. Jetzt haben wir beide Varianten, die ich brauche für... Ähm... Golden Wood und... Ähm... Die andere Geschichte. Aber cool. Dann haben wir jetzt schon ein paar Bienen, mit denen wir züchten könnten. Um aus den Bienen halt auch nochmal alles Mögliche zu bekommen. Ich glaube, wenn man das auch so, sag mal mal, industrialisiert, kriegt man dann auch wahnsinnig viele Ressourcen aus denen. Ich baue mich mal wieder nach oben. Eigentlich wollte ich gar nicht so weit hier runter. Weil auf dem Planeten wird es wahrscheinlich nichts Besonderes geben. Außer vielleicht der Kern. Der könnte noch aus was anderem bestehen, außer Lava. Aber... Will ich jetzt nochmal extra nach unten? Ehrlich gesagt, weniger. Oh, hier... Hier ist noch irgendwas versteckt. Ah. Ich mach das mal so. Und das ganze Wasser fliegt weg. Ja, komm. Hier hoch. Oh, Upgrade-Modul. Ah, sehr schön. So. Ach, das waren die Pilzmenschen. Ich weiß ja nicht mal, ob der Curvy jetzt so weit arbeitet, wenn ich... Wenn ich jetzt so weit weg bin vom Curvy. Da ist noch eine Biene. Glaube ich zumindest, dass es eine Biene sein könnte. Aber ich glaube, das ist eine normale. Weiß ich nicht. Mach mal vorsichtig hier rein. Ich hoffe, das Viech greift mich nicht an. Ansonsten, falls es mich angreift, hoffe ich, das halte ich aus. Achso, ich habe ja noch den Einzelmodus an. Natürlich müssen wir den jetzt triggern. Buckshell, Orchidron. Ah, okay. Zu der Orchid-Biene haben wir jetzt die Orchid-Dron bekommen. So. Ich will hier hoch. Ach, Gott. Dann eben so. Mir doch egal, was du zu sagen hast. Bist du mir feindlich gesonnen? Hunt the Prey. Ja, okay. Aber nicht so, wie du gedacht hast. So. Kann ich das hier zufällig scannen? Okay. Ja, die Florence sind eine gewalttätige Rasse. Das wissen wir ja schon. Und... Jetzt habe ich mich aus Versehen gedasht. Die ganze Zeit funktioniert der Dash nicht. Und jetzt hier... Dash ich mich aus Versehen gleich in den Tod. Ähm... Achso, ich wollte noch mal nach... Genau, ich wollte mich mal nach oben teleportieren und gleich wieder runter. Um mal zu gucken, was der Querby gemacht hat. Ähm... Beam down. Ähm... Der Querby will mich umbringen. Aber natürlich fängt er wieder von vorne an, sobald ich den Planeten verlasse. Und der geht natürlich in seinem Suchmodus nach unten. Weil der weiß ja nicht, dass er gleich... Äh... Streng nach unten laufen könnte. Ich glaube, so richtig lohnt sich dann vielleicht erst die nächste Version davon. Jetzt fall bitte nicht nach unten. Weißt du was? Ich... Ich... Ich bludel mich so nach unten. Okay. Ähm... Das war's jetzt eigentlich mit dem. So, weiter zu dem... Eigentlichen Thema. Dem Garten und der zukünftigen Bienenstation, die hier irgendwie entstehen soll. So... Ja... Ähm... Pickaxe. Ich habe eigentlich noch mehr Pickaxes. Die müssten doch geordnet werden, wenn ich... Ah, okay. Hier. Nehme ich erst mal die. Achso, die ist ja... Ist das die? Wenn ich ja gleich so... Dann sehe ich auch ein bisschen mehr vom Bildschirm. Das als Beckenvliese für das nächste Stockwerk gleich lassen. Ja. Ah, einmal zu viel. Achso, geht das von oben? Ne, ich kann nicht durch das Ding durcharbeiten. Ach, Mann. Warum kann ich nicht, äh... Feinarbeiten mit dem Teil? Das wäre so einfach. Wenn es ginge. Ähm... Wo ist mein Timber? Da ist mein Timber. 1000 Timber. Wahnsinn. So, Shift gedrückt halten. Und ich ziehe trotzdem daneben. Okay, ähm... Wo sind jetzt die Pickaxe hin? Ach, da. Versuche nochmal vorsichtig. Am besten schmeiße ich das Timber hier hin, dass ich nochmal was reparieren muss. So. Vorsicht. Nein, ich komme nicht dran. Toll. Dann doch mit dem Meta-Manipulator. Vielleicht sollte ich den auch mal ein bisschen verstärken. Was brauchten wir denn dafür? Also ich weiß, da braucht man die Module. Aber die Forschung... Für die Module. Das wäre vielleicht auch noch interessant, dass wir das in größeren Maßen haben. Und das industriell herstellen. Das würde mir eigentlich auch wirklich gut tun hier. Hier ist immer noch Gift. Wo kommt das Gift her? Da ist noch so eine kleine Giftfütze. Weg mit dir. War es jetzt wirklich das? Oder... Ist noch irgendwo was übrig? Ich hoffe nicht. Ähm... Hier können wir ja noch mal den Meta-Manipulator noch ein bisschen grob arbeiten. Will ich den vielleicht noch verstärken? Eigentlich will ich ja noch den Hintergrund. Ist irgendwie eine Möglichkeit, dass ich... Hier mehr mit dem Meta-Manipulator im Hintergrund arbeiten kann? Lass es bitte... Damage, du... Nicht, dass ich jetzt wüsste. Hier ist das Upgrade-Modul, aber... Na gut. Erstmal... Nicht aus Versehen wieder alles abreißen, was ich aufgebaut habe. So, die Bienen brauchen nicht so viel Platz. Dann würde ich die auch eher so ähnlich wie... Da oben das auf mehreren Stockwerken machen. Aber jedes Stockwerk soll auch seine eigenen Blumen haben. Ich glaube, Bienen können sogar sozusagen... Über mehrere Stockwerke hinweg sozusagen... Hier ist schon wieder Gift, oder? Wieso will ich da jetzt reinfahren, um da das herauszufinden? So, das müsste jetzt gewesen sein mit dem Gift. Oder... Oder... Nee. Slush? Irgendwo habe ich gerade grüne Tropfen runterfallen sehen. Das Gift regnet von oben. Irgendwas ist da oben. Okay. Ah, okay. Gut, wir hätten auch eine Pumpe, dass sie rauspumpen können. Okay, da kann ich mich ja lange wundern. Achso, und damit das unten nicht weiter vergiftet wird, muss ich hier auch noch... Wie ist das denn passiert? Würde ich auch gern wissen. Keine Ahnung. So, ich muss eben wieder was essen. So, hier kommen die Dinger hin. Was will ich denn... Ich habe doch jetzt jede Menge Erde von dem einen Planeten. Kann ich doch jetzt wieder ein bisschen mit der Erde rumspielen. Rook-Dirt. Sieht das aus als Hintergrundblock? Das könnte sogar... Ja, das hat ein bisschen was anderes als die normale Erde. Warte ich denn, dieses Rook-Dirt her... War das... Nee, ich glaube, das war von dem... Ähm... Hier... Dem... Terrestriumpplaneten. Mal sehen. Aber... Es reicht ja vielleicht zu, wenn ich da sozusagen... Zwei... Die Pumpen haben ja Gift eingesaugt. Haben die... Haben wir was? Ja, die Pumpen werden vielleicht noch ein bisschen Giftwasser übrig haben. Ja. Würde ich drin lassen. Weiß jetzt nicht, wozu wir Gift brauchen. Ich glaube später... Man kann Gift irgendwie an der Chemiestation bauen lassen. Deswegen... Würde ich jetzt auch erstmal... Ja, gar keine so großen Gedanken machen um das Gift. Wenn wir es brauchen, dann können wir es auch herstellen. Dann können wir es auch ganz einfach herstellen, indem wir... Großen Batzen... Salzwasser vergiften. Das funktioniert auch. Ist das in Ordnung, wenn ich so schreibe? Ja, klar. Das sehe ich eher als im Chat. Es tut mir leid, dass ich den Chat ab und zu mal... Nicht beachte. Ich weiß, dass im Chat was geschrieben wird. Und ich verlasse mich schon ein bisschen darauf, dass du so... Moderationsmäßig mir schon Bescheid sagst, wenn da... Ähm... Was Wichtiges passiert. So. So, bis hier unten würde ich sagen, reicht das erstmal. Einfach unseren Ozeanplaneten vergiften geht das. Was sollte nicht gehen? Es gibt außerdem, glaube ich, sogar Gift-Ozeanplaneten. Die müssten dann Level 4 sein oder so. Alles klar, ich... Äh... Bin dein Mod. Ja, das... Äh... Glückwunsch. Ähm... Danke, dass du das machst. Falls das jetzt nochmal notwendig sein sollte. Ähm... Ich könnte mir ja auch mal anschauen, wie man bei Twitch Mod-Rechte vergibt. Dann würde ich dich wirklich gerne als Mod für ein Twitch-Set einstellen. Obwohl ich auch nicht weiß, ob du das überhaupt willst. Ähm... Die groben Arbeiten immer noch das. Ja, das ist wirklich das ungünstigste Gestein hier, was ich mir ausgesucht hab. Ah. Aber es geht schon. So, die rohe Erde. Das kann ich doch eigentlich auch wieder von da oben... Machen. Achso, und während ich hier arbeite... Können die auch ein bisschen arbeiten. Das wäre doch eigentlich ganz fair. Was nicht fair ist, bist du. Ah. Äh... Ist ganz simpel. Einfach Namen auswählen und... Äh... Da steht wahrscheinlich dann das richtig dabei. Okay, hier wird noch fleißig gearbeitet. Da sind... Obwohl, ich hab da 7000 reingegeben. Da sind nur noch 1000 übrig. Das ist ja auch schon... Eine ganze Menge. Ähm... An wie feind... Das hatten wir auch von diesen... Planeten, wo das... Äh... Dingens war. Terrestium Erz. Mal gucken, was da so ein Feines rauskommt. Vulcanic... Äh, Asche. Okay. Lüftable. Vorfragmente. Äh... Aber klar, gerne. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, um... Was sich das bezogen hat. Das aber klar, gerne. Aber... Ähm... Bitte. So. Achso, wahrscheinlich... Ähm... Ob das okay ist, dass du überhaupt not bist. Ja. Machen wir das 3-Tief. Das müsste ja dann auch reichen, dass man da durchlaufen kann. Ich glaub, die großen Apiaries sind auch nicht größer. Ähm... Genau, da drunter jetzt... Ähm... Kann ich auf dieser Sot-Erde... Hier sollen ja dann die Viecher weiden. Deswegen sieht das so schön grün aus. Aber kann ich auf diesem Zeug auch Blumen wachsen lassen? Ähm... Wo sind denn Blumensamen? Hier, die da. Ja, die wachsen da drauf. Dann würde ich das nochmal verwenden. Ich glaube, es wäre ästhetisch, wenn du die Bienen... Das kann ich gerade nicht vollständig lesen. Ich... Äh... Tastatur, hilf mir. Ähm... Wenn du die Bienenfarben dorthin packst, wo die Bäume wachsen. Okay, stimmt auch wieder. Äh... Das wäre sehr ästhetisch, aber vom Nutzen hat... Ich glaub... Weiß nicht, haben die Bäume einen Einfluss? Ich glaub, die haben doch einen bedingten Einfluss. Ansonsten kann man ja beides machen. Hier oben und unten. Hm. Aber... Da wir eh noch keine Tiere haben und ich irgendwie auch... zur Zeit keinen Bock auf Tiere hab. Können wir ja... Stattdessen erst mal hier anfangen mit Bienen. Oder ein paar Bäume weg und dann sieht's aus wie... Bienen im Wald. Stimmt. Die kleinen Dinger... Ich... Ich muss mal gucken. Ich glaube, es gibt tatsächlich Bienen, die Bäume brauchen zum Bestäuben. Und die könnte man ja da oben hinpacken. Und die Bienen, die Blumen brauchen, weiter unten. Und so richtig viel... Also die... Die Hardcore-Produktionen... Könnte man eh viel, viel später machen. So hier... Ähm... Anti-Mite-Frame... Frame... Achso, die Bienen kann ich nochmal kurz erforschen, bevor ich die da rein tue. Ähm... Wo seid ihr? Ihr seid Rohstoffe. Wie auch immer das erklärt wird. Bumblebee Queen. Aber ich wollte erstmal die Orchids machen. So... Das ist die Orchid-Drohne. Was hast du eigentlich für Tierei gekauft? Ich hab bei jedem Händler, dem wir so begegnet sind... Hab ich einfach mal zugeschlagen. Ähm... Das ist die Orchid-Drohne. Hier ist... Aquarium-Drohne. Okay. Ich weiß aber noch nicht, mit wem du dich verträgst und dem du dich nicht verträgst. Aber ich meine, ich hätte doch eine Orchid-Queen gehabt. Hier. Du bist die Richtige. Und eine Miner-Queen. Eine Miner-Queen sollte eigentlich auch schon... ...ziemlich gut sein. Hauptsächlich nehme ich jetzt einfach nur die Gene mit. Und freue mich darüber. Aber... Ich kann ja auch mal schauen, was ihr so drauf habt. Was können die Bienen? Ich verstehe die nicht. Ähm... Die produzieren einfach auch verschiedenste Rohstoffe. Und ich glaube, sowas wie die Mason-Queen oder die Mining-Queens, die können dann auch Metalle produzieren. Oder die produzieren so komische Honeycums. Und wenn man die in die Zentrifuge tut, dann kommt da unter Umständen ein Metall raus. Das wäre dann auch der Trick gewesen, mit dem man so diese One-Planet-Channels abschließt. Indem man sich so weit hoch levelt, bis man diesen... Äh... Mini... Mini-Dingens bauen kann. Äh... Mini-Planetentransformator. Und dann kann man dann in dem Mini-Biom diese unterschiedlichen Bienen finden. Und dann kann man mit den Bienen dann die höhere Metalle produzieren. Und... Ähm... Ja, die Honigrüstung ist eigentlich auch nicht schlecht. Und ein paar schöne Gegenstände zum Dekorieren. Und gute Medizin. Das dauert doch Jahre. Ja, das ist immer so ein bisschen Hobby-mäßig. So, das war die Orchid-Queen. Queen guckt in die Richtung. Orchid-Drohne. Sind das die gleichen Drohnen wie die Queen? Ne, ihr habt ziemlich unterschiedliche Eigenschaften. Lifespan ist ungefähr die gleiche. Ähm... Drohnen-Toughness. Ne, ihr seid doch gleich. Es müsst... Achso, es ist gerade, äh... Nacht. Deswegen arbeitet ihr sowieso nicht. Bin aber überlegen, was ich als nächstes industrialisiere. Ähm... Hast du eine Idee? Ähm... Da das mit den... Ähm... Prinzipiell würde ich am liebsten... So schnell wie möglich... Ähm... Das hier erforschen. Und dann haben wir relativ schnell viele Mani... Mani... Äh... Diese Module. Und damit können wir dann... Im großen Maßstab Planeten abbauen. Mal sehen, was bräuchte man dafür. Vielleicht könnte ich das schon erforschen. Graphen... Graphen... Hatte ich das schon? Eine grundsätzliche Idee habe ich jetzt... Ähm... Weniger. Einfach die Basis unten weiter groß machen. Und... Ähm... Ja, für zum Beispiel jedes Metall so einen Ofen bauen. Die besseren Öfen? Können wir die schon machen? Vielleicht kommt sogar bei den besseren Öfen was besseres raus. Ähm... Wieso verklick ich mich die ganze Zeit? Wahrscheinlich, weil ich müde bin. Mal sehen. Advanced Alloy. Weiß ich gerade gar nicht... Ich muss mal ein bisschen mehr Chemie erforschen. Ja. Ich auch. Graphen. Graphen brauchte... Achso, Sulfuric Acid. Sulfuric Acid. Das ist doch auch alles Chemie. Das kann ich erforschen. Das ist auch die... Sulfuric... Achso, da brauchte man... Am besten Sulfur in... Den Extrakter oder so. Aber jetzt kann ich das auch so produzieren. Vielleicht zu einem besseren Verhältnis. Weil ich habe jetzt extra Forschung ausgegeben, dass ich das machen kann. Ähm... Chemiestation warst du hier. So, Flüssigkeiten. Interessant. Fünf Wasser mit... Zwei Contaminated Wasser. Okay. Oder Salzwasser mit einem Chorfragment. Kann man das dann auch entsalzen. Cool. Aber Sulfuric Acid sehe ich hier gerade nicht. Wahrscheinlich muss ich dich upgraden. Stimmt, Schwefelsäure haben wir noch nicht. Ähm... Ich brauche bloß Empty Bottles, um das abzugraden. Okay. Blöd, dass die Station da drüben ist. Aber... Macht ja nix. Den Weg laufe ich nochmal. Oh, so ein Viech. Ähm... Ich glaube, ich sterbe auch so. So. Hand-Augen-Koordination ist jetzt nicht mehr so. Wo ist denn das? So. Nein, 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 nein. Nicht sterben. Verdammt. Ich wollte das Viech fangen mit dem einen Capture-Pod, aber... Irgendwie war ich jetzt einfach viel zu langsam. Es ist wirklich spät. Es tut mir leid. Ach Gott. Und die Arm-Pixel. Das ist... Naja. Aber das Schlimmste ist... Dass ich mich erstmal an den falschen Ort teleportiert hab. Nein, das Schlimmste ist... Ähm... Dass das Viech jetzt auch wieder despawned. Ich glaube, im Pixel wird's nächste... Okay, ja. Vielleicht so, dass wir automatisch die Sachen in den Pixel-Printer geben können. Ach nee. Ausgerechnet das geht nicht, weil wir müssen ja trotzdem noch sagen... Ähm... Auf diesen Button klicken, dass der Pixel-Printer jetzt bitteschön pünten soll. Wow. Wie viel Pixel hab ich noch? 9000. Hm. Dann könnt ihr jetzt einfach auch ein bisschen Zeit in der Lava-Basis verbringen. Damit du deine Pixel in dem Item machen kannst und nicht immer... Achso, das steht hier in dem richtigen Chat. Ähm... Nicht immer verlierst. Ähm... Du bist heute sehr oft gestorben. Haha. Ja, das stimmt. Sonst bin ich immer stolz darauf, dass ich unter den krassesten Umständen nicht sterbe. Aber... Nicht heute. Da liegen noch Pixel rum, einfach so. Ich werd selbst von dem Viech getroffen. Achso, ich wollte doch mal mein eigenes Viech wieder zum Leben erwecken. Das kann ich nochmal machen. Ähm... Hier. Du da. Geh mal hier rein. Was war denn das eigentlich? War das zum Erforschen? Wie searchen im Mikroskop? Ja. Dürfte mir auch noch Forschung geben. Das Ding. Achso, jetzt ist der Tag. Das heißt auch... ...dass die ersten Bienen anfangen, was zu produzieren. Erstmal gucken, was hier rauskommt. Ich hoffe, das lohnt sich. Ah, zwei von dieser Forschung. Warum nicht? So, habt ihr schon produziert. Okay, die produzieren zumindest fleißig weiter Drohnen. Ähm... Also kümmere ich mich um das Schwefel- und Pixelzeug. Ja, gerne. Ich würde halt hier... Irgendwie... Ich bin auch einfach der Schönbauer, so ein bisschen. Auch wenn das jetzt gerade noch nicht so hübsch ist. Würde ich einfach gerne hier ein bisschen... ...so friedlich vor mich hinbauen. Am liebsten. Okay, ich habe nur noch sieben davon. Ähm... Macht Spaß mit dir zu spielen. Ja, danke. Mit dir auch. Komm. Ähm... Hier muss ich vielleicht nochmal... ...die Plattform weiter rauslassen. So. Reicht das, um hier hochzukommen? Dann mache ich nochmal... Dann mache ich nochmal... ...auch die hier. So. Achso, ich wollte noch... ...so übergangsweise provisorisch hier noch ein paar Blumen pflanzen. Umso mehr Blumen in der Nähe sind, desto schneller sollten die Bienen arbeiten. Ich habe nur... ...einen roten... ...einen roten Blumensamen. Interessant. Warum lege ich gerade Wert, dass das hier unterschiedlich ist? Kann ich dann... ...dort machen, wo es langfristig bleiben soll? Wohl, vielleicht freuen sich die Tiere auch so ein bisschen über Blumen. Wer weiß. So, ein bisschen langsam gehen. So, das sollte erstmal reichen. Beziehungsweise mehr Platz ist ja auch gar nicht. Oder? Ich glaube, da ist noch ein Platz. Da war auch noch ein Platz. Und das Symbol... ...weiß ich nicht, ob das für Termiten steht. Okay. Guck mal, die haben jetzt schon Dirt produziert. Dann das. Dann das. Und ich glaube, die produzieren auch... ...ääh... ...dieses Honeywood. Und mit dem Honeywood kann ich dann... ...die besseren... ...die größeren Dinger von denen bauen. So. Du müsstest deine Rüstung upgraden können. Hab genug... ...wahrscheinlich... ...äähm... ...hab genug Gold. Mit Gold die Rüstung upgraden? Ah, du meinst wahrscheinlich eine bessere Rüstung für Gold. Oder mit Gold. Mal sehen. Ne, das ist das falsche Objekt. Hier. Hm. Rüstung. Was haben wir denn da so für verschiedene Sachen? Äähm... ...we find Eggersalz. Okay, das dauert noch ein bisschen. Die Keeper... ...das ist noch ein bisschen weit weg. Bei meiner Rüstung konnte ich... ...die alte upgraden mit Gold. Ach so meinst du das? Ja, stimmt. Aber ich würde... ...die Rüstung, die ich jetzt gerade habe, obwohl die hübsch aussieht... ...würde ich auch... ...äähm... ...nicht unendlich lange behalten, weil die... ...die Nebeneffekte von der Rüstung... ...mhm... Ach ja, ich brauchte hier spezielle... ...Waffen dafür. Entweder ein Dagger, Whip oder Striker. Ich habe Striker ausprobiert, hat mir überhaupt nicht gefallen. Das sind einfach nicht meine Waffen. Ich wollte eine Rüstung haben, die sozusagen eine Waffe... ...bevorzugt, die ich... ...äähm... Ach so, Insert, das sind die Avali-Rüstungen. Die bringen keine zusätzlichen Dinger. Ich wollte gucken, ob ich eine Sache finde, wo ich mit einer Waffe, die ich gerne benutze... ...dafür einen Bonus habe. Und die würde ich dann vielleicht auch aufrüsten, wenn es sich lohnt. Das hier sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Ach so, das ist Insert. Vielleicht geht das nur mit rassenbezifischen Rüstungen. Das kann sein. Maschinenpistole. Ja. Baggerbund. Was war das? Unterwelt. Maschinenpistole. Quitschance. Langsten. Ach so. Wenn da steht Westinset, das ist dann auch die rassenspezifische Rüstung. Die will ich aber nicht. Ähm... Was kann das? Rapier und Pistolendamage. Mehr... Und ich verbrauche weniger Nahrung und habe mehr Jump. Rapier Master wie... Shortspear Master wie... All Spears. Ist auch Tier 2. Okay, die ist mit Gold. Gold und Tungsten. Stalkerswope. Was kannst du? Bows, Quaspers, Sniper Wifels. Ähm... Immune to Poison und Bio-Ose. Das ist zum Beispiel sehr interessant. Ranged Balanced. Speed und weniger Voll-Damage. Das sind... Das sind... Werte, die mir sehr gut gefallen. Ähm... Sniper Wifels. Damit könnte ich mich anfreunden. Vielleicht sogar mit Bogen oder mit Crossbogen. Ähm... Space Diver. Was hast du? Habune. Habune ist jetzt... Naja... Achso... West Insert. Space Diver Hammet. Das war das mit der Harpune. Macht dir am besten was mit Tungsten. Ja, das denke ich mir auch. Chakram. Bumerang. Bumerang ist auch cool. Das ist das Teil, was ich schon hab. Samurai. Klingt auch cool. Ist mit Tungsten und mit Leder. Katana Master wie... Ich glaub Katana ist auch ein Zweihänderschwert. Oder schau's was mir... Ich hab noch 13 in der Kiste. Okay. Ich guck grad mal Katana. Ob ein Katana ein Zweihänderwaffe ist. Könnte ich mir auch gut vorstellen mit einem Katana durch die Gegend zu laufen. Ähm... Wenn ich eins herstellen könnte. Ähm... Ist das... Ist es ein Einhänderwaffe. Okay. Ich schau mal in die Kiste. Ich schätze mal an der Lava-Siedlung die Kiste. So. Lava-Base. Ähm... Hier oben die Kiste zufällig. Ich glaub da hab ich meine Kleidung reingetan. Ja. Hier runter bitte. Wie weit bist denn du? Nein, die Kiste von... Wo die Handmills stehen. Okay. Dachte ich mir. Das... Ähm... Da konnten die jetzt auch nochmal kurz arbeiten. Wäre auch nicht so schlimm. Ähm... Die Handmills waren das hier. So... Hier ist die... Ist das Titanium? Das ist Titanium. Das ist hier zufällig auch Titanium-Erz. Dass ich das gleich mal freischalten kann. Nö, aber ist nicht so schlimm. Ähm... Jetzt müsste ich aber die Titanium-Rüstung freischalten können. Ja. Was ist denn das? Achso, das sind bessere EPPs. Da hab ich aber noch nichts Sinnvolles gefunden. Okay. Ähm... Jede Menge Waffen und relativ wenig neue Rüstungen. Achso, ich kann gleich mal hier gucken. Fist-X-Damage. Ähm... Für Slayer-Rüstung. Maskerade ist... Ähm... Striker wieder. Ja. Maskerade-Helm. Shielded-Lags. Okay, die Rüstung macht mich automatisch immun gegen... Also... Gegen Sauerstoffverlust. Mehr Speed ist immer nett. Mal sehen. Auch Katana. Dagger. Nishin. Das hatte auch schon wieder so einen japanischen Einstrag. Energy-Damage. Energy-Waffen, glaube ich, ist das dann, was auch immer genau Energy-Waffen sind. Aber das klingt eigentlich auch nicht so schlecht. Ich glaube, Energy-Waffen sind durchaus was, was ich mir vorstellen kann. Eva-Helm. Achso, Eva ist... Äh, oh Gott, wie heißt das? Extra... Ähm... Also der Helm, mit dem man sozusagen auf fremden Planeten unterwegs ist, die... nicht gerade freundlich fürs Überleben sind. Ja, das sieht auch schon wieder so Moral-mäßig aus. Battleborn. Battleborn hatte ich gut in Erinnerung. Cyber-Wasteland-Scorched. Achso, das sind die Biome. Und Breitschwert-Mastery. Und ich bin immun gegen... Acid. Poison-Resist. Ähm... 10% Poison-Resistence. Das klingt... Und ich glaube, die hatten gute Werte. Battleborn wird sein, eventuell. Und einfach Gold-Greem. Äh, Gold-Greem. Gold-Rüstung. Charisma. Knockback-Resistence. Und wieder Striker. Okay. Wanderer-Helmet. Oder der Eva-Anzug. Der schützt mich auch vor sämtlichen komischen Geschichten. Mal sehen, der Helm hier bringt 30 Schaden. Der Battleborn, 45. Rüstung ist auch größer. Energie ist kleiner. Herzen sind genauso. Okay. Nimm Battleborn. Dachte ich mir schon. Mal gucken, ob ich es mir überhaupt leisten kann. Ähm, haben aber nicht genug... Ja, ich glaube auch nicht, dass wir genug Titan haben. Aber... Wir haben für zwei zumindest. Mindestens. Und es hängt am Carbon. Moment mal. Zwei. Drei sind fünf. Plus vier sind neun. Okay, wir haben... Wir haben genug dafür. Ich guck mal. Also, ich mach jetzt noch mal ein bisschen mehr Carbon. Carbon Plate. Ähm... Ja, komm. Das ist ja... Nur Kohle. Die ich dafür verbinden muss. Ja, cool. Wir haben genügend dafür. Und wenn du dann nochmal Titan hast, dann kannst du dir das auch... Oder was du halt möchtest. Beziehungsweise, du hast ja erst geupgradet. Dann ist deine ja... Von den Werten her auch nicht schlecht. Militank. Militank gefällt mir sowieso gut. Ach genau, Breitschwert Mastery. Breitschwert passt eigentlich auch ganz gut zu mir. So, das kann ich auch mal absetzen. Mal gucken, wie die... Allgemein zu mir passt. Hm. Das sieht ein bisschen albern aus. Ja, doch. Insgesamt passt das. Hier guckt noch ein Stückchen von... Der... Avalioh raus. Hab aber kein Titan. Das ist der Übergangsrüstung. Ähm... Was ist Übergangsrüstung? Das ist eine Übergangsrüstung, die ich habe. Ja. Das stimmt schon. Die, die ich jetzt habe, ist ja eigentlich... Eigentlich ist alles eine Übergangsrüstung bis zum Endgame. Aber man könnte ja mal gucken... Wenn ich das updaten kann. Upgrade. Was brauche ich denn dafür? Nur diese... Nur diese Module. Deswegen hätte ich gern die Module. Für die Module brauchten wir Graphen. Für Graphen brauchten wir Sulfuric Acid. Für Sulfuric Acid brauchen wir Schwefel. Okay, das war die Reihenfolge. Lohnt sich nicht. Ja. Ich meine, wenn wir das Zeug in großen Massen herstellen könnten... Dann wäre das was anderes. Aber man könnte das denn dann einfach auch zum... Für die Fashion anziehen. Habt ihr mal... Eine neue Königin produziert? Ich hätte gerne, dass ihr... Bevor ihr sterbt... Euch bitte um... Nachwuchs einer Königin kümmert. Das finde ich sehr, sehr gut. Ach, vielleicht müssen die Blumen erst groß werden. Genau das, was die noch so produzieren sollen und würden, das ist dann... Ich komm gleich drauf. Äh, hier, die produzieren spezielle Blumen dann. Spezielle Blumen, mit denen es noch besser funktioniert. Genau, und ich wollte hier unten... Äh, du scheinst deine Rüstung kosmetisch anzuziehen. Den, der Hut... Achso, die davor. Stimmt. Ähm... Ne, da kann ich ja nochmal diesen lustigen Helm aufziehen. Hat auch ein bisschen was, aber ich hätte schon gerne das... Wo ist es denn? Vielleicht das auch wieder. Ne, das war nicht das Richtige. Sieht ein bisschen komisch aus, aber... Hier, das ist es. Ja. Finde ich schon, das hat von dem Kosmetischen her wirklich mit dem besten Einfluss. So, da wird schon wieder irgendwas getriggert. Das Einzige, was das Gute hatte, war das Live-Leach. Aber ich glaube, das hat auch nicht so richtig funktioniert. Leider. Achso, ich wollte hier noch eigentlich in den großen... Mh... Das große Ding ins Geschäft einsteigen. Achso, das ist Salz, was... Ne, das ist normales was, aber es sind nur 200. Die haben noch mehr als genügend. Und selbst wenn nicht, dann kann man ja wieder von vorne anfangen. 100 Samen, wisst ihr was? Ich nehme mal hier den Großteil raus und schmeiß den mal zu dem anderen Ding. Dass wir daraus noch ein bisschen Genforschung kriegen. Darauf müssen wir ja auch irgendwie kommen, später mal. Ich wollte gerade sagen, ich mache um zwei aus, aber es ist schon lange um zwei durch. Oh mein Gott. Wieso ist es schon zu spät? Ich muss dann langsam wirklich ins Bett. Oh, das Ding ist voll. Also fast voll. Ich muss ins Bett, aber erstmal muss ich das hier abpernten. Hm. Eine etwas größere Range für den Meta-Manipulator wäre einfach für sowas gar nicht schlecht. Oder man baut eine Pumpe hier auf. Jetzt fängt es wieder an zu regnen, das bringt natürlich auch nichts. Irgendwie will ich noch einen richtigen Abschluss haben, aber eigentlich ist es das Gegenteil. Immer wenn ich irgendwas machen will und denke, ich habe es gleich beendet, fällt mir was Neues auf oder ein, was ich noch machen kann oder möchte. Was waren hier auf der... Achso, meine Medikamente waren hier auf der rechten Seite. Die sind aber alle. Oh, da. Deswegen bin ich hergekommen. Eine Drohne. Ah, sehr schade. Ich hoffe, dass ich hier noch eine Queen kriege, bevor die hier ihr Leben ausgehaucht hat. Gott produziert ihr langsam und wenig. Könnte das der Rahmen sein, dass ihr aus dem hier halt nicht so viel rauskriegt? Kriegt ein Basic Frame mehr? Sollte eigentlich nicht der Fall sein. Eigentlich sollte das so funktionieren, dass mehr Rahmen gleichzeitig auch mehr bringen. Wenn man das voll macht, dann bis zu 32% mehr, was auch immer da drin steht. So, aber ich würde jetzt sagen, ich höre jetzt mal wirklich langsam auf. Vielen Dank, dass ihr alle zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Ich hoffe, ich kann das Ding auf YouTube hochladen. Weil, wenn nicht, wäre das wirklich sehr, sehr schade. Obwohl, ich weiß nicht, wer sich sechs Stunden lang einen Stream anguckt. Falls ihr das auf YouTube gesehen habt und bis zum Ende durchhaltet, dann schreibt mal bitte in die Kommentare, durchgehalten oder so. Ich habe durchgehalten. Und ja, ich würde sagen, das war's jetzt. Vielen Dank nochmal an die Leute im Chat. Und dann tschüss. Und gute Nacht dir auch, Backflip. Dankeschön. Tschüss.